Willkommen zurück bei Elden Ring. Wie in der letzten Folge versprochen, haben wir hier eine wunderschöne Burg für euch zur Erkundung entdeckt. Und für mich natürlich auch. Da hinten ist der Johnny, den wir in der letzten Folge bereits einmal besiegt haben. Jetzt ist Alpha-Status etabliert. Er weiß jetzt, wir sind krasser als er, deswegen macht er nichts mehr. So, lass uns mal gucken. Okay, das ist, glaube ich, kein Bosskampf. Ist das eine Fahrstuhlsituation hier? Oder, nee. Wie kommen wir denn da runter? Vermutlich müssen wir gleich da diesen Weg, wo die zwei Wachen waren, runter. Oh, guck mal hier, noch ein schönes Item. Ah, ich wusste das da. Ja, ja, eine Falle, ne? Ja, ja. Ganz genau. Hast du wohl gedacht, du kannst mich überraschen. Vermutlich hätte der mich hier sogar runtergekloppt. Gut, der hatte natürlich jetzt so Feuerbälle in der Hand, aber der hatte auch eine Nahkampfwaffe. Eventuell hätte der mich hier auch runtergekloppt. Oh, da ist noch eine Gnade. Oh. Jetzt ist ja die Frage, ich darf mein Pferdchen hier aber nicht beschwören. Sonst hätte ich mir ja mal eben die Gnade da geholt. Ich glaube, der Fallschaden hier ist zu groß für mich alleine. Ohne das schützende Pferd unter meinem Po. Das ist doch ein Drache hier, oder was? Hört ihr das auch? Das sind doch Drachenschwingen. Oder was ist das? Ich bin doch nicht blöd. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Der Typ mit dem Sperr nervt mich jetzt schon, weil die Sperre sind schnell und haben eine lange Reichweite. Deswegen machen wir einfach mal jetzt folgendes. Hau die einfach um. So, da sind noch mehrere. Sag mal. Was ist denn das? Irgendwas wütet hier aber ganz. Hier muss ein Drache in dem Gebäude untergebracht sein. Kann mir keiner erzählen. Da werden wir noch unser blödes Erwachen bekommen. Oh, wieder ein bisschen festliches Fett. Gibt es da eigentlich eine Textbeschreibung? Textbeschreibung zum festlichen Fett. Da. Verfestigtes Knotenfett, das aus einer Mischung von Knochensplittern besteht. Herstellbares Objekt. Ein Waffenüberzug, der eine festliche Anrufung enthält. Den Träger... Okay. Beim Landen von Treffern eine Spur von Runen gewährt. Der Effekt hält nur kurzzeitig an. Das Fest ist eine alte Tradition. Alt genug, dass der Erdenbaum seine Dauer erträgt. Interessant. So, hier sind wir wieder in der gefürchteten Gefängnisherstellungsabteilung. Hier wurden die Ein-Mann-Gefängnisse gestapelt. Und dadurch, dass sie leer sind, sieht man, dass... Ja, es hier nicht viele Gefangene gibt. Entweder sie haben im Krieg keine reichwürdige Menschenbeute gemacht. Oder sie haben ein gutes Sozialsystem, das quasi präventiv schon Straftaten verhindert, bevor sie passieren. Weil sie halt auch viele so Therapeuten und so haben. Oder sie haben unfassbar viele von diesen Gefängnissen. Das sind nur einige wenige, die hier noch nicht voll sind. Man weiß es nicht. Das ist die gute alte Streckbank. Und das ist die gute alte, ich hack dein Leib, bis nichts mehr übrig ist. Bank. Oh, hier ist noch ein schönes Item. So, jetzt müssen wir hier wieder Orientierung 3000 aktivieren. So, da kamen wir gerade raus. Da oben ist ein Item. Ne, was ist das? Eine Truhe. Uh, eine Truhe. Eine Truhe, eine Truhe. Die Frage, von welcher Seite wieder hochkommen. Da schabt irgendwas. Da ist irgendwas schabiges da unten. Wie kommen wir da runter? Ich meine, runter kommt man immer. Runter ist eigentlich nicht so das Problem. Rauf ist eher das Problem. Wir gehen erstmal rauf. Okay, jetzt sind wir wieder draußen. Oh, warte mal. Das ist ja die Galgensituation hier. Kann das sein, dass da dieser Typ ist? Ja, da ist er. Okay, das ist eine Galgensituation. Was sind, sind das Feinde oder sind das Wehrdienstverweigerer so? Also sind das Leute, die jetzt gesagt haben, ich kämpfe nicht mehr und dann. Oder was haben die sich zu schulden? Weil die haben ja schon Uniformen an. Oh, da ist er. Aber ich muss von der anderen Seite an den Galgen rauf. Ich muss den erstmal besiegen. Ich nehme mal an, da komme ich nicht drum herum. Ich kann mich aber ja auch genüsslich anschleichen. Und gucken, dass ich dem erstmal eine verpasse. Und dann machen wir weiter. So, Backstep funktioniert hier nicht. Das ist keine Dark Souls Mechanik. Glaube ich. Ich kann den jetzt nicht backstabben. Das ist schade. Aber es funktioniert einfach nicht. Boah, ist der fucking schnell. Ich bin auch schnell. Der gesegnete Knochensplitter. So, und jetzt müssen wir da unter diese baumelnden Leiber. und uns deren letzte... Ne, das ist gar nicht von denen. Ich dachte, das wäre da so runtergefallen. Oh, da ist die Gnade. Die können wir ja kurz aktivieren. Da ist irgendwo ein Drache. Ich spüre das. Das nehmen wir einfach mal eben mit. Aber nur, um sie zu haben. Jetzt reiten wir sich wieder in die Burg rein. Irgendwas ist da oben richtig zu Gange. Das werden wir... ...früher oder später sicherlich in Erfahrung bringen. Wo der wurft durch? Wie komme ich denn jetzt da rauf? Hier ist die Treppe. Schrauchig, oder? Würde man eigentlich nicht betreten, so einen Ort. Einen gesegneten Knochensplitter. Was genau können die denn eigentlich? Findet man immer selten. Ein vom Gold des Skadu-Baums berührtes Knochenfragment, das aus den Überresten der Krieger stammt, die im Reich der Schatten ihr Ende fanden. Ein solcher Segen soll die größte Ehre sein, die den Toten zuteil werden kann. So, dann wollte ich da nochmal gleich wieder runter gucken und die Burg weiter erkunden. Hier im Vorhof scheint mir nichts weiter von Interesse zu sein. Also jetzt, wo ich mir das mal so genauer angucke, muss ich die Theorie doch stützen, dass die einfach verdammt viele Käfige haben und die auch offensichtlich häufig gebraucht werden. Dann sind das alles nur Reservekäfige. Also das ist eher so eine, wie hieß diese eine Burg? Harrenhall oder so bei Game of Thrones. Ich glaube, es war Harrenhall, wo die armen Leute auf ähnliche Art und Weise geschunden wurden. Das ist ein Ort, den man tunlichst meiden sollte. Denn es sei denn, man ist so ein unbesiegbarer Kampfesfürst, wie ich es bin. Hätte ich den Backstabben können? Okay, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann den nicht Backstabben. Vielleicht hätte ich es auch machen können. Nächstes Mal probiere ich das einfach. So, jetzt haben wir die Situation, dass ich da hinten runterjumpen kann, aber da muss ich ja auch irgendwie noch raufkommen. Das heißt, wir haben noch nicht alles hier gefunden. Ich springe erstmal hier runter. Ist hier irgendwas Bösartiges? Ja, eine ganze Kolonie an Bösartigen Leuten. So, was ist? Ja, okay. So war es offensichtlich. Was war denn euer Job? Jetzt gucke ich mir das mal an. Also das ist doch dasselbe Kostüm, was die Leute anhatten, die an dem Galgen hingen. Oder? Das ist doch die gleiche Uniform. Dieses komische Moor, Sumpf, Oliv, Blutgesprenkelt. Also was sind hier die Fraktionen? Gab es da wirklich so eine Art Aufstand? Oder gingen denen die Feinde aus und sie hatten aber so große Lust am Aufknöpfen, dass sie dann die eigenen Leute genommen haben? Waren das halt wirklich Verräter? Haben die nicht kämpfen wollen? Was auch immer. Jedenfalls ist das interessant für kommende Generationen, das vielleicht mal zu untersuchen. Noch ein paar Schmiedesteinchen. Mann, die haben sich wirklich aufs Wehtun spezialisiert. Nur so Foltermöbiliare. Die haben auch nichts anderes hier. Also nicht ein Daunenbett oder ein Divan oder irgendwas. Ne, ist einfach alles nur Sachen, wo man Leuten wehtun kann. Das ist das einzige, worauf die sich spezialisiert haben. Gut. Die wollten sich nicht beugen, ja. Okay, jetzt muss ich, also da kam ich ja her. Aber es muss ja noch eine Möglichkeit geben, da auf diese andere Ebene zu kommen. Warte mal. Was haben wir denn hier? Aha. Vielleicht von hier? Guckt euch das mal an. Ich habe wirklich ein Gespür für die Truge. Ah, der Flammendrachen-Talisman-Stufe 3. Die Leute haben alle deinen Kanal nicht abonniert, deswegen werden sie bestraft. Ja, da kann ich natürlich nichts für, aber also ich habe mit der Strafe nichts zu tun. Aber trotzdem kann man darüber diskutieren, inwiefern das vielleicht sogar gerechtfertigt ist. Weil wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, sowohl auf YouTube als auch hier auf Twitch, ist das natürlich auch echt blöd. dann könnt ihr das ja mal schnell machen. Ich habe übrigens einen neuen YouTube-Kanal noch aufgemacht. Habe ich schon ein, zwei Mal erwähnt, aber kann man ja nicht häufig genug sagen. Und dieser YouTube-Kanal heißt Nils Extended. Und da werde ich in Zukunft alle möglichen Folgen veröffentlichen, die für den Hauptkanal nicht passen. Also sowas wie Fallout oder Folge 27 von irgendeinem Let's Play. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt oder einfach nur cool sein möchtet, dann checkt das doch gerne mal aus. So, wir können jetzt da in diesen dunklen Schlund aber erstmal gucken wir hier. Weil da hinten war dieser Wegpunkt, den wir uns gesetzt hatten. Das Sumpfhausen. Oh, guck mal, da oben ist noch so ein Zeichen, da so ein Kreuz. Wie kommt man da denn hin? Da ist auch noch ein schönes Item. Ein schöner Runenbogen. So, lasst mich mal gucken. Kann das sein, dass wir den noch nicht entdeckt hatten? Ich höre schon wieder diese Schwingen. Was ist das da von so eine Pestilenz da? Dieses Teer, dieser Teerteppich, diese Girlanten, die Schwarzen. Ist das diese Geschichte, die, ähm, ja, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das war ja, oben ging es ja nicht weiter. Nach dem Bosskampf, das wird es sein. Aber ich glaube, da waren wir noch nicht. Aber da kommt man ja easy hin. Oder etwa nicht? Da kommt man doch bestimmt irgendwie hin. Na gut. In der Burg ist noch was. Wir haben noch was übersehen. Ach, Chat. Na, wir können ja mal wieder reingucken. Wir, ähm, reiten einmal. Oh, was ist da hinten? Was ist das? Ist das überhaupt irgendwas? Wir schauen noch mal an Ruhel. Ach so, du meinst, man kann das hier auf der Karte sehen. Ja, das war dann, nee, ich glaube nicht. Das würde dann so angezeigt werden, dieses Kreuz. Stimmt schon. Aber ich sehe es hier. Ich glaube, wir haben es noch nicht. So, okay. Wir haben noch was in der Burg. Das gucken wir uns natürlich noch mal an. Ich reite einmal so um die Burg rum. Und dann gehen wir noch mal rein und gucken. Irgendwas haben wir nämlich übersehen. Boah, was wütet denn da so? Shoot! Nein, die hasse ich. Oh Gott. Oh, die sind richtig nervig, diese Leute. Oh, geil! Ein Segen. So, nee, also zwei ist auch einer zu viel. Ja, genau, exakt. Okay. Ich hatte euch gesagt, die sind nervig. Ihr wolltet mir das ja nicht glauben. Ihr habt ja gesagt, egal Nils, geht doch da einfach hin. Die machen nichts, habt ihr gesagt. Ich habe euch geglaubt. fuck, wo sind meine Leckerlis. Fuck, 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 shit, das ist so lächerlich. Wo sind meine? Da. Ne, ey, wisst ihr was? Ihr könnt mich gerne haben. Beko Mio, ey. Die sind einfach so nervig. Aber die sind ja auch zu zweit, ne? Man muss nicht sich mit allem anlegen. Man kann auch einfach mal weggehen. Ach so, jetzt leben die wieder alle. Oh nein. Nein. Jetzt sind ja wieder alle da. Die Frage ist, ob ich lieber oben zur Gnade gehe. Aber hier müsste ich jetzt ja auch, jetzt hat er mich gesehen, ne? Wupsi, wupsi, bin ich weg. Komm, wir nehmen mal eben. Wart. Was liegt da denn noch? Bin ich da gestorben? Warte mal ganz kurz. Die hatte ich mir doch genommen. Och, hör doch auf, never. Die hatte ich mir doch genommen. Ich habe gar nicht auf meinen Seelenkontostand geachtet. Das ist ja super blöd. Ja, meine Güte. Wieso hat er die denn nicht gegrapscht? Jetzt muss ich ja nochmal durch diese Wahnsinnigen durchreiten. Ach, du komm ich hier am Rand? Kann ich deren Aufmerksamkeit entkommen, wenn ich mich heimlich hier ganz an den Rand gepresst Oh shit. Ich habe mich vorbeigeritten. So, jetzt. Es gibt auch ein deutliches visuelles Signal. So, jetzt muss ich überlegen, wo ist denn hier noch was Leckeres da drin? Wir waren, wo waren wir noch nicht? Wo waren wir noch nicht? Also da ist er, da waren wir ja eigentlich. Habe ich irgendwas übersehen? Da ist der andere Boy. Vielleicht in, warte mal, hier ist noch eine Abzweigung. Wir sind da, glaube ich, rechts runter. Was ist denn hier noch? Ja, das ist neu. Hier waren wir noch nicht. Guck mal, da hast du auch wieder so ein tollkühner Rittersmann. Ach du Kacke. Ja, okay. Warte, 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 ne, hör mal auf jetzt kurz. Gehen wir mal eine Sekunde zum Heilen. Okay. Okay. Alles klar. Ich stehe an der Wand. Das ist scheiß, nein, 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 nein. Hinter mir war die Wand, deswegen kam ich nicht zurück. Schwarzer Ritter, Endrett. Das war nicht das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben. Unglaublich. Und er steht da und weiß genau, dass da der wohnt und hat nichts gesagt. So, guck mal her hier. Man kann den, okay, man kann den leider nicht, Alter, hör mal auf jetzt. Loll. Okay, ich fliege den einfach nicht ernst nehmen gerade. So, 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 jetzt machen wir aber richtig. Okay, ich nehme ihn nicht ernst. Ich muss ihn jetzt mal ernst nehmen. Ja. Ich kenne hier fest. Okay, ich treffe ihn nicht mal. Okay, warte, 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 warte. Die sind noch nicht, jetzt komm her, lass mal irgendwo wieder reingehen am besten. Au, 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 Er setzt nach. Oh Gott, schlechtes Timing. Okay, warum hast du das gemacht? Dann auch. Au, hinter mir. Das hofft er erneut auch. und einmal kurz snacken. Okay. Okay. Warte. Oh, okay. ja, 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 ne, 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 ne. So. Okay, Endrit. Hier endet es. Für dich. Kriegsasche, Aspekt des Schmelztiegels. Okay. Sehr gut. Gut. Was macht das? Verleiht einer Waffe Affinitäten und Talente. Zur Verwendung mit Schwertern und Stangenstoßwaffen, außer mit gigantischen Waffen. Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe Affinität heilig und folgendes Talent. Aspekte des Schmelztiegels. Flügel. Dieses Talent stammt von der, von den Lebensformen des Schmelztiegels. Lasst euch ein paar goldene Flügel wachsen und schwingt euch in die Lüfte, bevor ihr auf den Feind herabstürzt. Ein Wirbelangriff wird herausgeführt, wenn ihr eine Doppelklinge führt. Okay, geil. Zur Verwendung mit Schwertern und durchbohrenden Stangenwaffen, außer mit gigantischen Waffen. Okay. Frage ist, muss, ist Katana eine eigene Kategorie oder geht die unter Kategorie Schwert? Weil, äh, ich hab ja, glaub ich, hab ich nicht sogar eine Asche da drauf? Hier, guck mal, da hab ich drauf. Das ist ein Katana. Okay, ich glaube, dass es eine eigene Kategorie ist, befürchte ich. Ähm, wir haben natürlich jetzt hier diese geile Blutasche drauf. Die ist ja ziemlich cool. Aber, ja, wir haben halt diesen Blutbild, ne? Die klingt auch schon nice. Also, die klingt nach Spaß. Ich glaube aber, war das nicht so, dass man die Asche erstmal duplizieren, sollte, weil, dann hat man die zweimal. Ich weiß gar nicht genau, ob man die wieder abmachen kann, ohne dass die dann weg ist. Ich hab gar kein, nix mehr hier drin. Man kann sie wieder ablegen. Okay. Nicht, dass wir die dann einmal verbrauchen und dann ist sie weg. War mir nicht mehr sicher. da müssen wir mal ne schöne Waffe dafür finden, weil das klingt schon ein bisschen nach Spaß. MVP war der Türbogen, ja. Der hat uns natürlich ein bisschen Möglichkeiten gegeben. Anbruch des Militärpriesters. Ach, guck mal, jetzt können wir endlich selber festliches Fett herstellen. Ist das nicht fantastisch? Das haben wir uns doch schon immer mal gewünscht. So, ich glaub, jetzt haben wir hier alles, was wir wollten aus diesem Schloss und können dementsprechend wieder abdackeln hier. Gehen natürlich nicht zu Fuß, sondern fahren da so rüber. So, schön wäre natürlich, wenn wir jetzt hier nochmal das Kartenstück kriegen. Also da ist natürlich noch was. Aber hier unten im Süden geht's auch weiter. Beziehungsweise, naja, hier ging's ja nicht weiter. Wir können aber dadurch durch diesen dunklen Schlund. Hier war er, hatten wir schon geguckt. Da war ja nix mehr, ne? Da war unten noch dieses Kreuz. Warst du schon im Keller? Was? Noch ein Item? Wie im Keller? Wir waren auch schon im Keller. Ist das der Keller? Das war doch da, wo diese ganzen Folterinstrumente waren, oder? Da waren wir doch gerade gemeinsam, oder nicht? Da gibt's noch mehr? noch mehr? Ne. Ich bin durch kein Loch gefallen. Echt, da ist noch mehr? ein Keller im Keller. Na gut, dann machen wir das noch mal. Lass mich mal schauen, wie kommen wir denn da jetzt am schnellsten hin? Ein Loch im Boden. Im Innenhof. Also quasi, warte mal. Oh, warte, ist es, lol, ist es das da? Haha, ich glaube, es ist wahrscheinlich, kann ich da runter, oder bin ich dann tot? Ähm, tja. Sehr easy. Hallo, 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 hallo. Ja, komm, und hier ist doch irgendwas. So reichhaltig wird man nicht beschenkt, ohne dass man sich das nicht erarbeiten muss. Ja, ich wusste das doch. Da ist wieder so ein Henker-Meister. Der Doppelkeulige. Warte, warte kurz, warte kurz! So, zum Glück hat hier gerade jemand geblutet, das hat natürlich mir Kraft Iris der Verfinsterung. Was ist denn das? Ich gehe mal das falsche Ding. Auf das Auge eines anderen legen, um Licht in all seinen Formen abzuhalten. Auf das Auge eines anderen legen, um Licht in all seinen Formen abzuhalten. kann auch verwendet werden, um den Segen einer ausgerüsteten großen Rune zu erhalten, auf alle Kosten aller derzeit gehaltenen Rune. Oh, was? Nee, das mache ich nicht. Im Reich der Schatten wurde dieser Gegenstand von den Priestern des Erdenbaums genutzt, um die Furcht in ihren Anhängern zu schüren mit Erfolg. Okay, warte mal. Das Auge nicht benutzt, natürlich. Ich würde hier sowieso nicht jetzt einfach snacken, aber okay. Aber das kostet, wenn ich das verwende, kostet mich das alle Rune. Oh, Marikas Rune habe ich auch noch am Start. Kostet mich das 80.000! Wow! 80.000 Ocken. Da müssen wir vorher alles weg snacken, was wir noch im Portfolio hier angelegt haben. Bevor ich da irgendwas mache. Ja, ja, wir benutzen dieses Ding, dieses Auge nicht. Die Frage ist, ob wir aber die Rune können wir doch benutzen. Oder nicht? Neue Asche. Da kommen wir wieder rauf. bloß eine Nachricht hinterlassen bei den beiden Hasen. Echt? Ja, aber sieht man nicht. Guck. Seht man nicht. So, jetzt kletter ich hier nochmal rauf. Waren wir denn hier schon? Okay, da ist glaube ich nichts mehr. Sind mit gehaltenen Runen nicht die gemeint, die... Oh, das ist eine gute... Ja, Cybertwin, das kann natürlich auch sein, dass das einfach die Runen sind, die ich mit mir rumschleppe und nicht die ich im Gepäck habe. Ja, okay, das wäre natürlich ein deutlich verkraftbarer Preis. Ich habe hier gerade Fischstäbchen mit Reis und Champignonsauce für dich gemacht. Dann fiel mir ein, ich weiß gar nicht, wie ich dir das servieren kann. Nun esse ich es für dich auf seit Loban. Mhm, mhm. Ich war so schlau, das direkt zu benutzen. Jetzt habe ich, habe jetzt circa 800.000 gesaved. Hast du die 800.000 Runen? So, wir wollten jetzt... hier durch dieses dunkle Tal verreiten. Ganz kurz, ist mein Dings noch an? Das nervt mich, dass der immer wieder... Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Hier im Übrigen ist relativ... Warum kloppen die sich alle? Also hier ist auf jeden Fall ein Krieg. Das ist ja ein ausgewachsener Drache. Ne, der ist nicht ausgewachsen. Das ist ein junger Drache. Das ist auf jeden Fall ein junger Drache. Der ist ziemlich zerschreddert. Also der hat schon auf jeden Fall ein hartes... Alter, okay, das ist ja sogar ein Boss. Ja, den lasse ich erst mal die anderen die Arbeit machen. 142.000 Runen, alles klar. Mir ist doch egal. Die machen ja gar kein Damage. Ich glaube, ich sollte das mal jetzt nutzen, dass der abgelenkt ist. Ey, ich helfe euch doch. Meine Fresse. Alter Schwede, okay. Ein einzelner Schwanz hat ausgereicht. Können wir uns darauf einigen, dass wir erst mal gemeinsam den Drachen machen und dann... Ne, offensichtlich können wir uns das nicht einigen. Okay, alles klar. Dann macht ihr doch einfach euer Ding. Okay. Du bist ja echt... Du bist die mieseste... Die mieseste Gestalt von allem. Okay. Wir wollen einfach keine Hilfe haben. Ich wollte das Ponyrufen haben, stattdessen den Boden ausgelusten. Boah. Hallo Apache. Was geht ab? Ja. Okay, okay. Mhm, mhm, mhm. Verstehe. Dann... Andere Taktik. Erstmal holen wir uns jetzt unsere Seelen zurück. Aber das fand ich jetzt wirklich haarsträubend, dass die... mich angegriffen haben. So, ich hab doch hier so einen Bogen jetzt bekommen. Stärke 13, hör doch auf. Können wir noch nicht benutzen. Beziehungsweise hätten wir mal Lust drauf. Ist das überhaupt irgendwas? Ich glaub, das mag gar kein Problem. Ey, hör doch mal auf jetzt! Mein, ihr habt uns doch geeinigt, dass wir jetzt für den Moment zusammenarbeiten. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich helf euch gegen den Drachen. Das ist ja... Okay. Naja, es ist albern, mich da jetzt einzumischen in diese Privatfehle. Vielleicht sollte ich wirklich erstmal schauen, wer gewinnt. Und dann stürze ich mich auf den Überlebenden. Das wird vermutlich eher der Drache sein. Aber ich bin auch wirklich entsetzt, dass über diese mangelnde Diplomatie der anderen Humanoiden... Ich mein, wenn man sich überlegt, okay, wer ist jetzt hier der größere Feind? Der andere Humanoide oder dieser furchteinflößende Riesendrache. Dann muss man doch eigentlich ganz klar zur Erkenntnis gelangen, dass der Drache jetzt erstmal Priorität hat in der Bekämpfung. Und dann können wir uns ja mit diesem berittenen Fremdling auseinandersetzen. Der wird ja wohl nicht so stark sein. Den kriegen wir ja vielleicht gerade noch hin. Aber nein! Jetzt muss ich mir das hier oben angucken. Bis er die alle platt gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt mit meinem Pferdchen eine Chance habe. Der nimmt ja auch gar keinen Schaden. Guck mal, der frisst die Augen auf oder was? Boah, sind das viele. Oh. Boah, jetzt macht er seinen fiesen Teppich. Okay, nein, nein, nein. Also, ihr dümmlichen Kleinen. Du bist aber auch wirklich dämlich, ne? Du bist wirklich ein ganz, ganz dämlicher. Du verlässt jetzt deine Gruppe, deine Freunde. Lässt sie dagegen den Drachen alleine, um mir hinterherzulaufen, wo ich doch auch ein Pferd habe und du sowieso keine Chance hast. Jetzt habe ich euch versucht zu helfen, habe den Drachen ein bisschen gehauen. Nein, ja, jetzt kommt er wieder an. Du bist eine feige Schweinesau, bist du einfach. Du bist ein Feigling. Du gehörst da auch an den Galgen, wo die anderen Feiglinge sind. Ich helfe den anderen jetzt, auch wenn die jetzt das falsch verstehen und mich dann angreifen. Ist mir doch egal. so. Das Gesicht. Boah, wie der die Bäume fällt. Das ist ja schon beachtlich, auf jeden Fall. Oh, Keulen-Boy ist wieder komplett viel am Platz. Okay, das war, ähm... Okay, einfach, komm. Mach auf! Warum spratzt das denn bitte bis da hinten durch? Warum spratzt das bis da durch? Aber ich habe meine Taktik jetzt offiziell geändert. Ich werde jetzt einfach da rein, ich mache die rein raus-Taktik. Ich werde den Drachen die ganze Zeit harassen. Und, ähm... Habt ihr gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen, wie ich eigentlich nur, äh... ihn hauen wollte und dann hatte ich aber außerdem die Fackel in der Hand und dann hat er den mit Feuer, den Drachen mit Feuer angespuckt. Das ist ja auch so selten ineffizient. So. Jetzt gehe ich da direkt rein. Und immer rein, raus. Ah, okay, er raus, ne? Okay, jetzt kommt wieder Collenboy. Jetzt muss ich wieder... Hat eine gewisse Reichweite. Sverditsch, vielen dem Dank. Kann man nicht anders sagen. Ist ein hartes Getümmel. Ja. Was machen wir jetzt? Können auch erstmal so ein bisschen rumreiten, die Szenerie begutachten, schauen, was da noch so ist. Bis dahin hat sich der Kampf entschieden und dann gehen wir... gehen wir rein. Aber es ist zu verlockend, da jetzt dran teilzunehmen. war der ein Pferd, der eine Typ? War der einer mit einem Bross? Oh ne, zu gefährlich. Oh shit. Okay, das ist mein erneuter Tod. Der 18. Ich glaube, ich habe verschreckt reingepunkten, warte. Was ist das? Keine Glut. Wir leben noch. Gar nicht schlecht. Oh, Alter, schade. Ey, 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 ey. So, 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 so. Nein, nicht ich. Ich bin nicht der Feind. Ich wiederhole. Ich bin nicht der Feind. Ich wiederhole. Ich wiederhole. Temporäres Zweckbündnis. Aktiviert. Nicht auf mich schießen. Bin der gute Freund. Ich bin da oben angelangt. Mann, jetzt hör mal auf, mich zu beschießen da. Das gibt's doch gar nicht. Ihr könnt nämlich als Primärziel auserkoren haben. Das ist einfach dumm. Wer ist euer General? Da komme ich euch zur Hilfe, wie die Reiter von Rohan donnernd über die Prärie geschossen, um mit euch gemeinsam dieses geflügelte Elend ein für alle Mal zu besiegen. Und nein, ihr ballert auf mich. Also sowas Kurzsichtiges und Dummes und Hasserfülltes und Irrationales ist mir selten runtergekommen. Ja, hör doch auf! Ja, da war ich zu kierig. Okay. So, wir machen jetzt was anderes. Ich muss diesen Kampf abwarten. Die sind zu emsig darin, mir nach dem Leben zu trachten, anstatt meine Hilfe anzunehmen. Ich werde einen Beschwerdebrief schreiben oder was. Aber okay, dann müssen sie eben alleine mit dem fertig werden. Wir wissen alle, wie das endet. Und dann ist das halt so. Wisst ihr, was geil wäre, wenn ich mir eine Uniform von denen anziehen könnte? Sowas vermisse ich ein bisschen. Ich meine, vielleicht geht das auch. Ich habe es einfach noch nicht probiert. Aber wenn ich jetzt... Ich habe ja von irgendeinem besiegten Krieger bestimmt auch deren Uniform schon. Wenn ich die anziehe, dann kann ich quasi von denen... Werde ich akzeptiert als einer von ihnen. Das fände ich nice. So, wir galoppieren jetzt immer ein bisschen rum. Machen denen das Feldlager kaputt. Und gucken, was hier noch so ist. Und dann warten wir ab, bis der Kampf entschieden ist. Und dann machen wir den Rest. Oh ja, aber das ist verlockend jetzt hier. Einmal kurz. Einmal nur ab. Wir lassen es. Kunde Idee. Wir reiten einmal im Kreis drumherum. Wir alle wissen, wie der Kampf ausgeht. Der Drache wird natürlich gewinnen. Die Frage ist, wie viel Schaden er nimmt. Ich könnte mich ja auch mit einem Pfeil und Bogen hier hinstellen. Ich habe ja diesen coolen neuen Bogen oder Armbrust, den ich nicht nutzen kann. Ich könnte meine Asche schwören und mitkämpfen lassen. Aber die würde dann auch wieder angegriffen werden. Vielleicht nehme ich mir jetzt mal... Vielleicht machen wir das einfach mal so. Aber ich glaube nicht, dass wir da viel ausmachen können mit Pfeil und Bogen. Ich glaube nicht, dass wir da viel ausmachen können mit Pfeil und Bogen. Aber ich kann nicht... Ich muss mir das jetzt hier in Ruhe angucken. Wir sammeln einfach einen Pils. Oh, da gibt es irgendwelche komischen Gargoyl-Typen. Ist der Kampf beendet? Nein. Er tobt immer noch. Was ist das hier? Eine Gestalt. Oh, okay. Ich habe immer noch den Bogen ausgerüstet. Damit ich mich nochmal entschuldige. Ja, kannst du mal da runter... Oh Gott, noch ein Hafen. Könntest du da oben einmal runterkommen? Ich verbrauche auch unnötig viele Flasks. Jetzt kommt die ganze Bande an. Au, ey, 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 ey! Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich verbrauche meinen ganzen Flasks, die ich gleich im Kampf gegen den Drachen brauche. Okay, das ist einfach nur Quatsch mit Soße. Die Pfeile sehen ganz cool aus, die wir da am Rücken stecken. So, jetzt habe ich nur noch 13 Flasks. Okay, das geht ja noch. Ob ich jetzt zurückbekomme. So, kommen wir zurück zum Geschehen. Wir sehen immer noch den halbwüchsigen Riesendrachen Smurgle, der gegen die vierte Kompanie der spitzbergender Gebirgsjäger kämpft. Derzeit sieht alles dann aus, als wenn dieser Kampf noch einige Jahre toben könnte. Allerdings muss man ganz klar sagen, sobald Smurgle hier die Kompanie etwas ausgedünnt hat, wird der Kampf auch schnell vorbei sein. Denn sobald er sich auf einzelne übrig gebliebene Soldaten konzentrieren kann, sollten diese relativ schnell... Oh, er kommt, Smurgle, kommt uns nahe. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Wir wollen nicht wieder mit einbezogen werden in diese Rivalität. Hey, da ist Smurgle. Okay, wir geben ihm einen mit. Einfach, dass wir sagen können... Ja, okay, oder wir sind einfach instant tot. Und haben wieder... Quasi alles, was wir gemacht haben, ist wieder weg. Und wir fangen von vorn an. Hat keinen Zweck, funktioniert nicht. Wir lassen die einfach in Ruhe. Ich galoppier woanders hin. Sie sollen das jetzt... Es fällt mir so schwer, mich nicht zu involvieren. Das ist wegen meiner Zivilcourage. Da stand schon immer früher in meinem Zeugnis, Nils ist sehr schlecht in der Schule, aber hat eine ausgeprägte soziale... Intervenierungskultur entwickelt, die es ihm nahezu unmöglich macht, nicht einzugreifen, wenn der Schwächere zu Schaden kommt. Das ist auch hier so der Fall. Gib mir das und tschüss. Ist mir jetzt egal. Ich gucke mir jetzt das andere an. Dieses Land hat mehr zu bieten, als diese alberne Rivalität. Zum Beispiel diese blöden Harpien, die mich annagen wollen. Und da ist der nächste Harpier. Da. Da. Nimm das. Lasst mich in Frieden. Ich bin ein einsamer Reiter. Hier. Oh, hört ihr das? Ja. Richtig schön. Enkelschmiedestein. Und eine ganze... Oh, ich nehme die mal mit zu dem Drachen. Komm, put, put, put. Los. Zum Drachen. Alle, Mann. Ich habe eine Idee. Komm mit. Nicht weglaufen. Komm mit. Alle, 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 alle jetzt. Nicht nur der vorwitzige Heini. Alle. Hier auch. Komm mit. Die sammeln wir ein. Wie bei Minecraft, wenn man so Schweine fängt. Und daher alle. Komm, wir wollen zum Drachen. Ich habe was Cooles für euch. Ich möchte euch kurz zeigen. Komm mal mit. Die anderen auch. Komm mit. Ja, gut. Ich will euch was zeigen. Lasst euch nicht von den lauten Geräuschen verängstigen. Das ist super. Komm mit. Oh, ja. Gute Idee. Komm. Geh lang. Ich will dir mal richtig zeigen, wie stark ihr seid. Und wie geschickt. Und am Ende wartet ein Topf Harp in Gold auf euch. Komm. Oh, da sind sie so feige, ne. Solche Feigen. Die dann halten mich. Ich muss einfach mal ein bisschen runterkommen. So. Der war schuld. Wie viele von diesen unangenehmen Zeitgenossen. Die hatten wir doch auch schon mal, oder? War das nicht in Dark Souls? Da gab es doch so ganz ähnliche Typen. Die sich dann im Laufe ihres Lebens auch verwandelt haben. Und am Anfang waren die noch flugfähig. Und später waren sie zu schwer dafür. Oder irgendwie sowas. Da gab es doch so Getier. Oh, der ist groß. Genau. Ey, das sind die doch. 100 Pro. Oder war das schon in Eldenland? War das gar nicht Dark Souls? Das waren die schon. Ich glaube, ich habe mich im Spiel geirrt. Das sind schon diese Typen hier. Das waren die. Ja, ja, ja. Ich habe mich im Spiel geirrt, oder? Das waren die schon. Die waren in dieser Burg auch. Das meine ich. Da war so eine Burg. Hier ist noch was Leuchtendes. Wo ist das Ding? Hm, keine Ahnung. Irgendwo muss das... Ich höre es, aber ich sehe es nicht gerade. Aber ich bin auch ein bisschen beunruhigt, weil hier der... Ja, komm. So, hier ist noch eine feine Kirche. Da gibt es ja manchmal auch so Leckardies. Oder was ist das hier von... Oh Gott. Aber wie viele gibt es denn hier von denen? Das ist ja... Das sind richtig Großfamilien hierher. Oh, was ist denn hier? Guck mal, wir haben einen Dungeon oder sogar was in der Art gefunden. Eine Miene. Hier kriegen wir Schmiedesteine. Gibt es hier bitte auch eine Gnade? Das wäre sehr schön, weil ich bräuchte eine... Da ist etwas ekelhaftiges... Ne, doch nicht. Schloss Morn war das ja. Die ruinierte... Ja, da ist... Ne, ist das eine Gnade? Ja, da ist eine Gnade. Das ist genau das, was wir jetzt gerade wollten. Dann können wir nämlich mal eben noch ein Level machen. Wir brauchen nur noch... Ja, nehmen wir eine 20.000er Rune. Und... Boah, ähm... 80.000 Rune. Ja, also pass auf. Zwei von denen. Zwei. Zwei. Was machen wir denn jetzt? Nehmen wir, sollen wir jetzt mal Stärke leveln? So, pass auf. Ähm... Was leveln wir jetzt? Also Kondition ist schon ein Level Cap, oder? Obwohl... Na, na... Ein bisschen Kondition können wir noch leveln. Wir könnten anfangen Stärke zu leveln, wobei... Also das bringt uns für den aktuellen Bild gar nichts. Das ist, glaube ich, Quatsch. Das bringt uns nichts für diesen Blutbild. Wenn wir das... Wenn wir eine andere Waffe verwenden, die auf Stärke skaliert, dann müssen wir eh unseren kompletten Charakter umskillen. Von daher bringt das jetzt nichts. Also Geschick... Bringt uns da schon ein bisschen mehr, aber da sind wir auch schon... drüber, ne? Ähm... Arcan sind wir auch schon im Level Cap. Also ich glaube, fast Kondition... Das ist alles nicht so besonders geil. Minimal mehr Ausdauer. Ja, ich habe das Gefühl... Bringt alles nicht mehr so schrecklich viel. Ich mache Geschick auf 60. Als nächstes. So, jetzt sind wir hier wieder in so einem kleinen Schmied... Wir haben so viele von diesen tollen neuen Schmiedesteinen. Werden bliegt dann Geschick drauf, ja. Dass ich... Wir müssen die natürlich auch erstmal... Dann irgendwann auch benutzen. Jetzt sammeln wir die hier alle ein. Das ist ja auch wirklich toll. Aber wir müssen sie dann auch nutzen. Guck mal da... Achso, das sind wieder diese Typen. Guck. Was macht ihr denn eigentlich jetzt hier? Ich dachte, ihr wohnt da auf der Wiese. Warum wohnt ihr denn? Ist euch übrigens mal deren Gesicht aufgefallen? Dieses... Gruselige Lachen, ne? Das ist das gleiche Lachen, was die auch bei Attack... Äh... From Titan... Ne, nicht Attack from Titan. Attack of Titans oder so. Ihr wisst, diese Anime-Serie mit den riesigen Titanen, die diese Stadt angreift. Die hinter diesen mächtigen Stadtmauern Schutz sucht. Und die haben genau den gleichen Gesichtsausdruck. Das muss irgendwas in der japanischen Fantasy-Welt-Kultur sein. Attack on Titan, ja. Okay, danke. Ne? Wo die... So ein fratzen Gesicht, das muss irgendwas, irgendeine Bedeutung haben. Was kommt jetzt? Lava? Fluten wir das jetzt mit Lava? Nö, ist einfach nur ein geheimer Gang. Oh. Ach, das ist ja lustig. Die kämpfen gegeneinander. Das ist ja herzzerreißend. Guck. Hat er gut gemacht, ne? Sollen wir ihn belohnen? Sollen wir ihm einen Pfeil schenken? Oh, wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Naja, sind die auch weg. Okay. Schnapp, schnapp, schnapp. Ach, Maxim. Machst du jetzt endlich Feierabendprogramm? Oh, warte mal. Okay. Ich könnte jetzt diesen Hebel ziehen. Möglicherweise würde dann diese Tür hier wieder zugehen. Ich lasse das erstmal. Ich gucke mich erstmal um. Bevor man irgendeinen dahergelaufenen Hebel zieht, sollte man sich erstmal vergewissern, was hier noch so ist. So viel Schmiedestein. Ich kann eigentlich auch Händler werden. Ich setze mich zur Ruhe. Du Scheiße. Fuck. Der ist groß. Ich kann ja nicht da jetzt in diese Lava rein. Hallo. Hallo. Boah. Der hat einen Hartenschlag. Hey, 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 hey. Oh, toll. Lava ist krass schmiedig im Gesicht. Rechte ich vielleicht von hier irgendwo, von hier oben? So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Wie viel, wie viel Lava ist da drin? Warte, Rückkampf. Ich bin ein bisschen zu leichtsinnig gerade. So, jetzt kommt der hier seine Pumpe. Du müsstest ja in dem Wasser relativ schnell erkalten eigentlich. Ah, die harte Rückkampf ist. Oh, wow. Okay. Also, ich hab natürlich mit diesen Katar... Ist lustig. War Maxim, warst du nicht von genau... Auch als wir in einem Dungeon waren da? Jetzt hast du bestimmt das Gefühl, wir sind die ganze Zeit im Dungeon. Was ja überhaupt nicht stimmt. Ähm, kleines Déjà-vu. Oh Gott, ist das gerade dumm. Ja, äh, genau. Was wollte ich sagen? Ich bräuchte hier eher eine Keulenwaffe oder so. Die sind gegen Steine immer besser. Und nochmal rausziehen. Okay, alles klar. Komm. Okay, okay, okay. Hi, 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 hi. Mal zu früh. Der klassische zu früh geräute. Okay. Also, ich hab mir noch einen rückgegeben, was ich nicht nett finde. Okay, ich bin zu leichtsinnig. Okay, ich bin verdammt viel zu leichtsinnig. Diese schnelle, flacke Rückkampf ist ungefährlich. Okay, alles klar. Mega dumm. So. Das dauert sehr lange hier mit dem Typ. Kaum Schaden gegen den Steinmann. So, jetzt. Das ist wirklich eine Geduldsprobe hier. Ja, das kommt immer auf den Gegner an, welche Waffe man nun hat. Trefft sie in ihrer... Ja, das habe ich ja schon mal gehört. Und diese Blutkatana, die ja auch echt Spaß machen, aber die sind natürlich jetzt gegen so Steinwesen einfach nicht gut. Da ist es echt besser, noch eine Keulenwaffe als Alternative im Gepäck zu haben. So, da gehen wir gleich durch. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz in Ruhe um. Da oben hängt noch einer. Streckt uns den Po entgegen. So, jetzt. Pass auf. Jetzt wollen wir nicht vergessen, dass hier noch ein Schalter war. Ein Hebel. Besser gesagt. Warte. Hier. Ich will jetzt mal gucken, wenn ich den jetzt ziehe. Wo geht das runter dann? Oder rauf? Hier. Ich lasse das mal so. Aber es muss ja irgendeine Bewandtnis haben, weshalb man das wieder zumachen kann. Vielleicht geht an anderer Stelle dann dafür was auf. Vielleicht ist es so eine Art Tauschgeschäft. Komme ich von hier da rauf? Ich befürchte, nein. Ich glaube, wir müssen den regulären Weg gehen. Hier gibt es keine Abkürzung hier. Kommen wir leider nicht rauf. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Und dann den langen Gang. Hi. Hi. Naja, der eine ist der Locker und der andere ist der Stecher. So, da geht es rauf. Wir gehen aber mal erstmal hier durch. Immer einen Blick an die Decke. Oh, 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 oh. Hi. Pass auf. Folgende Situation. Ich geh kurz da, hol mir die Sachen und du tust so, als wenn ich nicht da bin. Und dann überlebst du das auch. Und so machen wir das. Okay, diese verzögerten Attacken, ne? So, okay. Dann haben wir jetzt ein Agreement, wir beide. Dann gehe ich jetzt hier rauf. Ich erzähle es auch keinem, dass ich dir die Schätze geklaut habe. Okay. Was erwartet uns? Mehr Blobs. Och, Leute. Der hat mich sogar getroffen. Okay, ich könnte da einfach rauf sprinten, den platt machen. Da ist noch ein zweiter Johnny Boy. Oh, der kommt runtergeschleimt. Egal, wir machen das jetzt Action. Nicht nachdenken. Einfach instinktiv handeln. Au. So, erstmal Higher Ground sichern. Die schießen ja auf mich, die Leute. Relativ wenig Flasks. Guck mal, der ganze mühsame Weg schnaufend schlurft er sich hier nach oben und denkt, gleich bin ich da. Nein, bist du nicht. Okay. Da geht es jetzt weiter. Was haben wir denn hier noch im... Hey, warte, wer, warte, wer, 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 was? Der hat wieder so einen heißen Feuertopf. Der ist richtig zornig. Lass mich mal gucken. Da hinten ist, glaube ich, noch was. Das... schnack ich ihm hier einmal ab. Warte. Hier, das war hier noch irgendwas. Da. Genau, diese... Oh, da hinten ist auch noch... Okay, dann lass ich ihn erstmal zu mir kommen. Ich habe jetzt keine Lust, schon wieder eine halbe Stunde gegen den Steinwesen zu spielen. Langsamen Schrittes... Ja, okay. Und... Ui, und wieder komplett falsches Timing. Schnappen wir uns und dann... Hi, hoi, 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 und rauf da. Ja, okay. So. Der kann seine ungezügelte Wut mit sich selbst ausmachen. Ich lass mich davon nicht beeindrucken, dass der so sauer ist. So, was haben wir hier? Da waren wir vorhin. Ah, das ist der Typ mit dem Popo. Alles klar, da können wir uns so gleich mal droppen lassen. Ist das hier ein Fahrstuhl? Das sieht mir sehr fahrstuhlig aus. Da muss ich doch bestimmt runterkommen. So, jetzt gucken wir uns... Alles klar. Okay, der ging genau wie die Kette. Watt. Dankeschön. Keine Pfeile mehr. Ich mag das lieber, wenn ich... Natürlich. Das Heft des Handelns in der Hand habe. Und selber bestimme, wann ich gegen die Kämpfe und so. Watt. Oh. So. Watt, lebt ihr noch? Ey, warte, wo kommt ihr denn her? Was seid ihr denn für Leute? Okay. Kann das sein, dass ich die Hälfte von euch gar nicht gesehen habe? Das ist eine solche Situation, wo man nicht unbedingt mit gerechnet hat und dann schubsi wups. Da klebten deutlich mehr oben an der Decke, als ich wahrgenommen hatte, oder? Die haben sich vervielfältigt. Die haben die Mitose gemacht oder sowas. Oder Maiose. Ich verwechsel. Ich verwechsel das. Mitose und Mitose. Maiose und Mitose. Einen schönen Schmiede-Talisman. Ich war sehr großzügig im Ausgeben unserer Flasks, weil ich nicht gut gekämpft habe. Was haben wir denn jetzt hier Feindes bekommen? Was kannst du? Verbessert Waffenwurfangriffe. Okay. Haben wir natürlich jetzt gerade nicht. Aber interessant. Maxime hat da eine Frage an dich. Hey Dude, ich habe noch etwas Zeit. Wollen wir einen Drachen oder so Koop machen? Achso, ja klar. Let's do it. Pass auf. Ich habe einen schönen Drachen. Ich habe einen sehr schönen Drachen für dich, Maxime. Ich habe einen sehr schönen Drachen für dich. Pass auf. Wie komme ich am schnellsten? Ich kann mich gleich zur Gnade teleportieren. Ich nehme mir aber noch hier diesen Snack da mit. Da ist... Wie viele sind denn da? Einer. Warte, dann laufe ich da jetzt rein. Schnappe mir seine Sachen. Und dann... Gehe ich wieder nach Hause. Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht bin ich dann auch hier schon fertig. Aber ich bin ja noch nicht fertig. Aber ich mache dann einfach fertig. Da musst du nicht so lange warten. Muss ich noch einmal kurz gucken. Hier ist der Typ. Ich glaube, da gab es auch keine Abzweigung mehr. Eventuell war es das auch schon. Wobei ich hier das Gefühl habe, das müsste eigentlich ein Aufzug sein. Aber der hängt da auch an den Ketten vielleicht auch nicht. Warte auf. Dann machen wir jetzt folgendermaßen. Ich rolle da runter. Hol mir da dieses Item, was dem Typen da am Popo klebt. Und dann gehe ich raus. Achso, warte mal. Ist das nicht... Warte mal, hier ist es dieselbe Stelle? Das ist exakt dieselbe Stelle. Okay, dann vielleicht bin ich doch schon durch. Den will ich nicht aufwecken. Aber ich klaue ihm auf jeden Fall hier mal seinen Stein. Kriegt er ja nicht mit. So, und dann müsste doch eigentlich hier auch schon wieder der Ausgang sein. Da muss ich mich auch eigentlich teleportieren. Oder war das nicht? Ne, warte, das ist falsch. Egal, ich kann mich doch jetzt hier von hier... Komme ich da raus? Ne, darf ich gar nicht. Ach, siehste. Okay, ich muss doch manuell diesen Ort verlassen. Ich darf mich hier nicht teleportieren. Muss ich mich kurz orientieren. Warte, 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 warte. Irgendwo kam ich ja her. Da ist noch so ein... Ach du Scheiße. Ach du grüne Neun. Okay, fuck. Ähm. Oh, Scheiße. Oh, jetzt werden sie wach und sind richtig sauer. Ich scheiße mal auf diese kleinen Steine, die wir da noch haben. Warte mal ganz kurz. Hier ist doch dieser... Da habe ich doch gegen den einen Dulli gekämpft. Welchen Weg? Ne, ich bin da lang. Ich kam von da oder da kam ich offensichtlich nicht her. Dann muss ich von da gekommen sein. Ist hier noch ein Schalter? Warte mal, warte mal. Ich muss doch von da. Warte. So, jetzt geht das hier hoffentlich hoch. Oder runter. Ist mir egal. Ach, Mist. Jetzt komme ich hier gar nicht... Ach, ich bin doch hier. Warte. Ach, ich spiele... Ach, guck mal. Es geht nicht. Ach, ach so. Wegen PS5. Ach, das ist ja blöd. Ja, aber wir können gerne discorden. Auf jeden Fall. Sind wir bei Discord? Haben wir uns? Ist Nikola da? Ah, da bist du geil. Hello. Check, check, check. Hallo, mein Lieber. So. Wie ist der Feierabend? Ja, übelchillig. Ich habe gerade mit Bröki ein bisschen Coop gemacht. Ah, nice. Und denen ein, zwei Sachen beigebracht. Weil übelst viele spielen ja... Also jeder spielt ja unterschiedlich. Aber ich habe das Gefühl, keiner nutzt in Anführungszeichen alles. Und ich habe dir auch eine Sache noch beizubringen, die auch grundsätzlich, glaube ich, gut ist. Guck mal, ich habe die Knarre gefunden. Ach, nice, sehr gut. Die Höhle kannst du, glaube ich, später noch beenden. Aber bei dem Drachen möchte ich dir eine Sache zeigen. Ja, zeig mir das. Weil die öffnet dir die Augen für andere Sachen. Komme ich jetzt hier easy eigentlich wieder raus? Ja, okay. Dann sind wir ja direkt beim Drachen. Genau. Und zwar, du bist jetzt bei dem Drachen... Genau, kannst du kurz die Karte öffnen? Du bist jetzt wahrscheinlich da an dem See. Es gibt ja mehrere von denen. Nee, ich glaube, ich bin nicht am See. Es ist so ein anderer Drache, der kämpft die ganze Zeit mit so... Oder ist das für dich der See? Es gibt einen Drachen quasi auf einem See, der zwischen diesen beiden großen Festungen liegt. Ja, 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 okay. Der da wahrscheinlich. Da kann ich mich ja mal hinteleportieren. Der Weg ist ja nicht so weit. Warte, ich gucke jetzt mal. Ich muss jetzt das 3 Sekunden Delay abwarten. Das ist quasi dieser Monstersee zwischen den beiden. Ja, das kann ja nur der sein. Ich gehe da mal hin. Genau, gehe da mal hin. Aber nimm mal die südliche Gnade, um da hinzugehen. Oh, warte, die Sü... Ja, habe ich doch, oder? Genau, perfekt. Ach, ich muss ja alles mit 3 Sekunden Delay sehen. Das ist natürlich gar nicht so leicht. Und zwar möchte ich dir eine Sache zeigen. Ich weiß ja nicht, ob du das jetzt hast. Wenn nicht, musst du vielleicht einen ganz kleinen Minitrip von 30 Sekunden nach Limgrave machen. Das ist ja gar kein Problem. Aber das ist kein Ding. Genau, du setz dich mal an die Gnade. Und du hast ja ein... Du hast ja ein Ushikatana, richtig? Richtig. So heißt das ja. Ushikatana heißt das auch. Genau, das... Dann gehst du mal ins Bonfire und klickst mal auf Kriegsasche. Und klickst mal auf das Ushikatana. Ja, und dann möchte ich, dass du da was auswählst. Währenddessen refreshe ich mal den Stream. In der Hoffnung, dass ich vielleicht... Also, mein blutiges Ushikatana. Okay, so, ich habe jetzt aktuell natürlich das Blutverlust-Ding da drauf. Mhm. Oh, warte mal. Genau, und jetzt machst du mal... Oh, du hast es Gott sei Dank. Mach mal heilige Waffe drauf. Mach mal heilige Waffe drauf. Heiliges Ushikatana. Genau, und du machst es auch heilig. Also, ich rüste die erstmal auf. Also, okay, verstehe jetzt mal. Jetzt meinst du, okay, heilig, ja. Genau. Oh, lol, du hast den einen geklont. Das finde ich geil. Ich habe selber zweimal genommen. Das finde ich cool. Und jetzt machen wir einen Test. Okay, du hast ja... Du dual wieldest, ja. Das ist völlig richtig. Wir machen jetzt was anderes. Und zwar nimmst du in die Haupthand ein Schwert, führst das zweihändig. Und dann nimmst du in die andere Hand, äh, daneben machst du quasi das Ushikatana. Dass du quasi nur nach links klicken musst, um die Waffen zu wechseln. Ja, also meinst du beide Katana in dieselbe Hand, oder was? Genau, das Ushikatana da jetzt hin, wo der Bogen quasi ist. Achso, das heilige Ushikatana da hin. Genau. Okay. Dass du quasi zwischen River of Blood, also zwischen blutige Ströme und dem hin und her switchen kannst. Aber dass sie beide auf der Haupthand sind. Die Idee ist dann quasi, ich möchte dir so einen Vergleich zeigen und dann möchte ich dir eine Mechanic zeigen. So, okay, pass auf. Oh, können wir das mal hier nach Objekttyp sortieren? Dankeschön. So, wo bist du? Katana, 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 Katana. Da. Okay, jetzt haben wir das heilige jetzt. So, jetzt habe ich beide. Okay. Jetzt habe ich sie in der rechten Hand. Aber links gar nichts, oder was? Genau, links einfach mal gar nichts. Okay. So, pass auf. Du kannst jetzt ja quasi zwischen beiden Waffen hin und her wechseln. Ganz schnell, ne? Und die sind beide immer in deiner Haupthand. Das heißt, du kannst zwischen blutiger Metzler und heilige Klinge wechseln. Richtig? Richtig. Geil. Jetzt nimmst du die immer, wenn du gewechselt hast, zweihändig. Und du gehst jetzt zum Drachen und haust jetzt mit deinem River of Blood, also blutige Ströme, einfach mal auf dem Drachen. Und du sagst mir, wie du dich fühlst. Okay, warte mal. Was muss ich da nochmal drücken? Ist doch normalerweise Dreieck zweihändig. Genau. Also bei mir ist es quasi die obere Taste. Also Y und dann nach oben. Ach, muss ich hier noch? Genau. Du hast vergessen, wie zweihändig geht, oder was? Ja, halt original. Ich hab's, glaub ich, noch nie gemacht. Ich weiß sogar, wie. Ah, lol. Wie krieg ich das denn? Wie krieg ich das? Oder das? Dreieck und R1. So war das. Okay, danke. Ah, es ist halt ich mich herguck. Okay, erst klar. Nein, nicht trinken. Wir wollen jetzt meinen Johnny rufen. Okay, wir rufen meinen Johnny und jetzt geh ich zu dem See da, ne? Genau. Und du machst jetzt folgendes. Du machst aber nicht die, du machst zuerst die, du kämpfst mit der, ähm, mit der nicht heiligen Wache, bitte. Mhm. Genau. Und dann reitest du mal hin zu dem Drachen und haust den einfach mal. Warte mal, muss ich mal hin schauen. Und dann sagst du mir, äh, wie du dich fühlst, wie viel Schaden der macht. Genau, du musst auf der Karte das, glaub ich, markieren. Ja. Okay, jetzt bin ich ja natürlich sehr neugierig. Ja, ja, das wird richtig toll. So, und dann guckst du mal, wie viel Schaden das macht, wie du dich fühlst, weil du hast ja gegen Drachen schon sehr oft gekämpft, dank Elden Ring. Und der ist jetzt ja in Wirklichkeit bis auf seine Erscheinung ja nicht anders, aber er hat eine kleine Änderung, deswegen demonstriere ich dir was. Ja, normalerweise gegen Drachen kämpft man ja durchaus mit Pferd, ne? Und da kann ich ja nicht zweihändig mit deinem kämpfen. Doch, aber das Pferd merkt sich quasi, wie du drauf gestiegen bist. Ah, was? Ja, das ist übel weird. Deswegen kannst du manchmal große Waffen nicht führen, wenn du nicht zweihändig, in Anführungszeichen, aufgestiegen bist. Ah, okay. Jetzt muss ich aber zur Sicherheit einmal absteigen. Ja, genau. Ja, was? Ne, kannst du machen. Darf ich in die Absteigen? Ach so, manchmal sind die Felsen komisch. Manchmal musst du zwei Milliliter nach rechts. Guck mal, ich bin nämlich, so, jetzt. So, manchmal mag das Pferd, das Terrain nicht. So, das heißt, du machst quasi zweihändig und dann steigst du auf und das macht einen legiten Unterschied. Okay, jetzt habe ich den mal auf den Kopf. Okay. So, dann haust du den und sagst, wie du dich fühlst. Oh, der hat sich bewegt. Sagst du und du guckst die Zahlen an, was du für Schaden machst. 80, so was? 220 ungefähr pro Schlag. 220 pro Schlag. Wie ich sagen? Ja, 360. Wie findest du denn das? Du hast jetzt ein bisschen auf den reingehackt? Ja, find ich ganz gut. Find ich ganz gut. Findest du gut? Achso, nee. Also. Oh, oh, oh. Okay, dann merkt man es in die Zahlen. Jetzt gehst du zum Bonfire oder gehst weit weg, das ist der Diagrot. Am besten du gehst nochmal zurück zum Bonfire und dann zeige ich dir was anderes. Wir fighten den quasi nochmal von vorne gleich. Okay. Aber mit einem anderen Lebensgefühl. Hahaha. Das ist quasi so das Wichtige. Oh, hier ist eine Hütte, die ich noch nicht kenne. Ah, aber kommen wir später wieder. So, ich glaube, bei der Hütte könnte sogar ein Bonfire sein. Aber du kannst auch das alte nehmen, das scheißegal. Nimm mal wissen, das ist das alte. Achso, nee, das ist die andere. Nee, da ist kein Problem. Dann nimm nochmal das alte Bonfire, damit der ordentlich resetet. Und dann machst du folgendes. Ähm, dann steigst du, also du gehst nicht aufs Pferd, sondern wir üben erstmal und gucken, was Heilige Klinge eigentlich macht. Weil in dem Spiel ist es übelst krass, die L2-Attacken zu benutzen. Also übelst krass. Oh. Kosten zwar ein bisschen Mana, aber das ist nicht viel. Das heißt, du hast jetzt gemerkt, du hast jetzt so einen Superstrahlfeuerstab, richtig? Ja. Der hat solide Range, das ist nicht so viel. Aber er hat zwei Instanzen, witzigerweise. Er trifft, ähm, es kann sein, wenn du das im Nahkampf quasi machst, dass das Schwert und das Geschoss gleichzeitig trifft. Und wenn das Ding einmal abgefeuert worden ist, hast du 60 Sekunden lang plus 90 Holy Damage. Was sehr viel ist. Oh. Und jetzt gehst du mal zum Drachen, steigst vor ihm ab. Also steigst am besten so ab, dass du einmal so in seine Phrasen hauen kannst. Und zwar mit dem L2. Das machst du ein einziges Mal und dann kämpfst du mal normal. Und dann gucken wir uns mal die Zahlen nochmal an. Okay, jetzt hab ich das so zack. Okay, das probieren wir jetzt mal. Galoppi, galoppi. Und dann teilst du mir dein Lebensgefühl mit. Ich hab ja zwei von diesen Katana, ne? Das heißt, ich könnte die Asche auch duplizieren, aber... Oh, da ist, guck mal, da. Ist das... Hatte ich die schon? Da oben? Das ist, glaub ich, die Gnade, die du meintest, oder? Das weiß ich nicht. Es gibt hier aber mehrere. Ich hab die jetzt nicht im Kopf oder so. Ich hab das Spiel auch grad ausgemacht. Es gibt ja noch kein Crossplay, tatsächlich. Die hab ich ja komplett übersehen hier. Was gibt's noch kein... Ach, Crossplay, ja. Ach so, warte mal. Ich hatte schon wieder vergessen. Spielst du auf Xbox oder PC? Ja, PC tatsächlich. Aber ist auch okay. Ja, kann man dann ja auch... Also... Gibt's ja wahrscheinlich auch ein paar Vorteile dann, ne? Na gut. Ich hab zum Beispiel Elden Ring das erste Mal auch auf Playstation gespielt. Die Performance ist einfach so viel besser. Ja, aber gibt's sowas wie Randomizer und so? Kann man da machen. Stimmt. Man kann mehr Blödsinn machen. Das wusste ich jetzt, ja. Warum ist der jetzt nicht am Schlafen, wie sich das gehört, um diese schlaftokende Zeit? Ja, das ist nicht schlimm. Wir gehen einmal hin und versuchen quasi einmal in sein Gesicht zu feuern. Danach kannst du wieder aufs Pferd gehen. Aber du guckst quasi auf die Zahlen. Das ist so das Wichtige. Ja. Ich schleich mich einfach. Ich kann ja auch in sein Fußgelenk kloppen. Oh, er schläft. Nee, nee. Versuch das Gesicht zu treffen. Das Gesicht quasi mit Schlag und Schuss. Das wär der Traum. Oh, mach. Ah, okay. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ja, okay. Bleib mal, komm mal runter mit deinem Gesicht. Bitte. Ja. Oh, 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 okay. Das ist ja völlig lächerlich. Und jetzt kannst du quasi entweder weiterfeuern. Aber ich würde es nicht machen, weil es kostet natürlich Mana. Jetzt kannst du quasi aufs Pferd steigen. Den normal fighten. So wie du den immer fightest. Du dich halt am wohlsten fühlst. Das war einige nötig. Da versichert auch einen Bonus treiben. Warum? Warum was denn? Okay. Aber I see. Das ist heftig, oder? Der Unterschied. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist ja, also es gibt ja Rivers of Blood. Ist ja so das Pendant dazu. Achso, super. Nicola hat dir immer das Gameplay angemacht auf Discord. Dann hast du nämlich unmittelbar. Ah, weil du dann in dem modernen Setup bist. Oh, das ist geil. Das nehme ich natürlich sofort wahr. Genau. Aber das ist natürlich mega nice. Das funktioniert, wie gesagt, gegen Untote extrem gut. Das heißt, wenn du... Also ich habe zum Beispiel das Kevin Claymore-Bild. Ne? Kevin ist flexibles Fuck. Das ist quasi ein Claymore, wo ich immer eine andere Asche drauf mache. Mhm. Und wenn Kevin geskelettes sieht, untote Drachen, Deathbirds, by the way auch, du three shottest die. Ne? Weil der Damage der Waffe natürlich extrem krass hoch geht. Also der Damage vom Schuss, je krasser deine Waffe ist, je größer sie. Na, wenn du halt so eine übelste Monsterwaffe hast, dann ist das halt sehr, sehr nützlich. Das heißt, wenn du ein bisschen auf Long Range bist, kannst du einen Schuss machen. Ansonsten würde ich sagen, Schuss, so wie jetzt. Und dann hackst du einfach auf den rum. Wenn er sein Gesicht zeigt und du in Gesicht-Schuss-Range bist, dann würde ich auch schütteln. Und dann würde ich auch schütteln, wenn der Feuer schreit oder um so einen Kack. Weil dann wird es absolut illegal und ein Schaden angeht. Eiiiiei. Eiiiiei, genau vor sein Gesicht gelappnet. Warum? so sehr gut manchmal bleibt man ja schon in den arsch oder das wieder tun genau das einzige problem ist eine zeit meiner verbrauch muss ja gucken ob die maler post heute mitnimmt also ich habe zum beispiel mal zwei bis drei dabei weil ich ja dann die selbst richtig sehr häufig nutzer weil sonst hast du übel aber das ist ok das ist krass ich habe jetzt natürlich so ein bisschen probiert aber das ist ein richtig krasser unterschied aber das kommt ja auf die kreatur vermutlich an gegen die man dann spielt genau also gegen holy logischerweise gut genau untote drachen death birds und wenn skelette und es gibt ja auch diese untoten als mit so andere unter alle die quasi wieder aufstehen zum beispiel stehen da nicht mehr wieder auf die sind quasi die sind quasi instant was natürlich auch ein großer vorteil ist aber du kannst auch so feiern dass du sagst du springst ab macht die machst du einschuss ins face von dem schweiz wieder auf genau steckt wieder auch ein haxel bei dir gerade diese flamme attacke die er gerade gemacht hat selbst probenent du hast natürlich die waffe auch ein bisschen ein bisschen holy drauf von natur aus weil du hast jetzt ja die waffe holy gemacht und bei untoten ist das witzigerweise so die kriegen quasi keine schadensresistenz sondern legit doppelten damage es gibt ja diesen eintrachen da auch müssen stimmen der schuss noch fehlt kannst du trotzdem aufsteigen also einfach aufs fährt und dann über dem fährt feiern aber du musst nicht unbedingt den schuss treffen also ich beide die auch immer mit dem fährt ja das ist auch einfach aber ich habe ich finde es manchmal auch ganz geil ehrlich gesagt du hast später dort tatsächlich so ein groß katana gefunden gerade in der mittelgeschichte doch doch du hast vor uns gerade eingesammelt groß katana ja 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 du bist vor uns hier das waren groß katana genau das ist so ein bisschen also selber einfach großer und spätestens später noch eins was extra zur drachenjagd quasi da ist und da wirst du auch sehr glücklich sein es ist schon abgefahren weil das katana was wir jetzt hier gerade spielen das ist ein original das erste was man im spiel kriegt ja damit kann man ja starten bzw wenn du wenn du als samurai startest findest du findest du ja auch recht schnell wieder ganz recht gut genau wenn die waffe nicht mehr leuchtet perfekt da kannst du quasi schieben die deutschen zu tun und dann einfach nur jetzt musst du aufpassen weil manchmal trotz der quasi feuer unter sich und das hat mich bei dem nummer übel zu nerven da musst du übel weit weg weil das macht viel mehr schade aber das ist ja wo kriegst du solche tricks und schnippe her liest du das irgendwo durch oder hast du das alles selber hier irgendwie erarbeitet also vieles lese kann man lesen oder eigentlich alles kann man lesen wo jetzt genau das herkommt weiß ich gar nicht mit der mit der klinge weil ich habe das dann wir haben irgendwann mal so ein bingo run gehabt bei einem event und ich wollte da waren dann übelste pros dabei aber ich habe dadurch überintelligenz den dritten gemacht und die kompensatoren waren halt übel erstaunt weil wir mussten quasi ein limbgrade übelst viel schaffen und ich habe quasi ja genau deswegen immer nur ab und zu deswegen machen aber du kannst ihn doch so tun und da habe ich hab meine asche auszusehen beschworen das wollte ich aufs pferd gemacht ich wollte aufs pferd auf meine asche geholt kämpf ich jetzt noch weiter aber du kannst wenn du willst deine deine flaske verteilen ja ein ein mana board mitnehmen ja das bringt auf jeden fall was ich hatte das auch mal eine zeit lang weil du hast ja dieses diese river of blood auch auf dem katana wenn du dieses blutasche darauf machst das ist auch ganz geil die wurde aber glaube ich ziemlich genervt ja es wurde super viel genervt also ich habe zum beispiel auch ich spiele quasi großschwerter und ich habe ja dieses schwert von raikard dieses blas famous sort das habe ich zum beispiel auch gespielt und das wurde als immer noch übel strong aber es wurde glaube ich jetzt so angepasst dass es wirklich fährt also river of blood war ja einfach nur dumm so das ist ja nicht wirklich krass aber trotzdem mal wirklich das erste schwer das ist schon erstaunlich aber ich muss sagen hier habe ich bislang noch nichts gefunden was zumindest meinem bild entspricht das sind eigentlich alles stärke waffen die ich habe ja so ein paar wachen kann man hier wieder eingehen da muss man die waffe wechseln du hast noch den das andere genau und ja also einige sobald ja eine asche drauf zu machen ist entscheidest du ja selber wie eskaliert so deswegen das sind wir ganz geil aber so ein super krasses excaling oder sowas auf 6 habe ich nicht aber es gibt halt es gibt halt noch mehr katanas tatsächlich und die groß katana das sind aber meistens quality builds tatsächlich bis zu zweit an die mangelung hier im herzen ach ja der schwanz ja da kann man springen das ist immer nicht cool genau heilig noch mal das war sehr gut zur seite ich bin äh ja 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 das war mein quality in rot Versuchst zu rollen. Kannst du es zeigen? Ah, da geht es. Und dann nochmal aufs Face. Wenn er so seine zwei Schläge macht, dann können wir das machen. Kannst du richtig so sein, wie sie sich da nicht sehen. Hey, was ist denn? Ah, der liegt da. Genau, und manchmal macht er so Flammen. Oh ja, das muss ich weg. Bleiben die unter seinem Bauch? Oh ja. Die kommen ran. Die sind richtig stark. Die sind viel besser als die anderen. Oh, okay. Oh, wie sieht es los? Wo bin ich dran? Jo, komm mal. Ja, um Pferdefeil zu probieren, ja. Ne, da bin ich auch schon tausend mal gesprungen. Das sieht natürlich geil aus. Da ist man genau in der Scheibe drinnen. Ne, versuch lieber ohne Pferde. Ähm. Gehen wir mal an den Rand. Okay, das war gut. Warum? Ja, manchmal verfehlt der auch. Ja, der auch. Ja, der auch. Oh, der auch mal an den Rand geht. Ja. Ah. Oh, gut auf die Erde. Das ist gar nicht. Alter, die. Die Camper ist überhaupt nicht, was passiert. Sehr gute Roll. Heute mal heilen. Oh, sehr gute Roll. Ah, das war der Verzögerte. Jetzt kannst du noch einmal schieben, weil du keine hast. Genau, und hier siehst du quasi, dass der Schlag und der Schuss gleichzeitig gefehlt werden. Oh fuck. Sehr geil. Okay, das ist schon ziemlich stark. Deutlich besser als der Blutbild vorher. Krass, okay. Genau, aber ich weiß gar nicht, ob der bluten kann überhaupt. Weil der ist ja gar nichts mehr knochiges. Wobei es gibt auch so Geister, die bluten können. Aber das ist schon gut zu wissen, weil gerade bei so großen Bossgegnern, ich bin ja, was das angeht, ich bin ja echt ein Casual-Spieler. Ich kann mich komplett in was reinbeißen in so einen Bosskampf und versuche dann die Patterns auswendig zu lernen. Und ich gehe dann immer mit so einem blöden Realismus rein, zu sagen, okay, das ist jetzt mein Charakter. Den habe ich die ganze Zeit so gespielt. Ich gehe da jetzt rein und muss den dann auf diese Art und Weise besiegen. Was ja Quatsch ist, weil das Spiel so viele Mechaniken bietet. Ich reduziere mich schon darauf zu sagen, ich summon nie. Ich mache auch meine Asche. Also hier meinen Geist summe ich auch nicht. Aber auch die Leute davor nicht, die man summen kann. Und versuche da so aber genau solche Sachen zu gucken. Okay, was ist das für ein Gegner? Was kann ich innerhalb meiner Möglichkeiten da optimieren? Da kannst du eine Menge machen. Das ist auch, finde ich, das, was Spaß macht. Also zum Beispiel gestern habe ich auch so einen der schwersten Bosse im Spiel gemacht. Oder ich habe den nicht gemacht, ich habe den heute Morgen gemacht. Aber gestern Abend am Laptop einfach gechillt und geguckt, okay, was ist so eine gute Taktik, wo natürlich immer noch so ein bisschen Skill gefordert ist. Aber wo ich mich quasi mega, mega wohl mit fühle. Und wenn du sagst, also ich glaube, man sollte nicht judgen. Man kann einfach mit Aschen beschwören, so wie man Bock hat. Also jeder soll wirklich so spielen. Um Gottes Willen natürlich, klar, ja. Und man macht sich das Spiel so schwer, wie man am liebsten Bock hätte. Aber ich finde so Mechaniken nutzen, die einen glücklich machen, das ist wichtig. Und da möchte ich dir noch eine einzige zeigen. Unbedingt. Und zwar würde ich gerne, wie viel brauchst du zum Leveln? Kannst du die 130 wegballern, damit die weg sind? Genau, mach das mal und dann zeige ich dir noch einen coolen Spell. Oder noch eine coole Asche. Die du dann quasi bei der Rinella nutzen kannst. Aber meinst du jetzt, ich soll ein Level kaufen, damit ich nichts verliere? Oder meinst du, ich soll die jetzt für irgendwas ausgeben? Das habe ich nicht ganz verstanden. So wie du Bock hast. Also Hauptsache, die sind nicht verschwindet. Weil du meinst, ich verliere sie oder was? Weil ich sterbe oder was? Wir werden jetzt wieder sterben, klar. Ja, ich würde dir noch mal zu der Rinella dich schicken. Wo nur ein, zwei Sachen noch zeigen, die mir sehr bei Bossfights gefallen haben. Pass auf, ich glaube, ich muss nur 192.000, also 70.000. 73.000, beziehungsweise 63.000, das ist ja gar kein Problem. Das machen wir kurz und dann ist was weg, ist es weg. So 63.000. Guck mal, ich habe ja sogar so eine 80.000 da eben. Boah, ja, hau die weg. Ja, dann habe ich zu viel verschwendet. Wir machen das jetzt mal so. Was haben wir denn hier? Das sind 35.000. Das snacken wir kurz weg. Genau, ich will quasi den, also was mich sehr glücklich macht. Also ich wusste dann quasi gestern Abend, dass ich am nächsten Tag einen Banger-Stream haben werde. Weil ich wusste, ich habe einen Weg gefunden, den Boss zu spielen, wie er mir persönlich sehr viel Spaß macht. Und bei mir ist es quasi so, ich will den Boss nicht machen und ich habe mich totgeschwitzt und ich habe den geschafft, sondern ich will immer quasi Bosse so machen, dass ich, wenn er jetzt stirbt, ich ihn sofort wieder machen könnte. Also 100 Prozent nochmal. Ah, okay, okay, dass du ihn, ich verstehe, dass du ihn quasi so entschlüsselt hast, dass es kein Glück ist, sondern dass du, ja, ja, okay. Genau, und das ist quasi so mein Ziel. Deswegen spiele ich ja zum Beispiel mit so einem monströsen Riesenschild. Ich gehe in Fight rein und schilde erstmal alles weg und beobachte nur, was er tut. So beim ersten Versuch werde ich ihn quasi nie machen, weil ich will auch von allem gegrappt werden und sowas. Die Designer geben sich ja übelst Mühe. Ja. Die lassen sich ja übelst geile Sachen einfallen. Genau. Geh mal auf die Kriegsasche dann. Also du hast auch gerade Kahn geschickt, sehe ich gerade. Holy shit. Das ist einfach so OP. Äh, genau, Ushikatana und dann, äh, guck mal, ob du Frostnebel hast. Glaub nicht, oder? Habe ich Frostnebel? Ah, okay, dann muss ich ganz kurz googeln, wo der ist. Bei den musst du holen. Gegen Renate? Gegen alles, also gegen das gesamte DLC. Okay. Äh, Elden Ring, Frost, 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 Frost. Genau. Ich guck mal ganz kurz. Frostbite. Genau. Weißt du denn, was Frost macht? Frostschaden nehme ich an. Genau. Es macht, äh, also weißt du noch genauer, was es macht? Nee. Nee. Du Pädagoge, ey. Haha, das ist so krass. Aber das, das ist nämlich absolut insane. Äh, Frost macht quasi zehn Prozent... Langsam auch? Äh, nee, das, das hätte man nicht ahnen können. Nee, aber tatsächlich, es macht zehn Prozent maximale jemals Damage. Aha. Und dann ist der Gegner gedubuffed. Und zwar verliert er quasi, ähm, 20 Prozent seiner Resistenzen. Also er kriegt 20 Prozent mehr Damage. Okay. Und das für 30 Sekunden. So, es ist einfach, es ist unnormal, dumm. Ah, bei Rinala, okay, da muss man natürlich in der Zeit auch, ähm, man muss rein dann. Und auch, weil das Problem bei mir ist, ich habe immer noch Zeitfenster für einen Schlag. Ja. Und dieser Schlag wird ein richtig geiler sein. Genau. Du portest mal raus, bitte. Und zwar auf die Main Map. Da kann man, glaube ich, R1 drücken. Und dann ist man sofort da. Und du gehst mal zu den drei Türmbogen bei Rani. Oh, das war hier, ne? Oder? Genau. Bisschen höher? Höher? Äh... Noch höher? Warte, 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 warte. Hier war das genau. Genau. Da gehst du mal an den Bonfire von Rani. Die Rani's Kammer? Oder? Ne, das untere, genau. Und da links, äh, rechts hast du ja so, ähm, so Ruinen gesehen. Da reitest du mal ganz kurz hin. Das dauert wirklich nur zehn Sekunden. Ich glaube, du kannst sogar jetzt schon losreiten. Rani's Turm haben alle ein tolles Leben. Ne, da nicht. Weil da, oder? Okay, sehr gut. Fantastisch. Ähm, genau. Da müssen jetzt links irgendwo Ruinen sein. Auf diese Ruinen... Jetzt bitte ein bisschen weiter rechts. Zu da links. Hier irgendwo. Du musst jetzt mal zuhören, ob da ein Skarabeos zu hören ist. Also du reitest einfach mal voll rein. Und da müsste irgend so ein Typ, äh, so ein Skarabeos sein. Mit so einer... Mit so einer Kugel. Und den tötest du. Ups. Und den... Den kannst du auch... Guck dich einfach mal hier um. Ich kenne es leider nicht auswendig. Na, kann so ein bisschen nach links gehen noch. Ich sperre die Lausche auf. Ah, noch weiter. Mach die Kamera ein bisschen höher, dass wir quasi ein bisschen mehr sehen. Ne, noch weiter. Jetzt sind wir auch mal wild rumreiten. Ein bisschen weiter rechts noch. Noch weiter rechts. Genau hier. Da alles, wo so Gebäude sind. Dass du die alle kurz abklapperst und mal genau hinhörst. Ja, ich höre was. Wenn du was hörst, dann rauf. Vielleicht kann es jetzt über Discord nicht hören. Aber hier müsste ein Skarabeos sein. Da oben ist er. Da, da ist er. Genau, zähl den mal. Au, hat er mich gerade gehauen? Lol, der hat ja Fall Damage gemacht. So, das ist eine der stärksten Aschen im Spiel. Das ist ja lustig. Die ist richtig stark. Genau, jetzt gehen wir sowieso zurück und stellen uns für das Tor von Renela. 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 Ich weiß gar nicht, wie hier richtig heißt. Und bei Namen bin ich vollkommen verloren. Ja, Renala oder so. Keine Ahnung. Äh, ich müsste eigentlich da oben sein. Genau. So, und jetzt machst du das auf dein Ushikatana. Ushikatana? Das ist quasi dein Kevin. Ah ne, vielleicht falsch. Warte mal. Nicht da unten war das, ne? Oder? Da. 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 Ich kenne mich nicht mit den Portpunkten gut aus. Naja, du bist ja auch so schnell durchgerannt. Das merkt man sich dann ja nicht. Das merken wir wirklich nicht. Genau. Das heißt, wir setzen uns wieder hin, nutzen die Kriegsasche und machen mal Frost drauf. Und hier machen wir es aber so. Das heißt, du machst Frost, den Frostnebel. Und das Scaling machst du so, wie du am meisten Damage machst. Könnte bei dir solide sein oder wertig, musst du mal gucken. Eisig würde ich nicht machen. Wertig? Oh. Wobei, du hast übelst vier Arcan. Warte mal. Guck mal Eisig nochmal an. Oh, du hast so viel Arcan. Vielleicht kannst du sogar Eisig spielen. Rein von... 161, warte mal, 108. Sagen wir mal... Ja, aber die Frostauslösung ist übel. Krass, Mann. Das Bestau löst Frost aus 105, ja. Oh, das ist übeldumm viel. Ja, nimm mal Eisig. Du wirst jetzt wenig Schaden machen mit Auto-Attacks, aber das ist nicht so wichtig. Genau. Und jetzt spielst du folgendermaßen. Du spielst zweihändig gerne. Du kannst die zweite Waffe nehmen, was du willst. Ne, ne, Entschuldigung. Das war ne Lüge. Du kannst dual wielden oder einhändig spielen. Das ist eigentlich scheißegal. Okay, pass auf. Dann... Du kannst in der dritten Hand, also in der Haupthand, das Ushikatana haben. Damit du den Ushikatana-Spell hast. Warte. Das ist quasi die Idee. Also... Ich hab ihn jetzt in der rechten Hand. Aber du meinst... Du hast ihn in der rechten Hand? Genau. Und du nimmst das andere Schwert wieder in die andere Hand. In die linke sozusagen. Genau. Okay. Dann können wir ja jetzt... Das ist ja eigentlich... Ich könnte nicht sogar das Blood-Ding dann jetzt. Ist ja eigentlich egal, ob ich... Das ist egal. Also mit welches Katane du dich am Boot spielst. Ja, ich nehm einfach dann das hier. Das hat halt ähm... Macht auch noch Feuer-Damage. Das andere ist nicht... Ja, Feuer-Damage ist sehr gut. Weil da kann ich dir quasi noch einen Trick quasi verraten. Pass auf. Und jetzt passiert quasi Folgendes. Du mach mal Frost-Nebel. Mach mal das L2. Dieser Attack ist wie, als wenn es eine schwere Attack ist. Und Gegner tendieren dazu, in dieser Wolke zu bleiben. Mhm. Oft ist es so, dass die quasi dann... Also sehr lange dort stehen bleiben. Und fast immer beim ersten Mal sogar schon Frost getriggert wird. Wenn nicht, ist deine Waffe jetzt eine Minute lang mit Frost-Bonus ausgestattet. Das heißt, wenig Attacks reichen aus, um Frost zu triggern. Das Coole ist, deine andere Waffe hat Feuer. Feuer resettet den Frost-Debuff. Genau. Du kannst also... Du machst quasi jetzt wenig Auto-Attack-Damage. Aber wir versuchen quasi immer Frost drauf zu kriegen. Und jetzt musst du dir... Und jetzt... Wir gehen quasi nicht einfach random in den Fight rein. Sondern wir gucken jetzt, wo ganz, ganz safe Auto-Attacks sind. Oder Momente, wo sie angreifen und wir rollen. Wo wir einfach nur L2 drücken. Also wir rollen L2. Ja. Sofort. Weil wir genau wissen, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Das sind quasi auch die Momente, wo du zum Beispiel trinken könntest oder so. Mhm. Und bei ihr ist es oft der Doppel-Slash. Sie macht ja quasi Doppel-Slash von links, Doppel-Slash von rechts. Und dann hört die auf mit ihrer Kombo. Ja. Dann machst du L2. Und dann, wenn die so über Kreuz beide Schwerter haut. Das ist auch oft der letzte Tag einer Kombo. Ja. Und den kenn ich. Der ist richtig mies. Weil dem gehen oft diese schnellen Jabs voraus. Und den kann man ganz schwer ausweichen. Okay. Jo. Die sind super. Und wir machen jetzt keine Auto-Attacks. Sondern wir rollen und gucken nur, wann können wir quasi rollen into L2. Du machst mal nur das L2 und lernst diesen Frost kennen. Okay. Let's try it. Ich mach noch einmal. Resette nochmal die Klinge. Genau das so. Aber du meinst, dass das Feuer, ganz kurz, dass wir uns richtig verstehen. Dass das Feuer den Frost-Debuff resettet. Das ist was Gutes? Genau. Das ist was Gutes. Weil erst, wenn der Frost ausgelöst wird, dann ist er resetbar. Okay. Das heißt, ausgelöst meinst du, wenn der Balken voll ist? Ja, die kriegt quasi, wenn der Balken voll ist, platzt sie. Dann kriegt sie diesen prozentualen Schaden. Danach ist sie gedubuffed und kriegt Bonus-Damage. Und jetzt haben wir quasi die Möglichkeit, entweder wir lassen sie eingefroren und nehmen quasi nicht das Revolve-Blatt, weil wir dann 20% Bonus-Schaden machen. Oder wir sind so cool, wir lassen das Revolve-Blatt drinne, resetten sie und machen nochmal Frost drauf. Und nochmal und nochmal und nochmal. Also du machst dann quasi mehr prozentualen Schaden als Auto-Attack-Damage. Das heißt, du könntest einfach mehrfach dann machen sozusagen. Ja, wir resetten das immer wieder. Aber du musst jetzt ein Timing finden, wo Frostnebel funktioniert. Und das ist normalerweise am Ende ihrer Kombo. Das heißt, du machst keinen Angriff, sondern du machst dann L2. Das zum Beispiel ist so ein Fenster. Fake. Jetzt rollst du wieder durch die Gegend. Jetzt hast du es schon ausgelöst. Und jetzt einfach schweigen oder was? Jetzt kannst du schlagen, wenn du willst, ja. Jetzt suchst du wieder ein Zeitfenster, wo du schlagen kannst. So. Meistens am Ende einer Kombo. Na, das der ist übelst eklig. Da kann man theoretisch sogar richtig fies sein und sie hitten. So, genau. Trink nochmal einen Schluck. Immer wenn sie so glibbert, hat sie halt wirklich immer noch diesen Bonus-Schaden drauf. So. Nervt. Okay. Okay. Das ist der Doppelschlag. Das ist unser Frost-Moment. Genau. Den musst du quasi instant machen. Und du siehst, guck mal, wie schnell das macht. Du hast schon sofort instant Frost ausgelöst. Okay. Und das ist nur von einem Move. Das ist viel, 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 viel mehr, als wenn du Auto-Tags machst. Und der Traum jetzt, das machst du aber nicht jedes Mal. Na? Weil wenn da schon Frost drauf ist, dann bringt es nichts. Ah, okay. Dann ist es wie normal. Dann ist es viel besser normaler Auto-Tags. Weil was du jetzt, also die fieseste Kombo ist Frost plus Bleeding. Und das hast du ja. Ja. Du hast quasi Damage weißt. Aber solltest du jetzt ganz normal schlagen dann, oder was? Ja. Also im Prinzip solltest du nur jetzt rauskriegen, okay. Wann sind safe Frost-Debuffs möglich? Aber jetzt wäre zum Beispiel wieder, oder? Aber jetzt ist ja... Ja, wenn sie diese Phalanchen macht, ist übelkacke. Da würde ich mal weggehen. Aber jetzt, das ist so einer. Ihr Dash ist absolut terrible. Tu mal, wie lange sie da steht. Jetzt kannst du nicht. Aber fang. Aber ich sollte sie jetzt quasi dann immer wieder in die Wolke reinlocken, meinst du? Entweder die Wolke reinlocken oder actually angreifen. Also du hast deine Waffe ja nicht nur, du hast nicht nur die Wolke gemacht und zugeschlagen, sondern du hast eine Waffe, die dann extra Frost-Effekte auslöst. Okay. Und dann aber... Ja, jetzt habe ich natürlich überhaupt nicht auf sie eingeschlagen, aber jetzt haben wir einfach nur diesen... Wir haben jetzt erstmal nur getestet, wann sind unsere Frost-Fenster. Ja, ja, gut. Weil die sind wichtig. Wir haben quasi immer das Ziel, zuerst Frost auszulösen und dann... Und dann klopp mal. Okay. So, das ist auch eine schlechte Attack von ihr. Genau. Jetzt wieder rollen die Blöde. Die hat Frost ausgelöst. Jetzt kannst du nach Attack-Fenstern suchen. Was sind deine Lieblings-Attack-Fenstern? Immer wenn die Kombo durch ist. Okay. Ja, die geht ein Brenzlos. Ja, das ist die 7er-Kombo. Ja, das war's. Genau. Genau. Das musst du quasi nicht machen. Das kannst du dir dann quasi abgewöhnen. Weil jetzt kannst du ja quasi wieder Hits machen. Jetzt, weißt du ja. Nee. Ja, ja, ja. Ich weiß, das war jetzt ein Fehler. Weil sie den Buff noch hat. Nee, das ist kein Fehler. Du machst ja trotzdem Damage. Aber die... Also stell dir mal vor, du hättest einen normalen Hit gemacht und dann kannst du das immer wieder machen. Dann spielst du richtig. Alter, wie schnell das ausgelöst wird, wenn du die Akane hast. Ja, die ist es sicherlich. Das müssen wir echt spielen. Nee, wir gar nicht machen. Ah, fuck, fuck. Das ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Du hast doch eine volle Art. Okay. Alles gut. Ja, das ist unser Fenster. Jetzt kannst du wieder normal zuschlagen, weil du kriegst es auch so ausgelöst. Die war ja kurz in der Wolke. Sie steckt schon ordentlich den Diva. Und du kannst jetzt wieder deinen normalen Doppel-Auto-Attack machen. Nice. Oh, klar. Ja. Das ist okay. Das war eine Stunde. Genau. Jetzt kannst du wieder mit L2 probieren. Du kannst auch die Wolke vor ihr casten einfach und dann sie reinlaufen lassen. Das ist der Moment. Bang. Und weg von hier. Sie chillt dort. Und jetzt kannst du normale Auto-Attack machen. Ja, das ist das Fenster. Rein, rein, rein. Hier ist aber wichtig. Rein. Und bam, bam, bam. Genau. Und wichtig. Greifst du mit L1 an? Normalerweise ja. Jetzt gerade nicht. Okay. Ärgerlich. Schönes Ding. Jetzt ist der Frost-Debuff instant weg. So. Und jetzt können wir vielleicht noch Mana noch mal trinken. Weil wir können das glaube ich nur noch einmal machen. Sehr gut gerollt. Ah, fuck! Ist nicht schlimm. Passiert. Alles gut. Wir studieren sie ja noch. Weil ich will dir noch eine krasse Sache zeigen. Und du wirst schon tot lachen. Das ist wirklich gut. So. Das ist wieder Frost-Debel. Sehr gut. Jetzt kannst du sie noch mal angreifen. Weil du wirst Frost jetzt mit Attacks auslösen als nächstes. Da rollst du rein. Immer zu ihr. Weil das auch ein Attack-Trends war. Genau. Und immer mit beiden Waffen angreifen. Beiden Waffen. Genau. So. Jetzt haben wir keinen Frost mehr. Jetzt machen wir auch nur noch Auto-Attacks. Gehen, gehen, gehen. Das ist das nächste. Wenn sie das macht, du wirst... Dein Bild ist so stark, du wirst sie töten. In dieser Phase. Oh, Mann. Das ist quasi das nächste, was ich dir quasi beibringen will. Dass wenn die... Wenn die Hälfte der HP ist, wird sie ja die Transformation machen. Ich würde reinrollen. Zu ihr. Immer zu ihr. Wir wollen immer eine Tech-Mass. Boom, boom. Das reicht schon. Sehr gut für euch. Fuck. Ja, fuck, das ist diese... Okay, pass auf. Ich habe ein paar Fehler gemacht auf jeden Fall. Ich habe... Es war doch voll gut. Du bist easy in die zweite Phase gekommen. Ich habe ein Gehirnproblem, wenn ich Sachen nicht automatisiert habe in meinem Hirn. Ja. Dann... Check ich was nicht. Uh, wie ist die... Warum ist die schwach? Die war doch die ganze Zeit angeschlossen. Ähm, und zwar folgendes. Ich habe das nämlich umgebaut. Und zwar, genau. Ich muss... Dreieck drücken und dann nach oben. So. Jo, das habe ich auch. Bei mir ist nach unten. Okay, weil ich habe nicht mehr gecheckt, wie ich das jetzt nochmal gemacht hatte. Jo, voll okay. Deswegen habe ich leider... Aber jetzt habe ich es okay. Aber das ist schon nice. Das ist eine ganz andere... Rangehensweise. Und das macht schon auch Bock. Tatsächlich. Ja, du könntest... Und jetzt kannst du... Jetzt kannst du weiterkochen. Jetzt können wir quasi noch anders spielen. Und zwar kannst du versuchen, einhändig zu spielen. Und dann leveln wir quasi ein paar Sachen anders. Weil du hast übelst kranke Damage Stress. Also da kannst du ein paar... Du kannst zum Beispiel... Du hast ja wahrscheinlich jetzt nur 10 Punkte im Geist. Also dein Mana... Da müssen wir mehr rein machen. Also da würde ich 20 oder so rein machen. Jetzt wieder fast. Oder einfach so drauf hauen würde ich auch. Aber einmal mit dem Nebel geht es wie gesagt. Und wenn die so vor dir steht... Das ist wichtig. Da kannst du nebeln. Okay. Wenn die einfach nur... Nee. Nee, nee. Also zum Beispiel ich zum Beispiel bonke die jedes Mal mit meiner Heavy Weapon. Weil sie nichts macht. Wenn ihr diesen komischen Abstand hat. Und du die ganze Zeit hoffst, dass sie ihre Kombo macht oder so. Da kannst du ruhig einfach mal losnebeln. Sehr gut gerollt. Ja, dann mach nochmal Abstand. Nochmal heilen. Und jetzt wenn sie zum Beispiel dieser Tanz hier... Da rein. Rein, rein, rein. Sofort angreifen. Oder nebeln. Sehr gutes Fenster gefunden. So. Was wollen wir? Hier hin. Und... Jawoll. Jawoll. Jetzt kannst du wieder frosten. Guck mal das hier meine ich. Wenn sie einfach so random dasteht. Sag dir das ganz oft, dass man trotzdem was machen kann. Ja, fuck. Naja. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist eine... So eine Rollenmechanik ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das macht schon Bock, weil es ist motivierend, einen Ansatz zu haben, weil vorher einfach nur mit diesem Rivers of Blood, ähm... Das werden wir auch noch benutzen, das wird übel witzig, weil da überlege ich zum Beispiel, ob du zwischen den Waffen wechselst. Warte, du musst einmal den Nebel machen, damit dein Katana so frostig wird, dann, wenn Frost geprockt ist, L1 und dann repeat. Jaja, okay, hab ich schon gecheckt. Das Ding ist nicht, das ist die Umsetzung, das muss ich erstmal ganz kurz ins Muskelgedächtnis, weil ich jetzt auch echt paar Mal gegen die gekämpft hatte ohne. Und, äh, jetzt... Aber im Prinzip ist jeder Fight aber so der gleiche. Du guckst quasi, wann hab ich Attack-Fenster und was kann ich währenddessen machen. Und das Spiel ist aktuell super krass darauf gebalanced, dass L2-Moves einfach fucking OP sind. So, das heißt zum Beispiel, mein Traum wäre, dass du gar nicht Dual Reel bist. Ja. Mein Traum ist, du hast, äh, du hast ein Katana und wechselst zwischen den beiden hin und her. Das heißt, du machst quasi, äh, Frostnebel, ne, bis ihr den Frost-Di-Buff hast, dann wechselst du auf River of Blood und spams die mit River of Blood. Ah, okay, verstehe. Ja, ja, und dann beides immer beidhändisch. Genau, weil das hier zum Beispiel, siehst du das hier, wie sie jetzt chillt? Das ist ein Frostnebelfenster. Weil die bleiben da ganz oft einfach stehen und die, die macht da quasi, bedeutet, ich bin dann so ein, ich lade dann die ganze Zeit meine Waffe auf. So, und jetzt wäre quasi das Coolste, du wechselst aufs River of Blood und spams die quasi nach diesen Attacken, äh, also du suchst quasi Fenster zum, zum Spam mehr oder weniger. Na, weil jetzt zum Beispiel kannst du River of Blood spammen. Das ist ja genau die entsprechende Reichweite. Oder so, so ist auch ideal. Aber es macht jetzt halt nicht so viel aus, weil sie hat ja schon geblutet. Fuck. Weißt du? Weil, ja, okay, und jetzt, verstehe, und dann gehe ich komplett auf River of Blood, mache das einhändig und gebe ihr richtig und wenn sie dann, wenn der Eis-Buff weg ist, dann gehe ich wieder auf mein Eisschwert. Ja, du wechselst quasi immer hin und her und das klingt jetzt erstmal übelst kompliziert, aber du wirst, also wenn man da, wenn man da mit Kopf quasi rangeht, wirst du dich über jeden Moment freuen. Ja, das heißt, ich gehe erstmal, das heißt, ja, das Wechselspiel muss halt zack weg, ist einhändig. Das ist halt auch so ein Tastending, wo man erstmal... Nee, nee, eigentlich nicht. Das geht super schnell. Mach mal, mach mal wieder... Ja, ja, ich muss es in mein Gedächtnis erstmal kriegen, das meine ich. Ach so, ja, aber mit deinem Gedächtnis ist ja gar nicht so viel Speicherplatz von Nöten. Nee, du brauchst ja wirklich nicht, weil du brauchst, du weißt ja eh, wie rollen geht. So, du musst, man muss sich quasi angewöhnen, plötzlich L2 zu drücken. Aber das L2 freut man sich dann später übelst du so. So, hier zum Beispiel, da weiß man ganz genau, geil, jetzt habe ich sicher 2000 Schaden gemacht. So, und jetzt aber die Idee, du kannst jetzt zum Bewerbblatt nicht wechseln, weil du hast es nicht angelegt. Doch, klar. Nee, geht nicht, du hast jetzt Kick. Ach so, ich... Das River of Blood musst du quasi wie vorhin anlegen. Das kannst du jetzt nicht wechseln. Also du kannst den Run nochmal neu machen, Nöte. Ja, nee, nee, ich weiß nicht, ich habe es verwechselt mit dem anderen Blue Katana, was ich jetzt habe. Nee, nee, das ist schon... Katana ist das Richtige. Du musst quasi beide in die rechte Hand legen. Ach so meinst du? Ja. Weil ich das nicht auf, ähm... Du hast nicht auf der Haupthand. Ah ja, verstehe. Ja, ja, okay. Deswegen hast du quasi als Special Spell jetzt Trip gehabt. So. Oh, du kannst natürlich mit Doppel Attack machen. Weil die... Weil meine Vermutung ist, wenn du... Im Prinzip lernst du, wie jetzt funktioniert, dann gehen wir noch eine Buff-Rotation durch, weil du bist jetzt noch ungebufft. Du gehst ja ohne 40% Bonus-Damage rein. Das macht ja eigentlich jeder. Also jeder macht... Hat 15 Glaube und macht... Äh, Flamme, gib mir Kraft. Und jeder nimmt Nice Wow noch rein. Und du hast noch... Du kannst noch Talismane machen, die... Also zum Beispiel Shard of Alexander und sowas. Die musst du eigentlich auch noch einfach... Achtung. Ist gut, die ist voll da drin in dem Ding. Aber ich glaube, du kannst ein Bild bauen, wo sie in der... In der Phasen... In Phasenübergang stirbt. Das wäre natürlich nice. Das ist immer so scheiße. Ja, aber das musst du hinkriegen. Also mit deinen Waffen geht das ja. Du musst bloß noch ein bisschen die... Äh... Talisman und so anpassen. So, wer fliegt jetzt hier oder sonst wo? Genau, schön gedockt. Das ist er. Wusch, schon weg. Aber cool, weg. So, jetzt muss er aufpassen. Jetzt bist du bald bei der Hälfte. Der nächste Frost-Frog ist dann quasi dein Kommando. Denk ans Mana. Muss noch Mana auf jeden Fall davor besorgen. Oh, das war richtig mieser. Das ist ein Stimme. Shit. Okay, der hat leider... Oh, du mieses Schwein. Na? So. Oh, woppa da. Alles cool. Mal wie es wie Tränke. So, also nächster Frost-Frog. Der wird der gefährliche. Jetzt hast du probiert wegen dem Abstand. Weil die so da stand. Das ist doch. Guck mal, wenn sie so rumsteht. Dann kann man das machen. Guck mal, wie dumm sie ist. Genau, du gehst jetzt quasi so, dass sie mit in die Wolke reingeht. Jetzt macht sie wieder. Jetzt macht sie wieder die Dummheit. Wenn sie so lange einfach nur da steht, dann wartet sie auf den Input von dir. Aber dein Input ist, boah. So, jetzt können wir schon langsam rangehen. Genau, das ist der Odin Moment. Hier willst du 46 Monate River of Flood proben. Und ich bin mir sehr sicher, dass die dann stirbt. Oder so low ist, dass du dich kaputt hast. Weil River of Flood hat ja Reichweite. Und die Transformation bei ihr ist ultra lang. Ah, shoot, dude. Das ist ärgerlich. Ja, da war ich ein bisschen zu geierhaft. Jetzt machen wir noch was. Also ich zeige dir noch zwei Sachen. Und dann bist du good to go, wieder woanders hinzugehen. Aber die Mechanik dahinter ist sehr wichtig. Genau, jetzt sind wir quasi das in beide Waffen. Jetzt sind wir quasi auf die rechte Seite beide Waffen. Wir probieren das mal. Es gibt Leute, die nicht glauben können, dass ich den Buff, den du mir gerade erklärst, noch nie gesehen habe. Aber es ist halt einfach, wenn man quasi ohne Guide spielt und auch nicht bei anderen Leuten in den Streams guckt oder so, außer bei dir natürlich, dann, wo soll ich das wissen? Ja, es ist halt viel rum experimentiert. Also jeder nimmt das Game an, jeder nimmt das Game unterschiedlich wahr. Und für mich ist das ein Lernspiel hier. Es ist einfach ein pures Lernspiel. So, jetzt können wir quasi smooth dagegen wechseln. Du kannst zweihändig bleiben, du kannst einhändig sein, so wie du dich fühlst. Du hast ja übelst viele Pausen dazwischen. Oft wartest du ja bis die Charge, da kannst du zweihändig machen. Ne? Also jetzt zum Beispiel kannst du auf jeden Fall zweihändig anfangen. Oh, ich bin so dumm. Was ist los? Ich habe aus der Sorge eine Flasche gesnackt. Du hast einen Mana gesoffen, ja. Und die eine Flasche kann am Ende den Unterschied machen. Also für uns wäre das sehr wichtig. Du wirst auf jeden Fall noch mit mehr Geist spielen. Geh mal bitte nochmal in deine Runen. Also Talismane meine ich, Entschuldigung. Ja, das ist eigentlich schon sehr geil. Hast du den Wing-Talisman drin? Ich habe Scherbe von Alexander Drachen. Genau, Scherbe ist gut. Mach mal das links weg. Das? Ja. Also, geh mal rein in das Dings. Entschuldigung. Ja, ich wollte jetzt erstmal gucken, ob ich mir das überhaupt erlauben kann, wegen Rolle. Wegen Rolle, das stimmt. Ja, weil ich bin ja schon voll am Rumrollen hier. So, geh mal rein. Geh mal runter. Und so, jetzt wieder hoch. Nee, also nicht so. Sondern so, dass man es durchgehen kann. Warte. Ah, den hast du nicht. Den Attack-Speed hast du nicht. Okay. Jo, dann mach das alte wieder rein. Es gibt quasi einen Talisman, der sagt, du kriegst übelst einen Bonus-Schein, wenn du mehrere Hits hintereinander machst. Der ist natürlich für Katana-Spieler, also für Reworkblatt und sowas, Turbo-Broken. Dann machen wir das wieder raus. Nein, wo bist du gewesen? Hier, Earth-Tree, wo bist du? Genau, du hast sogar die bessere Variante davon. Ja, ja. Nee, oben, ganz oben ist das. Ja, da bist du. Ganz oben, zwei, drei. Da. Da. So richtig. Genau, wir machen jetzt folgendes. Also, wir werden zweihändig rumlaufen. Das ist wichtig. Wir machen Frostnebel drauf und sobald Frostnebel drauf ist, drückst du nach rechts und machst das Reworkblatt. Ja. Genau. Okay. Und dann gucken wir uns gute Reworkblatt-Engel an. Wir wissen jetzt ja, die Frostwinkel. Die Frost-Engel sind übel gut. Du weißt ganz genau, wann du Frost applyst und zwar extrem leicht. Hier zum Beispiel. So, der war schon wieder ein bisschen, was ich kann. Aber die Fans da drinne, Frost ist drauf. Wir wechseln die Wache. Oh, warte. Genau, es war einmal nach rechts klicken und das war's. Einmal. Jetzt machst du zweihändig und wir chillen und du suchst jetzt River of Blood-Engel. Das heißt, du guckst jetzt, wann kann ich River of Blood benutzen. Denke aber an den großen Vorteil, das Ding hat die übelste Reichweite. Dann musst du dich hier wechseln, ne? Jetzt kannst du wieder wechseln, wenn du willst. Aber suche jetzt erstmal River of Blood-Engel. Das Wichtige ist, dass du genau weißt, wann kann ich die Fähigkeit benutzen, ohne dass sie mich bestraft. Weil die ist sehr schnell. Und das mittlere Reichweite. Das ist der 7er-Kombo, Mann. Aber wenn ich mich einfach auch so stur, dann denke ich mir halt, ey, ich bin dran. So, zum Beispiel, wenn sie jetzt den Abstand hat, River of Blood. Nee, du bist zu nah dran. Du kannst noch weiter weggehen. Okay. Das Ding hat perverse Reichweite. Teste die Reichweite von dem River auf jeden Fall aus. Der ist richtig fies, weil sie dann nämlich das zweite Schwert so nachzieht. So, trink noch mal was. Das ist kein Mana. Der Mana-Verbrauch ist natürlich abartig. So, wir testen jetzt, wann kannst du River of Blood benutzen? Auf welcher Reichweite? Weil er ist echt da so ein bisschen nach vorne. Oh, Alter, der Tempel ist so dumm. Sehr gut. Nice. Alter. Das war nicht schlimm. War das mies. Du musest Rattenkind. Aber das hast du quasi, wenn du das besser rollst, siehst du ja, wie wenig River of Blood Stacks du brauchst, um das auszulösen. Und das ist quasi dein Ranged Spell. Du hast ja dumme Reichweite. Du musst jetzt quasi gucken, was ist das, du gehst quasi sofort in den River of Blood rein, den Frost lassen wir jetzt weg. Mhm. So, und du musst jetzt quasi rauskriegen, was ist die maximale River of Blood Reichweite? Weil es gibt so oft Situationen, zum Beispiel ich charge dann meine Heavy Attack. Na? Aber es gibt so eine mittlere Range, wo sie dumm rumsteht. So, jetzt zum Beispiel. Boom, boom. Zwei Stück reichen. Das ist total okay. So, jetzt mittlere Reichweite. Wir rollen hin und River of Blood. Der hat getroffen, ey. Ja, genau. Aber es war jetzt nur das zweite hat getroffen, weil der noch Schritte nach vorne macht. Aber guck die Reichweite an. Ja, okay, das ist halt wirklich. Du darfst halt nicht um. Oh, boom. Ja, ja, ja. Ja, ja, ist schon klar. So. Ich kann noch was kriegen. Jetzt hast du keinen Mana mehr. Das Ding ist natürlich, es wurde ja genervt, ist sehr mana-intensiv. Na, wir werden aber nachher umskillen, weil du brauchst halt den Schaden nicht. Witzigerweise. So, jetzt guckst du weiter. Das ist es. Guck mal, wie dumm die ist. Und River of Blood ist so schnell, dass du danach noch rollen kannst. Weißt du, Watt ist jetzt, bis sie wieder blöd guckt? Ja, den hasse ich. Das ist nicht schlimm. So, gut rollen, River of Blood. Bam, bam. Nur der Zweier. Das reicht schon. Wir gehen auf mittlere Reichweite. Und hier wieder. Das ist wieder genau die Range. Bam, bam. Bam, bam. Nein, jetzt hast du keinen Mana mehr. Genau. Aber das brauchst du ja nicht oft. Also, du brauchst quasi, wir werden nachher ein bisschen noch Geist leveln. Und dann kannst du das ja offensichtlich nutzen. Das Ding ist ja, die Mana-Tränke sind ja alle übel wasted. Na, weil du trinkst ja, stellst 3000 Mana wieder her und hast nur 100. Weißt du, dein Maximalwert ist das. Das ist nicht ein bisschen geierhaft. Genau, das darfst du nicht sein. So, und das ist jetzt die Phase. Wenn du sie jetzt verwandelst, kriegst du eine gesamte River of Blood-Rotation rein. Und die ist dann wahrscheinlich tot. Okay, das heißt, da muss ich voll machen. Verstehe. Und dann gebe ich ihr einfach. Genau, das heißt, du machst das jetzt nochmal. Wir machen jetzt, wir machen jetzt diesen Earth-Tree raus. Du hast ja diesen Erdenbaum reingemacht. Den machen wir jetzt wieder raus. Shadow of Earth-Tree. Genau, warte. Den machen wir raus und machen ein Mana-Ding rein. Was haben wir denn? Das links. Nee, das ist plus eins und wir machen plus zwei rein. Ah ja, das Ding aber, genau. Okay. Genau, mach jetzt mal das, damit wir ein bisschen mehr üben können. Später wirst du einfach Geist auf 20 oder 30 leveln. Ich glaube, ich nehme eine mehr mit. Kannst du auch eine mehr mitnehmen, ja. So, jetzt guckst du quasi, wann ist der River of Blood Angle. Also, wann bist du mit so einem Abstand, wo du einmal kurz und das war's. Mehr nicht. Weil danach muss der wieder rollen. Die ist ja nicht komplett lost. So, jetzt macht die wieder das Schnelle. Das verfehlt ja alles. Boom, boom. Genau. Geil, Abstand. Das ist schlimm. Wie ist wenig damit? Ja, nee, ich ärgere mich aber mich selbst, dass ich den gefressen habe. Auch da ärgere ich mich selbst. Das Kreuzding ist mein Ja, die rollcatcht halt, ne. So, das ist gut, genau. Siehst du diese mittlere Reichweite? Ja, Wahnsinn. Okay, das habe ich auch echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das so krass ist. So, jetzt müssen wir ein bisschen healen wieder. Ein bisschen Mana healen. Oh, boom, hit. Ah, okay. Nee, du brauchst Mana, genau. So, mittlere Reichweite. Wir bleiben immer auf mittlerer Range. Weil da können wir nämlich rollen und dann Pam, Pam. Und jetzt wieder. Pam, Pam. Auch daraus natürlich dann das nächste Thema. Oh, und Pam, Pam. Warte, 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 da habe ich mich verzählt. Ich habe mich auch verzählt. Ich dachte, ich habe mich verzählt. Genau, mittlere Reichweite immer. Weil dann schlägt sie die Hälfte daneben. Man muss nicht so gut rollen. Das ist gut für uns. Ah, fuck. Ah, krass. Aber das ist quasi etwas, wo du dir im Kopf sagen musst, geil. Weil diese Attack, das ist natürlich Muscle Memory, ne? Aber die kriegst du dann gerollt und vermöbelst sie ultra hart. Ja, das ist die Zweier. Fump, fump. Das Timing habe ich da schon einigermaßen drauf. Ähm, lustigerweise hätte ich ja genauso auch schon vorher spielen können. Aber habe ich halt nicht, weil ich dieses River of Blood komplett unterschätzt habe, weil ich auch dachte, das ist mega genervt. Aber da ist schon natürlich jetzt komplett ohne, also jetzt wäre natürlich jetzt noch mit Frost wechseln und dann, ne? Das wäre natürlich jetzt so. Genau, aber wir testen immer noch trotzdem erstmal alle Reichweiten aus. Also das Wichtige ist, dass du jetzt quasi, du musst jetzt Attacks von ihr lieben lernen. Wo du genau weißt, das zum Beispiel, das werden wir später besser ausnutzen. Aber der hier, der ist immer noch Tank, ne? Der letzte so verzögert ist, da musst du wirklich geduldig sein. So. Das ist die schlechte Attacke. Bam, bam. Und danach, genau, danach gleich weg. Schön gerollt und nochmal. Bam, bam. Und jetzt Ausdauer. Ich musste weg. Weil jetzt hast du keine Ausdauer mehr. So, das ist jetzt wieder schlecht, was ich gleich mache. Bam, bam. Ausdauer. Denke an Ausdauer. Deine Ausdauer ist ein Riesenproblem. Also wirst du nicht rollen können. Sehr gut. Mal gehealt, ne? Ist okay, du bist super tanky. So, jetzt warten wir. Warte, nee, nee. Ich würde das nicht gleich machen. Weil jetzt deine grüne HP, deine grüne Ausdauer brauchst du. Original gerade getrunken. Hier, das ist nicht schlimm. Das war das schlechteste Trink-Timing aller Zeiten. Ja, ist kein Ding. Mach mal, mach mal. Also wir machen das nochmal und dann zeige ich dir noch eine letzte Sache. Okay. Die auch sehr, sehr cool ist. Vielleicht wird es ja auch jetzt schon der letzte Run. Ja, nee. Du machst das in der Uhrzeit in der Gefühlslage. Ich weiß ja nicht, ob du so gerne in den Armen schlägst. Nee, ich meine, weil ich sie jetzt besiege. Au, das wisst ihr. Also mit River of Blood kriegst du das auf jeden Fall hin. Also Damage war jetzt kein Problem. Aber dein Traum ist, die hat die Hälfte der HP und kurz bevor sie in die zweite Phase geht, musst du volle Mana und volles Ausdauer haben. Ja, I see. Das ist das Wichtige, weil wir spammen dann den Spell komplett durch. So, jetzt ein, zweimal. Nee, du musst nicht so weit weg und vorrollen. Das war auch so eine Doppelrolle. So, eins, zwei. Sehr schön gerollt. Das hätte ich jetzt nicht gemacht, weil du hast keine Ausdauer, um wegzukommen. Ja. Das stimmt. So, das ist alles sinnlos für sie. Rollen wir. Jetzt wieder mittlere Reichweite ist gut für uns. Mittlere Reichweite ist unsere Reichweite. Du hast keine Mana mehr? Gefährlich? Ja, ich wusste das. Das macht sie immer, wenn man sich heilt. Das gibt so Input-Reading. Das ist bei ihr noch nicht bestätigt, aber die wahrscheinlich kommt. Naja, auf jeden Fall ist das so. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber den Mana hat, nee, das hat sogar das Mana getrunken und hat das Volle. Das ist ärgerlich. Das ist schon. Der hat irgendwie rollt. Bam, bam. Und das ist aber gefährlich. Du darfst jetzt nicht sofort losrollen danach. Den ersten muss ich stehen bleiben, ja. Genau, weil das ist, du bist immer quasi auf dem letzten Fipsel Ausdauer und dann verfehlt man fast alles. Ja, dumm. Aber okay, also die schnellen Attacken sind auf die rechtesten. Genau, das ist zum Beispiel für dich, das, also erstmal du musst ganz wichtig in die Klinge reinrollen. Das heißt, die schlägt immer im Uhrzeigersinn. Das heißt, du rollst immer nach rechts. Ich weiß nicht, ob du eine favorisierte Rollseite hast. Schlägt sie im Uhrzeigersinn, ja? Immer. Von ihr aus wird das gesehen. Na, von oben aus gesehen, ja. Ähm, auf die Rollrichtung. Also, du rollst quasi immer nach rechts. Nee, ich roll eigentlich immer so nach links, weil dann kommt, danach kommt der zweite und das ist der zweite. Nee, in den zweiten rollst du nach rechts. Weil sonst rollcatcht die dich. Du musst quasi immer in die Klingen reinrollen und nicht mit ihnen. Ja, ja, genau. Aber ich dachte eigentlich, dass die, ja, okay, ich achte drauf. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das schon weil das muss quasi zu deiner Lieblingsattacke werden von ihr, weil die ist ultra bad. Die siehst du 100 Kilometer gegen den Wind, du kannst hinlaufen zu ihr, du kannst dann hinrollen zweimal und dann bist du direkt froh hier und gibst dir übelst. Genau so ist perfekt. Guck mal, wie dumm die ist. Mach mal. Ja. So, jetzt hast du kein Mana mehr und jetzt chillen wir. Weil wir wissen, den Punkt. Reinrollen, River. River. Na, wir wissen, dass ja der Doppelschlag kommt am Ende. Das ist auch ein River, irgendwie. Guck mal, wie viele Winkel sich öffnen. So, das war fies, weil es der Rollcatch war. Sehr schöne, flexe Rolle. Das ist gut. Das schaffst du, das schaffst du. Fuck. Du hast zu früh gerollt. Aber das ist deine Lieblingsattacke von ihr. Weil du machst, es ist quasi safe 4000 Damage. Sie bringt sich quasi selbst durch die Attacke um. Ja, aber da muss man natürlich, also die zweite und dann muss ich so dicht an dir dran sein, dass ich einfach Rivers spamme dann oder was meinst du, ne? Genau. Weil das Ding ist halt einmal nach vorne rollen, also spätestens, also zweimal kannst du machen, du kannst quasi den ersten Schlag nach vorne rollen und den zweiten auch und dann kannst du da übel rein rotieren. Ja, das ist schon ganz geil. Und so musst du quasi gedanklich spielen, dass du dich über jede Attacke von ihr freust, weil du auf jede Attacke eine Abwehr hast. Das war gut? Das war okay? Hätte ich auch so gemacht. Bapp, bapp. Cool bleiben. Hier muss man vielleicht dann überlegen, als nächstes zu gucken, wie rollt man? Rollt man immer zurück, weil der Champions League wird mit Absicht so designt, dass er dich rollcatcht. Der will, dass du nach hinten rollst, weil er dich dann kriegt. Na, gerade die Attacke, ne? Der dasht einen Kilometer nach vorne. Pam, pam. So, Lootung ausgelöst, das ist unser Ziel. Das ist zum Beispiel jetzt für dich kein Angriffswinkel mehr, sondern was zum Trinken. Oder du trinkst immer auf Distanz, genau. So, den lieben wir. Und zurück. Na, das ist immer gefährlich, weil danach hast du wenig Ausdauer. Also du hast das gut gemacht. Später wirst du das auch immer ausnutzen. Und jetzt, unser Traum. Bam. Schawam. Und bap, 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 bap. So, jetzt ist wichtig, volles Mana, volle Ausdauer. Okay? Jetzt kommt der, jetzt kommt der wichtige Faktor. Du wirst, wir machen jetzt Limit-Testing. Du wirst jetzt einmal hauen. Oh, was? Was? Alles gut. Jetzt ist der Spam, 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 Spam. Wir machen jetzt Limit-Testing. Wir wollen wissen, wie viel Schaden. Du hast, sie hat ja die Hälfte der HP gehabt. Ne? Ah, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich doof kopf. Ich wollte einmal ran und hatte Muskelgerechtnis mit L1 anzugreifen. Ach so, ja, das verstehe ich. die Metamorphose getriggert wird und dann Rivers of Blood zu spammen. Und dann drücke ich drücke und er macht aber ja nichts. Guck mal, er macht das, er blockt ja. Ja, genau. Und ich so, ah, wieso machst du nichts? Ja, weil du geblockt hast. Genau, das ist das Problem, wenn man sehr, sehr, sehr viel Zweihand gespielt hat. Ja. Dann ist das halt voll drin. Aber das ist krass. Also man... Ja, aber die Idee ist, also das, was wir jetzt testen wollen, ist, du kriegst sie in die zweite Phase und wir gucken, wie viel Schaden kriegst du, wenn du Rivers of Blood mit vollem Mana und voller Ausdauer komplett durchspannen darfst. Das war sehr risky. Später wirst du das gut ausnutzen. Weil du kannst ja immer da reinrollen. Und Rivers of Blood hat ja übeldumme Reitweite. Genau, schön ran. Eins, zwei. Ist okay. Später wirst du wissen, was die perfekte Range ist. So. Perfekt. Ja, genau. Du musst halt ab und zu, das Mana muss wirklich schlecht. Also du musst jetzt wirklich viel nach links oben gucken. Nicht nur immer HP, sondern auch Mana. Sehr gut. Oh, das auch Waste von ihr. Bam Bam. Das auch schlecht von ihr. Schön gerollt. Ausdauer ist komplett weg. Also lieber chillen. Oh, das ist perfekt. Bam Bam. So, jetzt müssen wir weit zurück. Und nochmal heilen, weil jetzt kommen die wichtigen Pfaden. Du hast jetzt was gelernt, ne? Du hast jetzt das richtig geil gemacht. Du hast sie gehauen, als sie ihr Schwert gecastet hat. Hast du das gemerkt? Wie lange das dauert, ehe sie castet? Ja. Das wirst du dann später auch ausnutzen. So, jetzt musst du quasi nur normale Auto-Tags machen, bitte. Mhm. Damit es in die Transformationsphase geht. Wir bleiben jetzt immer auf mittlerer Reichweite. Wir wollen jetzt spammen. Jetzt ist es! Okay. Das war nicht schlecht. Du hast vorher schon die Blutung ausgelöst. Gut, wir bleiben auf mittlerer Range. Alles ist gleich hier bei den Pfeil. Nur das ist anders. Aber das hättest du eh gerollt. So, wir heilen nochmal hoch. Schön gerollt. Oder? Ne, das ist für Rollcatch leider. Sorry. Wie lange ist mir eingefallt? Das ist scheißegal. Das ist unser Moment. Bam Bam. Bam Bam. Oh, war das fast tot. So, nochmal heilen. Und jetzt springen. Spring, spring, spring. Und nochmal. Dreimal springen. Sorry, das hätte ich gleich sagen. Ah, du mieses. Oh, komm. Nee. Das ist genau dieses Auslesen. Das, die, oh. Aber das wollen wir noch nicht. Wir wollen die noch nicht töten. Wir wollen die noch nicht töten. Du tötest die erst dann. Die Idee ist, du tötest sie. Ja. Und dann könntest du nochmal reingehen und sie nochmal töten. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Das ist das Mindset, was wir haben wollen. Aber ich will dir noch was zeigen. Und zwar, gehst du nochmal zu den Rani-Türmen, bitte. Ich möchte dir noch eine letzte Mechanik zeigen. Oh, ich hab gerade übelst leck bei dir, oder? Eine Sekunde. Ach nee, du bist wieder da. Jo, dann müsstest du auch ins Bett. Ist deine Zeit, ne? Ja, ja. Ich bin geblieben tot. So, aber du hältst gut. Du bist, ich muss dir mal ein Kompliment aussprechen. Ich sag dir das ja manchmal. Aber es ist so, du bist so ein geiler Lehrer. Das ist so krass, wie du, wir haben es ja auch neulich bei Dark Souls auf der LAN schon gemacht. Diese Geduldigkeit, diese ruhige Stimme, völlig stressfrei, nicht tadeln, nicht aufgeregt. Du bist, du bist ein lebendes Tutorial. Das ist wirklich krass. Ne, im 1 zu 1 geht es auch besser als vor einer Klasse, muss man sagen. Wenn man sich für jeden Zeit nehmen kann, das wäre tatsächlich das beste, da könnte jeder, also können viele mehr Leute ein guter Lehrer sein. Die Masse, richtig meistern. Ja, man muss schon auch ein bisschen Talent haben. So, jetzt ist es. Bam, bam. Den hier, den werden wir auch lieben lernen. Bei der Doppelschlag, danach haben wir Ultra-Fiel-File. Ja, das ist einfach so eine Geschichte von dir. Das ist halt Timing-mäßig, finde ich auch grausam. Sobald sich die Pfeile und das Ding überlappen, das ist wirklich schwer. Okay, denk daran, du kannst noch zweimal Riverflat machen, danach ist Mana alle. Eichweide, oh ja. Und fuck, geil. Bam, bam. So, das Problem an diesem, das einzige Problem an diesem Spielstil ist, dass du jetzt nie wieder, oh Mana, 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 und ruf, 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 ruf. So viel wie geht. Okay, das sollte reichen. Bei Feuer immer einfach weg. Das ist sehr melee, die verfehlt. Fuck, ich glaube, nein, das war einmal. Das hätte ich so auch nicht gesehen. Mir reicht, weil das ist hart, nervig. So, das rollen wir easy. Das rollen wir auch, das ist ein Good-Attack für uns. Das ist auch gut für uns. Das ist auch easy. Vorsicht. Das ist auch komisch. Aber es macht kein Damage, also alles cool. Ich würde auf jeden Fall noch eine Pot-Phase reinkriegen. Sehr gut gemacht. Denkt dran, dass der letzte Swing bei ihr ein Schuss sein kann. Wenn sie den Swing mit einer blauen Waffe beendet, kommt ein Schuss raus. Okay, komm mal, das waren jetzt aber mehr als sieben Schläge, ey. Das waren einige. Oh, das sind aber mehr als sieben Beine. Oh fuck, ich bin gerollt nach vorne rein. Warum? Nach vorne geht einmal, aber zur Seite ist hier besser, weil du wirst ein paar werden. Aber das ist so, also es ist schon echt Hammer. Und wir haben ja immer noch das Frost-Ding, was wir jetzt quasi überhaupt nicht dazu genommen haben. Das kommt noch jetzt dazu. Also jetzt kannst du quasi Super-Learning machen. Aber dann muss ich mit dem Super-Learning, ich muss eigentlich noch eine vierte Mana-Flasche haben, glaube ich. Das Frost-Ding machst du selten. Also das bleibt auch sehr, sehr lange drauf. Eigentlich musst du, hast du noch Larven drehen? Ja, ich glaube. Zum Respecken. Dann gehen wir jetzt noch einmal zur Renala und dann beenden wir das Game. Wir gehen zur Renala und re-leveln. Genau, einmal R1, glaube ich. Oh, wo sitzt sie jetzt nochmal? Bei Hogwarts, also in der Zauberfestung, links unten. Da? Nee, jetzt wieder hoch. Nochmal hoch. Also ist sie immer noch in dem Turm? Nee, stopp. So, also jetzt runter. Da. Nee, und jetzt rechts? Da. Da und da, wo die kleine Figur ist. Früher war das so, im ersten Patch, da hat man diese Figur nicht gehabt. Das haben die erst dazu gepatcht. Da musste man alles wissen. Ich erinnere mich, stimmt. Das war schlimm. So, pass auf, jetzt leveln wir neu. Hallo. Und dann verteilen wir das mal ein bisschen anders, weil du hast ein gutes Level. War das Anpassung, war das, ne? Nee, Wiedergeburt. Oder was ist denn? Genau. Wir machen eine Laufenträne. Let's go. So, 60 Leben ist Banger. 30 Konditionen ist Banger. Das machen wir. Also das, das machst du genauso voll, wie es vorher war. Ja, ja. So. Perfekt. Jetzt, äh, hatten wir Geschicklichkeit 55. Okay. Wir machen jetzt Geschicklichkeit 50 und Arkan 50. 50 und 50. So, und den Rest ballerst du jetzt in Geist rein. Weil Geist ist ähnlich wie Vigor. Je mehr du davon reinpackst, desto mehr Punkte kriegst du. Ach du Scheiße, das ist übel viel. Aber ist geil. Nehmen wir. Okay. So, wir haben jetzt ein bisschen weniger Damage, aber unser Damage kommt ja nicht durch Auto-Attacks. Ja, sondern durch die, alles klar. Durch Frost und Blutung. Und dort, dein Arcane-Wert ist immer noch so hoch, dass es absolut illegal ist. So, jetzt gehen wir noch mal hin. Ich wollte eigentlich noch eine Sache zeigen, aber bei dem, bei der hat sich das nicht so doll gelohnt. Es gibt nämlich so einen Spell-Parry, der ist übelst groß, also der ist sehr einfach zu parieren. Da kannst du hier einen blauen Schuss, der dir immer abfeuert beim Trinken, den kannst du dann komplett verschwinden lassen. Ah, okay. Guck mal hier, das ist ein sehr langer Mahner-Balken. Das ist ein Mahner-Balken, Bruder. der gefällt uns. Jetzt müssen wir nicht so oft kriegen. So, macht alles daneben. Bam. Schönen Abstand. Easy. Das schaffst du auch. Und bam, bam. Und einen noch, aber das reicht nicht. Jetzt Schluss. Man sieht jetzt, dass der geniedrige Arcan-Wert natürlich dafür sorgt, dass wir nicht so schnell des Brocken. Kann sein, dass wir vielleicht sogar auf Geschicklichkeit den Frissen verzichten müssen. So, und nochmal. Weil die Blutung, baut ja auch die Blutung mit der Zeit ab, aber es sollte eigentlich nichts ändern. So, weil wir haben den, wir müssen quasi beide Schläge mit dem Blutung glatt treffen. Und dann rumtriffen. So, das ist der erste Brock. Wir brauchen ja nicht viel. Ich mache dir immer 20% des maximalen Lebens. Das ist auch wieder schön. Bam, bam. Das hast du überragend, Roll. Jetzt ist dein Mahner alles. Jetzt kannst du ruhig was trinken. Die Schill, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Ah. Zweite Rolle war panisch. Ja, lieber in der Tat. Ja, jetzt komme ich nicht mehr gut weg. No, 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 jetzt hat sie mich. Ja, fuck. Das ist nicht schlimm. Ah, da hat sie mich. Du musstest ja erstmal mit dem vielen Mahner zurechtkommen. Ah, das ist super. Okay, aber ich habe leider gerade, hätte ich vielleicht noch weiter Abstand ziehen sollen, aber das war krass, wie sie, das ist, wenn sie diese Distanz mit diesem Sprung, mit diesem Schweben schließt, das ist halt halt das Ding, oder halt dieser blaue Torbogen. Genau. Gehen wir nochmal in die Talismane, bitte. Wir machen mal den, nee, du kannst dich einfach vorm Tor stehen. Das ist ein Schlaf. Achso, Talismane, okay. Genau. Gehen wir nochmal in die Talismane und wir nehmen den blauen raus, also den ganz links, und nehmen was anderes Schönes dafür rein. Geh mal runter, bitte. Runter, 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 noch mal runter. Nehmen wir, gehen wir noch zwei nach rechts. Das war es nicht. Nee. Gucken wir das Insekten-Ding an, das rechts drüber, rechts oben drüber. Das war es auch nicht. Fäulnis. Okay. Wenn du möchtest, kannst du quasi entweder den reinnehmen, im Ritual, dann tut der erste, der rechts davon, dann tut der erste Hit nicht so doll weh. Die Verteilung bei maximalen LP, ah, okay. Ja. Aber das ist nur bei Max, ne? Also das ist ja ein Schlag, dann nur. Ja, das ist nicht worth. Gehen wir nochmal wieder runter? Du hast ja nicht alle Talismane. Nein. Kannst du noch weiter runter gehen? Au. Nee, das sind nur die ganzen Stücke. Okay, dann nehmen die den Festungsteil, das ist schon drin, ne? Ja. Dann kannst du, wenn du willst, Arsenal nehmen, den hier. Genau, und den mal reicht. Ja, ja, mach noch was, was anderes anziehen, meinst du? Genau, und dann ziehen wir noch ein bisschen mehr Sachen an die magischen Schaden. Also außer den Helm, den Helm brauchst du. Aber hier, guck mal, dass du die dicke Rüstung da trägst. Dickmachrüstung? Oh ja. Wir sind zwar hässliches Fuck, aber die ist gut. Sehr, sehr hässliches Fuck, aber ist das an der die hat hohe Robustheit? Weil das Körperschläge sind, meinst du, oder? Genau, die ist einfach, die müssen auch magischen Schaden reduzieren, das so das Ding. Und bei den Handschuhen und sowas gehen wir jetzt auch ins Schwerste. So, was haben wir? Das haben wir natürlich, diese Stulten. Die nehmen wir. Also alles, was das Schwerste ist, bis wir mittlere Last noch haben. Und das hier. Wir sind jetzt leider Port hässlich. aber ist nicht so schlug. Oh Gott, ey. Aber egal. Aber wir halten jetzt ein bisschen mehr aus. Okay, volle Konzentration, mittlere Reichweite und dann haben wir das Ding. Okay, das hat einfach mal überhaupt nicht funktioniert. Ich war jetzt beleidigt. Ich war einfach komplett, komplett beleidigt gewesen. So, und jetzt wieder hier. So, fangen wir das Meeting von vorne an. Ich merke schon, bei dir ist es tatsächlich wichtig mit so einer Kugel. Ich meine, man rollt ja eigentlich, muss es voll passen. Nice. Opa, siehst du das auch schnell? Je schneller du natürlich die Bleed Procs machst, desto besser, by the way. Also Bleed baut sich ja auch mit der Zeit ab. Deswegen, je schneller man das Proc, desto besser. Ich sag dir dann Bescheid, wenn du bei Hälfte der HP bist. Aber wieso hab ich mich treffen lassen? Das ist aber nicht schlimm. Die Arrows machen sehr wenig Schaden. Sehr gut. Letztes Mal Reward of Blood. Ah, da hab ich eins vergessen. Geht das so. So, das schaffst du, das schaffst du. Bam, und nochmal. Bam, und drauf. So, jetzt ist Schluss. Jetzt musst du Mana wieder herstellen und wir gehen in Full Focus. Weil sie wird sich jetzt gleich transformieren und wir wollen die gesamte Rotation reinsteuern. So. Genau. Und jetzt geht's gleich los, okay. Volle Ausdauer bewahren und los, 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 los. Liege hast du ausgelöst. Das war okay. Also ich wollte quasi gucken, wie weit es mehr oder weniger geht. Wir werden das anders machen. Es war nicht so impressive, wie ich dachte. Ich hätte viel mehr erwartet. Du setzt dich nochmal ran ans Bonfire. Wir machen quasi noch einen Strategie-Bonus. Wir wollen jetzt quasi immer mehr kleine Schritte zum Gedicht hinzufügen. Wir machen Arzneimischung. Ach, die haben wir noch gar nicht benutzt, Alter. Jo. Und zwar gibt es eine Tier, die sagt, aufeinanderfolgende Angriffe machen mehr Damage. Kannst du die mal suchen? Kann sein, dass du die nicht hast. Aber kurz magische Angriffe. Nee, das ist es nicht. Stärkeschub, Ausdauerregeneration, regenerierte Hälfte, der gesamte FP, FP. Nee, die hast du leider nicht. Also das muss auf jeden Fall alles aufhören. Normalerweise ist das hier doppelt so viel. Feuerangriffe, Blitz, Heilig, haben wir ja nicht. Nee, also die hast du leider nicht dabei. Mit Eis oder Blut oder sowas natürlich. Genau, es gibt quasi so eine Tier, die sagt, die trinkst du und dann machen aufeinanderfolgende Angriffe mehr Damage. Was übelst krass ist mit River of Blood, weil es alles Angriffe sind. Aber ich würde sagen, du machst noch die Hälfte der HP heilen rein. Für das, was du eh gerade ausgewählt hast. Ja, okay, warte, das ist FP oder LP? Was hast du gesagt? LP wollen wir. Genau. Nee, das ist erhöht. Das, regenerierte Hälfte. Ja. Okay, aber dann würde man das ja erst zum Ende nehmen. Genau, das ist so ein Notfalltrank nochmal, aber eigentlich war mein Plan, die ist bei Hälfte der HP, dann trinkst du, dann trinkst du das Arzneigemisch und buffst dich übelste Sorte, damit du diese in der Rotation dann tötest. Also quasi kurz vor der Rotation meinst du? Oder ist es, weil es gibt ja auch dieses, weil sie hat ja dieses Feuerding auch und so, ne? Wenn man zum Beispiel sagt, man nimmt, wo war sie denn, dieses, das hier, erlitt in der Schaden, ist ja eh, warte, wo ist das andere mit den Resistenzen da? Die Resistenz und Heilt-Effekte. Genau, das ist aber, das ist aber recht, recht wenig, also die merkt man nicht. Die Angriffssachen merkt man, weil die sind alle prozentual, die Verteidigungssachen merkt man oft nicht. Okay. Okay, aber die hast du leider nicht dabei. Das ist schade. Okay. Weil da könnte man jetzt quasi das saufen und entweder wir treiben sie gleich in die zweite Phase oder wir killen sie in der zweiten. aber wir suchen sie zum Ende. Du kannst es auch, wenn du willst, jetzt probieren, noch Frost dazwischen zu packen. Genau. Du kannst es auch einhändig lassen, weil du machst eh nur den Spell. Genau, wir gucken jetzt nach Frost Angeln. Geil, hat sofort funktioniert. Jetzt können wir auch wieder auf Röver auf Blatt gehen. Denk dran, zweihändig. Ein bisschen besser. Warte, warte. Kannst du auch einhändig lassen. Also das... Ey, ich bin ja so dumm. Alles gut. Du machst ja eh noch Röver auf Blatt. Das ist okay. Ey, ich verdrück mich, weil es eine ähnliche Kombination ist. Es ist ja so dumm. Nee, du kannst es aber auch einhändig lassen. Das ist scheißegal. Das geht auch. Ja, ich habe aber... Einfach komplett unnötig gewesen. Cool. Komplett unnötig gewesen gerade. Ich habe zwei Drecke ver... verschwendet. So. In Ordnung, wir wollen ja eh, wir wollen ja eh in der zweiten Phase noch ein paar Sachen lernen. Du wirst jetzt in die zweite Phase sowieso fliegen. Na, jetzt kannst du zum Beispiel wieder die Waffe wechseln, wenn du willst. Und dann wieder mit Frost arbeiten, der ja auch billiger ist. Genau. Oh, das ist gut. Rein. Und nochmal. Und Frost. Genau, wenn du den zweiten... Wenn du die Waffe gerollt hast, dann am besten sofort Frost ausladen. So, jetzt wieder rüber auf Blatt. Schade. Und bam. Ah, fuck. Das ist nicht schlimm. Nein, nochmal. Das ist unser Winkel. Dann machen wir jetzt Frost drauf. Dann machen wir jetzt Frost drauf. Dann machen wir jetzt noch einmal Frost drauf und dann machen wir River Plate in der Transformation. Aber du hältst ein bisschen Abstand. Du machst quasi nur ein bisschen. So, jetzt machst du schon die Waffe. Oder? Ne, der hat sich ganz geschafft. Muss bei dem Katana nochmal bleiben bei dem anderen. Ne, doch. Das ist nicht schlimm. Mach einfach 1, 2. Und jetzt aber weg. Autsch. Nein, da musst du sogar noch weiter rollen. Dann wirklich bis zum Ende durchrollen oder mehr auf den Boden kommen. Das ist gut für uns. Genau, River Plate. Oder Frost. Wie gesagt. Genau, sie kann es in der Wolke. Sie hat es ausgelöst. Das heißt, da ist noch ein Winkel für mich zum Trinken. Das war aggressiv. Das war gut. Trinken. Das ist gut für uns. Oh, nochmal gut. Oh, und Pam. Ah, das ist die... Das ist okay. Die hat irritierend viel verfehlt. Oh, das ist jetzt wirklich lache. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist gerade wirklich lache. Genau. Deswegen dürfen wir halt mit River Plate auch nicht übertreiben. Oh, das ist die Vierer. Vierer? Was fehlt hier irgendwie? Hier. So. Das ist die Mehrfach-Kombo. Die ist sehr schwer. Weil man kann die vertikalen Sidesteppen, also du kannst auch viel mit Rennen arbeiten, wenn du willst. Rennen ist auch sehr, sehr stark in dem Spiel. Oh, futsch! Ja, da muss man besonders gut rollen. Am besten... Also, wir rollen ja aktuell viel nach hinten. Du kannst, wenn du willst, nochmal probieren zur Seite. Das geht auch noch. Aber das hast du jetzt sehr gut gemacht. Du hast Frost sehr gut applied. Und das ist wirklich nur... Du kannst sogar einhändig bleiben. Wenn du River of Blood und Dings... Wenn du sowieso nur mit Spells arbeiten willst, kannst du einhändig bleiben. Ah, okay. Das ist dann wirklich scheiße. Also, wenn es jetzt für den Kopf noch zu anstrengend ist. Ja, das... Ja, mach das. Weil zweihändig macht... Das macht bei dir fast keinen Schaden mehr. Zweihändig macht dir mehr Damage, weil du die Stärke oben drauf rechnest. Du hast null Stärke. Ja. Genau. Deswegen ist das scheißegal. Okay. So, jetzt machen wir mal alles Gelernte. Wenden wir jetzt an. Genau. Das ist gut für uns. Genau. Richtig. Schön nach der Rolle. Instant. Das Ding triggern. Jetzt kannst du ein paar Schläge machen, wenn du willst. Oder sofort so. Das ist am leichtesten. Oh, jetzt Ringenschluck. Wechseln auf Römer auf Platz. Ist sie schon? Ach, sie ist ja schon... Ja, ja. Genau, die hätte schon den übelsten Nebel da. Oh, das ist nicht schlimm. Also, das macht ja auch nichts. So. Schöne Bubble. Schön geholt. Bam, bam. Bam, bam. Geil. Alles Gelernte. Denk auf deine Ausdauer. Manchmal ist es wirklich sinnvoll, auch eine Pause zu machen. Das ist gut für uns. Oh, fuck. Schade für Schiff. Das war sehr gut für mich. Da noch einen Attack zu drücken, war auf jeden Fall wild. Ja, ähm... Denk dran, du hast noch eine Rotation, danach Mana. So, jetzt muss ich trinken. Sehr gut, das ist ein guter Winkel. So, jetzt kannst du wieder mit Frost oder River arbeiten, so wie du Bock hast. Das ist immer gut für uns. Ja. Ich glaube, jetzt kannst du versuchen, sie mit Frost in die zweite Phase zu kriegen. Ist es schlimm, trink lieber was. Und jetzt deutschen wir. Wir rennen, wir rennen. Du kannst rennen. Und dann kannst... Was auch... Die ersten beiden... Die ersten beiden Geschosse rennst du. Das heißt, du musst nur nach links oder rechts rennen. Dann gehen die... Oder auf den dritten rollt man, oder was? Genau. Und sobald die vertikal werden, dann musst du... Dann musst du rollen. Du kannst aber, und das würde ich gerne noch testen, das machst du jetzt bitte. Ich versuche es dir auch ins Ohr zu sagen. Du testest mal, ob du das vertikale Geschoss... Ne, das horizontale, Entschuldigung. Ob du das springen kannst. Ah, okay. Ich glaube nämlich, dass das geht. Und dann, weil beim zweiten ist das Problem, du wirst gerollcatcht ganz oft. Die macht zwei Geschosse flache hintereinander. Das ist übelst schwer. Das ist ein guter Angle. Sehr schön. Die geht da voll rein. Und River Blood. Die ersten 2000 sind easy drin. So. Das ist ein Waste von ihr. Die verfehlt. Das hast du sehr geil gemacht. Wir gehen die Ausdauer. Das war zum Beispiel jetzt schon mutig. Weil jetzt hast du keinen mehr. So, jetzt müssen wir mal heilen. Oh, das ist gut. Ne, das ist gut. Das hast du gut gemacht. Oh, Mann. Oh, Meta. Du weißt jetzt also auswendig, wenn sie das Schwert hebt, kannst du actually was trinken. Du lebst noch. Alles cool. So, jetzt kannst du noch mal mit Frost probieren, wenn du willst. Wenn du dich damit wohne fühlst. Aber wie gesagt, 20% Bonus Damage, das macht sich halt sehr bemerkbar. Das ist gut. Das ist gut. Die läuft ja jetzt gleich rein. Wenn ich jetzt auch nicht schlimm. Dann kann man einfach nochmal probieren. Ja. Alles gut. Das ist unser Angle. Bäm. Sehr schön. Rüber auf Blatt. Und einmal nutzen, dann aber Mana. Einmal. Und jetzt weg. Jetzt brauchen wir dann unser Mana wieder. Das ist schlecht für sie. Ah, nee. Warte, das war nicht besser. Ah, das war nicht mehr. 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 So. Okay. Full Fokus. Wir machen entweder Frost oder River. Denk dran, die wird jetzt gleich wieder rüber gehen. Das mögen wir. Jetzt können wir mit Frost und dann River of Blood arbeiten. Ich glaube, das wäre das Beste. Mit Frost in die zweite Phase zu sprechen. Doch. Okay. Nee, nee. Mach die Frostwaffe. Genau. Ah, schade. Scheiße. Die ist schon. Okay, fuck. Okay. Renn, renn, renn. Renn, renn, renn. Der geht daneben. Der geht daneben. Ah, fuck. Aber ich weiß, was du meinst. Und du wolltest, dass ich drüber springe. Und der dritte ist wieder horizontal. Okay, das ist die ersten beiden. Können wir, zack, die laufen, zweimal rollen. Und dann ist die Frage, ob ich den dritten nochmal rausrollen kann. Alles klar. Nee, den dritten kannst du rausrollen, easy. Also die kannst du easy nach links und rechts rollen. Das Problem ist halt, dass sie sich mit den Geschossen wohlkatcht. Aber die ersten beiden zu rollen, und das kannst du dir angewöhnen bei sehr, sehr, sehr vielen Bossen im Spiel. Bei vielen ist so 50% der Angriffe kann man auch runnen. Was übelst hier Ausdauer spart. Also ganz oft renne ich zum Beispiel mehr, als ich rolle. So. Das ist gut für uns. Ham. Frost geprogt. Und River. Geht maßlos daneben. Das ist gut für uns. Ham, ham. Theoretisch kannst du jetzt, wenn du willst, schon auf, also eine Blutrotation durchgehen, weil dann ist ihre Blutbar leer. Und wenn einmal Blut gebrocht ist, dann gehen wir auf, äh, Kälte wieder. Ah, da bist du die Reichtheit unterschätzt. Du meinst jetzt nochmal Rivers machen, oder was? Genau. Also wir machen immer quasi Blut, ähm, Frost immer abwechselnd. Weil Blutstecks müssen quasi so lange gemacht werden, bis sie brochen. Sonst sind sie übelst verschwendet. So. Das wird jetzt so ein gutes für uns. Ah, 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 oh. Bam, der war Banger. Der reicht wahrscheinlich das Frost-Fach aus. Einmal noch kurz. Oh, das ist gut. Beb, und... Ah, schade. Ah, okay. Das ist der Tod. Nö, nö, alles cool. Das war Frost für sie. Trink. Und jetzt nehmen wir River Blood wieder. Ne, die hat schon Frost. Ah, ne, ne, ne. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Mach's doch super. Du hast noch sechs dringend. Super abba-spiel. So, und jetzt wollen wir wieder gucken. Doppelschlag. Bam, bam. Jetzt kommt wieder was Schlechtes von ihr, glaube ich. Der ist, bam. Bam, bam. Ja, der letzte, der letzte Schuss geht dann auch maßlos daneben in der Rente. Bam, bam. Ja, bei der, sobald sie die rote Waffe nutzt, einfach wirklich alles nach hinten und Abstand halten. Gut bleiben. Wir können wieder mit zwei Sachen arbeiten. Mit Frost oder Bleed. Wenn du einmal mit Blutung angefangen hast, dann ziehst du durch. Weil sonst sind die Stacks verschwendet. Und die bauen sich ja mit der Zeit ab. Genau, das hat jetzt geplant. Du kannst es, wenn du willst, auf Frost wieder übergehen. Weil es auch billiger ist. Also Mana nicht, das meine ich. So. Genau, das ist wieder so ein Rennmoment. Ja. Weil du siehst es? Der zweite haut nicht hin beim Rollen. Ja, ja. Ich habe nicht gecheckt, dass sie das nochmal macht. Ich dachte, das macht sie nur beim ersten Mal. Ist nicht schlimm. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen. Einmal Bleed. Ne, du hättest jetzt einmal Frost gemacht. Dann Bleed, dann Frost, dann ist sie tot. Und dann, und jetzt kommt das Allergeilste. Dann hast du sie getötet. Mit ihren eigenen Waffen. Weil sie ja quasi auch Feuer und, also sie hat Feuer und Magie. Ich mag die Dramaturgie. Die ist wirklich gut. Bloß wir sind halt weird. Wir stecken das wieder in unseren Koffer. Und dann holen wir es wieder raus. Aber das macht Bock so auf die Art und Weise, das zu lernen. Geil, ne? Ja. Weil du hast jetzt quasi einen Plan. Und für dich werden jetzt dann später sich viel mehr Zeitfenster öffnen. Aber bei ihr muss man ganz ehrlich sagen, sie sind wirklich wenig. Also sie bleibt so viel hintereinander. Das ist zumindest mit Katanas schwierig. Ich zum Beispiel habe mehr Zeitfenster mit einer schweren Waffe. Weil wenn ich ganz heftig die Waffe auflade, dann wehrt die sich nicht. Dann zuckt die, weißt du. Und das Zucken kriegst du mit Katana nicht hin. Vielleicht. Ist sie ja, ne? Genau. Sie dampft. Das ist wieder gut für uns. Das ist so mittlere Reichweite, wenn sie nur da steht. Pam, pam. Nochmal, pam, pam. Und das reicht jetzt, weil das keine Auflaube hat. Jetzt Auflaube wird er erstmal aufladen. No, no. Das ist feierlich. Das ist hier. Die Blutung ist getrockt. Okay, das war unmöglich. Gut gerollt und getrunken. So, und jetzt wieder Frost. Weil Frost macht halt, also beides macht halt dummen Schaden. Aber Frost spart uns viel mehr Mana für die Damage. Hup. So. Instant ausgelöst. Guck mal, wie wenig Mana wir verbraucht haben seit 3000 Tagen. Das ist gut für uns. Und ja. Oh, fuck. Den musst du noch mehr haben. Wenn du den drauf hast, dann kriegst du sie ausnahmslos jedes Mal die zweite Tage. Weil das kostet sie über viel. Der Spell ist so bad. Bam, bam. Bin gerollt. Letztes Mal Reward-Flug. Danach musst du trinken. Schaffst du? Sehr gut. Doge the easy. Das ist eine schlechte Attacke. Oh ja. Bam, bam. Kannst gleich weitermachen. Noch einmal. Einmal schnell noch. Noch gerade. So. Okay. Wir rennen. Wir rennen. Das ist nicht schlimm. Na, muss weiter rennen. Oh, leil. Du lind. Deswegen haben wir eine dicke Kugel. Schönes Ding. Wenn du den Rewer of Blood weitermachst, ziehen wir es durch. Wir machen einmal Blutung, einmal Frost, dann ist er tot. Das heißt, wir beenden jetzt die Blutung. Du musst aber aggressiv bleiben leider. Also immer auf mittlerer Range. Ich weiß, ich fühle dich nicht zu dann. Fuck. Ach shit. Ja, das war der Fehler. Ja. Ich wollte mich einmal heilen. Na, wenn du so bei Hälfte HP bist, ist es nicht super schlimm. Aber das Wichtige ist, dass du immer noch auf mittlerer Reichweite bleibst. Weil auf die großen Reichweiten wird es dann sonst zu schwierig. Wir machen jetzt auch noch folgendes. Wir machen jetzt noch einen neuen Move. Du wirst jetzt quasi die ganze Zeit in relativer Nähe bleiben. Also wieder mittlerer Reichweite. Und wir wollen uns nicht nur beim Schwert freuen. Wir wollen uns nicht nur bei dem schlechten Dash freuen. sondern bei ihrem scheiß Phalanx-Cast. Weil da steht sie auch einen Tag lang rum. Das heißt, einmal kurz... Anna, einmal kurz... Was ist denn die Phalanx? Ist das oben die Stolche oder was? Genau. Das heißt schon mal Phalanx. Da wollen wir aber nur mit River of Blood rein. Nicht mit dem Frost. Beim Frost brauchen wir eine lange Zeit. Das hier. Siehst du, wie lange das dauert? Und wie lange sie da steht, das wollen wir jetzt auch. Das heißt, wir bleiben genau hier. Na, wir Deutschen. Bleiben hier. Sehr schön auch. Und jetzt guckst du, wenn sie zaubert... Auf die Reichweite heiße ich. Genau. Das hier. Siehst du das hier? Ja. Da hast du ultra viel Zeit. Weil sie muss die Animation beenden. Die Dinger fliegen nicht sofort los. Und sie steht übelst lange da. Das ist gut für uns. Sehr schön. Und bam, bam. Danach darfst du quasi nichts dann rollen. Ja, dumm. Das ist die Siebener. Sieh weg. Das schaffst du. Jetzt kann man noch einmal. Danach trinken. Trinken. Pass auf, wenn die Schwerter leuchten, ne? Dann einfach hauen. Schönes Ding. Ist nicht schlimm. Trink dich erstmal. Wir rennen. Weiter weg. Muss ein bisschen weiter weg sein. Schönes Ding. Hast beide geschafft. Noll, noll. Genau. Sehr schön. Bam, bam. Wunderbar. Hier können wir das by the way nehmen. So, du kannst bei Rebirthplatz bleiben, wenn du willst. Weil Frost rieche ich dir gerade nicht. Außen macht das hier. Das ist ein Frost. Schön gefolgt. Deine Ausdauer ist weg. Na, jetzt musst du wirklich nur noch weg. Ja, schöne Heilung gefunden. Du hast nur noch einen Wölfer-Flattmann angerufen. Boah, das war sehr lach. Jetzt springen. Dreimal. Eins. Zwei. Und nochmal. Sehr geil gemacht. Schönes Ding. Irgendwie brauchst du wieder Mana. Du hast noch genug Tränke, um die locker zu machen. Du hast keinen Mana mehr. Das ist gut. Na, immer wenn sie die Phalanx macht, sind sie uns ein Vorteil. Oh, so ist die Bitrate. Die ist vom Rund. Richtig. Sie ist geblockt. Das ist gut für uns. Und wir rennen rein. Rein, 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 rein. Schade. Das macht sie natürlich. So, das schaffst du. Das ist ein schlechter Move. Passiert. Jetzt rennen, rennen, rennen. Nein, das war der schon wieder. Ich dachte, das wäre der Einzelne. Warum ich gerade verwirrt war, ich wollte die Flasche nutzen. Und habe aber die Mana-Flasche benutzen. Ich wollte diese Tränenflasche nutzen. Jo. Das wäre cool gewesen, wenn du die noch gemacht hättest. Okay. Ein Versuch noch. Das ist der letzte. Dann machen wir das jetzt. Warte mal, ich muss einmal ganz kurz. Dreieck und nach unten. Ja, Mann. Okay. Spät für dich, ja. Oh ja. Aber ich habe irgendwie Bock, das jetzt auch zu sehen. So, genau. Fängt schon Frost an. Das ist chillig. Fuchst oben eine Kackattacke von ihr. Ja, so ist es chillig. Das ist nicht schlimm. Oh, das ist zweimal gemacht. Ist schon. Also einmal so in so Nebel, wenn die da so in der Grunde drinstehen, bist du damit durch. So, das heißt, wir wechseln die Wache. Und jetzt wird's. Oh, das ist nicht schon leider fast. Und so nichts. Oh, warte. Ah, das ist ja dieses Auslesen des Controllers. Ja, okay, bitte. Yes. Bam, bam. Jetzt wieder. Ja, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Und jetzt wieder. Das ist eine Furchtbare-Attacke für dich. Was wir hier nicht ausdauern, dann musst du jetzt wirklich zurück. So, jetzt noch einmal heilen. Und jetzt, jetzt wirst du Blut brauchen. Bam. Wunderbar. Wir können wieder auf Frost gehen. Ja. Das musst du wirklich rollen. Rollst du da gar nicht oder bist du gekriegt? Doch, doch, doch. Ich bin zu spät. Ich hab so ein leichtes Trauma, weil man da halt auch leicht zu früh rollt. Jo. Deswegen hab ich mir so Geduld verschrieben. Okay, jetzt hab ich sie aber ein bisschen verkackt geworden. Das ist eine Stunde, du brauchst noch nicht das. Die andere, die kannst du jetzt ja nehmen. Oh, das tut. Genau. Jetzt in der Wolke, kannst du da rüber aufs Blatt nehmen, aber man muss Mana trinken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, jetzt kann man nochmal dringen. Aber ich hab original die falsche Flasche genommen. Ja, schön da ran. Na, irgendwann wollen wir das ausnutzen. Oh, nochmal. Ja, weiter. Sehr schön. Noch einmal und jetzt weg. Ja, einfach weg, einfach weg, weg, weg. Das verfehlt die Maßlos. So. Kannst du schon über Frost pfeifen oder normal, das ist egal. Aber du kannst eigentlich Frost machen, aber ich suche das schon ausgelöst. Das wird aber ein bisschen dauern. Sehr schön gerollt. Gut getrogen. Ich muss jetzt nur ausweichen, bis da eine Ausdauer wieder da ist. Ich bin gerade absolut bodenlos. Oh, das ist der Siebener. Das war gut, das war gut. Irgendwie verfehlt dir den. Was schaffst du denn? Kannst einmal riveren, glaube ich. Okay. Das ist ein Rivalangle. Du hast noch einmal river, dann hast du... Oh, okay. Du hast es nicht. Sehr schön. Das war ein wichtiger Punkt. Irgendwie verfehlt sich da alles. Das ist übegeil. So, jetzt rennen, rennen. Nice. Noch einer? Fuck. Egal. Trink den Trink. Nein. Trink deine Physik. Deine Physik. Nein, der hat noch genuggelt an den nackten... Ist nicht schlimm. Das war der Run, wo du ganz schlecht gestartet bist. Ja, ich bin dann richtig... Ich habe es richtig weggeschmissen gerade bei dem Run. Aber wir haben gesehen, dass die... Also die Verwandlung ist besser im Nahkampf. Wenn wir reingehen und nah bei dir verwandeln, dann rennst du einfach raus. Ja, das ist viel besser. Viel besser. Komm, einen machst du noch. Ja, komm, finde ich auch. So können wir ja nicht hier... Wir werden auf jeden Fall noch schlafen. Ich kann dich nicht so ins Bett schicken. Ja, ich würde dann eh am Handy gucken. So. Ja, da ist ein Tratsch. Ist okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Volls rein. Oh, du kannst nochmal raus einfach machen. Wenn die wieder so komisch steht, einfach machen. Zähler. Oh, das steht ja eher wie das. Bam, bam. Sehr schön geholzt. Bam, bam. Jetzt erst mal chillen, weil du hast keine Ausdruck. Ja. Wieder ein bisschen hin. Unrivern. Hm, noch ein bisschen unrivern. Okay, fantastisch. Ja. Ist schlimm? Das ist kann. Ich bin ein bisschen gierig gerade im Externen. Ja, aber ist okay. Also lieber... Also so eine Gier ist okay. Weil du willst ja eigentlich sofort... Oh, das ist ein. Das musst du lernen. Der muss... Wenn der sitzt, dann hast du es. Ah, fuck. Das ist nicht schlimm. Du hast die Fass in die zweite Phase. Du hast die in die zweite Phase. Trinkt was? Trinkt was? Und dann renn. Nee, so geht das nicht. Du musst das... Du hättest vorher das machen. Äh... Aber wir haben sie jetzt... Nein, lass mich in Ruhe. Ah, du Schweine. Ich weiß nicht so. Ich weiß nicht, was instantanlöschte ich. Ja. Jetzt mach es ganz gut. Ah, fuck. Ah, schau. Ah, schau. Ah, schau. Ah, schau. Okay. Kannst du auch noch mal die Physik reinballern. Weil die Physik hatte den Vorteil, da kann sich der Schutz ja auch treffen. Das kriegt ja keinen Schaden. Die Physik hat ja 90% Schadenreaktion. Du meinst die Flask, die, ne? Ja. Ah, ich hab mich hingesetzt. Ja, das hab ich auch. Das hab ich bei mir rausgenommen, zum Beispiel. Bei mir macht es Hinsichtsen gar nichts. Das ist einfach kranke. Oh, Vorsicht. Da kommt Schuss. Ja. Wieso machst du das denn nicht, indem sie dich... Okay, das ist einfach gerade jetzt ein bisschen scheiße gelaufen, also die Flasche. Okay, jetzt kämpfen wir. Also wir haben jetzt auf jeden Fall das Flaschenproblem gelöst. Das ist keine Ausdauer. Das ist ein Siebener. Volle Ausdauer. Oh, das ist gut für dich. Aber zu früh. Roll in die Waffe rein. Dann ist zu früh kein Problem. Ich weiß jetzt, was mein Problem war. Du kriegst die ganze Zeit. Ey, ich muss die... Ich check nicht, was ich gerade in meiner Panik. Diese Flasche. Die ganze Zeit dreht sich meine Gedanken nur darum, diese Kackflasche. Aber du drückst doch nach oben, also Y. Oder, keine Ahnung, was die obere Taste bei der Playstation ist. Und dann drückst du nach oben. Oder unten, oder? Ja, aber dann hat er sich hingesetzt. Warte mal. Zack. Hinsetzen ist, wenn du reindrückst. Wait, warum witzelt sich da hin? Ja, okay, der war das. Ah, okay, fuck. Hinsetzen ist doch bei mir das Controller reindrücken. Deswegen habe ich es rausgenommen. Ja, ich habe das umgestellt und war jetzt in meiner Panik gerade. Ich muss Dreieck drücken und dann den linken Stick reindrücken. Weil ich nämlich immer... Oh, krass. Weil ich, wenn ich panisch werde, drücke ich immer den linken Stick rein. Und dann wechsle ich automatisch da unten. Da habe ich das immer gewechselt. Deswegen... Okay, pass auf. Du musst ins Bett. Du gibst mir einen Run. Okay? Das wird der jetzt einfach. Ich konzentriere mich jetzt ein bisschen. Weil gerade war ich ein bisschen so, da wollte ich... Denk nicht an die Physik. Aber eigentlich ist die Physik für dich ein guter Trank, wenn die den Schuss macht. Weil du kriegst trotzdem HP wieder und der Schuss macht keinen Damage. Ah, okay. So, jetzt machen wir mal ganz ruhig. Ich kann sie da antworten. Also nicht zu lange zögern, sondern wenn die so super AFK ist, ist das kein Ding. Aber es macht mega Bock auf die Art und Weise ein bisschen gecoacht zu werden. Es ist, ähm, man muss natürlich so mit diesen Gegnern auch massiv Gehirnkraft aufwenden, um das Timing immer zu haben. Deswegen wird das mit der Zeit eher schlechter als besser. Aber wir sind jetzt gut drin. Also irgendwann ist auch Müdigkeit und sowas kommt da rein. Also wie gesagt, ich habe ja schlimme Sachen gehört hier von Hanno Stream. Der hat dann ja quasi, glaube ich, zwölf Stunden am Endpost gesessen. Also den ich noch nicht gesehen habe. Also bitte nicht darüber reden, falls niemand den gesehen hat. Aber das ist halt totaler Punkt. Aber so wollen wir eigentlich nicht spielen. Also ich glaube, er hat, oder? Ja, genau, er hat. So schön gerollt. Das ist gut, schön. Genau, und jetzt lieber dranbleiben. Weil wir wollen Blutung oft trocken. Das muss schnell hintereinander kommen. Genau, dieses AFK, das kannst du machen. Oder was ist Frost trocken? Oh, macht ja auch nicht schaden. Aber ich hätte jetzt... Also wenn du mit River einmal anfängst, musst du River durchziehen. Okay, ich dachte, ich will wieder den Frost drauflegen. Und dann, okay, aber machen wir das. Das geht auch. Du kannst es natürlich immer hin und her machen. Und nur wo Frost da leiden. Aber eigentlich, wenn du schon Blutung drauf machst, ist es besser, die Blutung wirklich auszulösen. Warte, 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 warte. Aber Blutung macht doch mehr Damage. Dann machen wir das jetzt. Und nochmal ein bisschen nachrüstieren. Oh, das ist perfekt. Und jetzt in die Waffe reinrollen. Okay, das ist glaube ich das Einzige, was ich dir noch angewöhnen muss. Dass du in die Waffe reinrollst. In den Schuss. Aber dann ist es auch viel leichter. Genau, Mana nicht vergessen. Das ist gut. Fuck, Mann. Oh, jetzt wieder hingehen. Das kannst du ruhig machen. Wenn du das castest, kannst du einmal River. Aber nicht voll. Oh, jetzt war voll. Sehr gut. Geh zurück. Renn, renn, renn. Renn um dein Leben. Weil jetzt hast du die Feuerattacke ausgelöst, was übel gut für dich ist. Das war gerade mega gut für dich. Jetzt kannst du mit Frost oder mit Blut weiterarbeiten. So wie du vorcast. So. Sehr gut. Ich sag dir Bescheid, wenn du rennen musst. Alter. Jetzt hast du gerade gar nichts gedocht. Nee, weil der Erste hat mich getroffen und dann war ich gestunt. Und dann kamen die anderen direkt. Okay, scheiße. Okay, wir machen noch einmal. Aber du rollst jetzt in die Waffe rein. Von seinem Schlag von oben. Du rollst nach rechts in die Waffe rein. Das würde ich noch einmal sehen. Die Doppelklinge meinst du? Genau. Weil das ist der schlechteste Spell. Die kassiert so hart danach. Weil du hast jetzt die Transition in die Phase von ihr und die nächste übel gut gemacht. Weil wenn du nah dran bleibst, macht sie die Feuerattacke. Und die Feuerattacke ist terrible. Ja, also für mich ist die eigentlich gut, oder? Ich muss ja nur da hinten laufen. Ja, genau. Die ist extrem schlecht für sie. Aber macht es denn überhaupt Sinn, sie zu vereisen, wenn wir dann eh bei Blut bleiben? Also das Beste wäre ein kontinuierlicher Wechsel. Also normalerweise gibt es quasi zwei Varianten. Du machst Eis, dann machst du einen einzigen Autotech Feuer und dann machst du wieder Eis. Aber River of Blood hat ja den Vorteil, es hat bessere Range. Du kannst es halt kontinuierlicher benutzen, weil dem Frosting müsstest du jetzt sehr definitiv mit Autotech bearbeiten. Wenn du einmal weg bist von ihr, dann lass die Ausdauer komplett aufladen. Weil sonst ist immer nichts Geiles, das in der Fall ist. Was ist das Zeug nicht gut für dich? Ja, ist gut. Können wir nochmal heilen. Oh, das ist nice. So, jetzt in die Wache rein. Oh, Fatsch. Immer zu früh oder zu spät. Nee, genau. Du musst quasi nach rechts rollen. Ah ja, okay. Stimmt, das hast du zu sagen. In die Waffe reinrollen. Das habe ich falsch gemacht. So, das tut. Bam, bam. Sehr guter Winkel. Noch einmal danach. So, was passiert. So, was passiert. Dann habe ich über die Tränke. Alles cool. Du kriegst hier mit extrem viel Tränke immer in die zweite Phase. Immer. Okay, das ist es. Jetzt kann man noch ein bisschen arbeiten. Wir holen die jetzt weg. Aber jetzt macht sie eventuell... Okay, jetzt macht sie das. Ist nicht schlimm. Letzter noch. Und rollen. Äh, trinken. So. Oh, zu früh. Oh Gott. Ja, da musst du dann rollen. Okay, einen noch. Einen noch, weil ich will, dass du in die Waffe reinrollst. Von hier. Du meinst, also meinst du jetzt den leuchtenden Riesenschlag oder diese Doppelklinge? Den leuchtenden Riesenschlag. Der kommt von oben und dann kommt er immer von rechts. Und wir rollen nach rechts rein in das Ding. Ja, ich habe den, äh, ich habe das irgendwie so im Hirn, dass ich nach links und da, hast du völlig recht, das ist der Fehler. Der zweite muss nach rechts. Ja, der, weil der rollcatcht dich. Das ist das, William. Ja. Das ist das Ding. Oh, nice. Was man nicht ganz ausgibt, wie jetzt er auslöst. Boah, kieb ich. Ja, nein. Ist okay, das stimmt. Boah, okay. Das ist ein Doppelschwingen und jetzt kann ich. Geil. Das war risky, aber hat sich gelohnt fürs Blut. Ja, jetzt nach rechts rollen, ne? Oh, was war das? Der hat dich gestagert. Der hat dich mit den, du hättest die Arrows noch rollen müssen. Alter, da waren die Arrows über dem Leuchtschwert. Was ein mieses Schwein. Okay. Das war ein mieses Teil. Deswegen wäre es quasi bei dem Ding, wir machen nochmal, aber ich will auf jeden Fall den Rollen nach rechts sehen. Ja, auf jeden Fall. Aber das war gerade richtig frech. Ja. Das heißt, du machst dann quasi zweimal, machst am besten zweimal nach rechts. Das ist wichtig. Ja. Weil dann hast du noch eventuell die Möglichkeit, die Klinge an sich zu verfehlen. Dann wirst du quasi entweder nur von den Arrows getroffen, im schlimmsten Fall. Und dann hast du aber noch genug Zeit zum Rollen nochmal nach rechts. Aber so rechts und dann aber ein bisschen zu ihr noch. Wir wollen ja noch River of Dutters oder sowas brauchen. So, das ist ein Banger. Das ging extrem schnell. Okay. Genau. Weil bei dem geduldigen Schlag ist für uns ein großer Vorteil, wenn ihr das macht. Weil wir können danach Fade hitten und danach ist ihre Combo vorbei. So, das ist auch gut. Boah, das ist unangenehm. Ja. Dann, dann. Banger. Das ist gut. Das ist der langsame. Danach kann man. Genau. Dann, das kann man auch einmal. Oder trinken. Geht beides. Aber Blutung. Blutung darf man sich nicht so viel Zeit lassen. So, jetzt können wir wieder Frost dröne. So, jetzt nach rechts. Das war zu früh, aber trotzdem gut. Wenn er das zweimal gerollt hat, war eigentlich sehr schlau. Aber in die Waffe rein ist immer eine Grundregel. In allen, bei allen Bonnen. Ja. Du hast keinen Mana mehr. Aber ist egal. Blutung macht auch du Auto-Attack-Damage. Aber halt, der will. Okay. Fuck die. Fuck die fuck. So, ist die schlimm. Den hast du. Ganz mit Frost oder mit Flied arbeiten. Wenn du einmal mit Flied angefangen hast, dann mit Flied dann auch gut. Geil. Jetzt kannst du noch mal. Und jetzt würde ich vielleicht noch mal schlagen. Aber dann mal weg. Weil das ist... Okay. Das wird schwer. Gut gemacht. Noch einmal. Nein, 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 nein. Also dann machen wir noch mal. Das ist das Ding. Du bist halt in das Schwert rein. Das darf dir niemals kommen. Ah, gesnaselt. Weil du musst ja quasi den Controller wirklich nur nach links halten. Aber ich hätte sie... Ich hätte sie... Ein, zwei Mal... Oder einmal mehr schlagen müssen. Dann hätte wahrscheinlich das andere Ding getriggert, oder nicht? Was meinst du mit das andere Ding? Ja, das Feuerding. Ich war auch irritiert, dass das Feuerding nicht kam. Weil das... Aber das ist ein gutes Learning. Geh noch mal rein. Wir kommen ja eh in die zweite Phase. Ja, ja. So. Wir gehen noch mal rein. Und wir gucken, wie lang wir dastehen müssen, bis sie mit dem Feuer anfängt. Ja. Weil wenn sie immer an dem Nachkauf in dem Feuer anfängt, dann ist es ja easy. Weil danach kannst du trinken und schön... Was fand ich jetzt voll blöd von dir? Und unfair. Aber es ist okay. Dass sie da einfach... Wir traden ja besser. Also wenn du dann quasi Brost einmal drauf hast und danach River of Blood macht, traden wir ja viel besser. Aber wir haben ja den Bonusschaden. Ja, ich fand's von dir einfach auch persönlicher Ebene ein bisschen unfair. Ja, ne. Was für mich ist sie? Ich meine, wir können sie nur dadurch beschädigen, dass wir immer noch nicht ihren Namen aufhören. Das ist gut. Nach rechts. Zu nah ran. Sehr geil. Diese Reichweite ist so bestialisch lächerlich. Die ist wirklich sehr robust. Ja, ne. Sehr vergestockt. Denk dran. Letztes Mana. Wieder auf die in Abstand gehen. So, das ist der Mana-Engel. So, sehr gut. Dann kann man wieder. Das war eine gute Idee, weil wir hätten die zweite Phase gehen können. Kannst du aber nochmal forsten. Oder halt jetzt durch River. Jetzt musst du durch River. Jetzt wird sie verwandelt. Yeah. Vielleicht noch ein bisschen. Und jetzt muss ich glaube ich es gehen. Oh, du Schwein. Du Schweinegesichtige. Das ist krass. Dann hat das kein System. Dann macht das das, worauf sie Bock hat. Aber kann ich da nicht hinter sie gehen? Kannst du probieren. Aber ich glaube, sie trifft trotzdem. Ich glaube, es gibt manchmal so, da sind die wie so Turrets. Dann drehen die sich perfekt clean mit. Das hatte ich bei einigen Gegnern gehabt. Bei ihr geht das glaube ich nicht. Also wenn du da einmal na dran bist, ist das sogar Action nach Zeit. Das heißt, wir müssen uns von der Na-Dran-Idee vielleicht verabschieden. Aber einen Run machen wir noch. Aber das war, eigentlich ist das mega geil, wenn man rangeht und sie dann, ich weiß nicht, vielleicht muss man noch früher dran stehen. Vielleicht entscheidet sie sich schon früher als sie sich meinen. Ich weiß nicht, wann ihre Entscheidung kommt. Also ich hätte jetzt gedacht, jetzt war es safe vorher. Von guter Frost Angle. Genauso reiht es dann voll schon da rein, damit sie doch schön im Nebel chillt. Ohne Discord wäre das übrigens. Ah, super, das ist voll. Bam, bam. Ist das gut für dich? Nein. Feine Gesicht. Wir wissen ja wirklich nicht, wie sie alle sind. Wir müssen dann wieder diese ganzen Mordern mit der Packung und dann mit diesen Kinder. So, das ist glaube ich ein Heil-Engel. Genau. Schön Ausdauer aufladen und dann ein. Boah, geht es jetzt. Da muss ich nicht so rollen. So, ich denke, wir sind wieder bereit für Frost. Also dein Mana ist eh rausgeballert. Was mache ich? Oh, rollen? Schön. Länger gemacht. Kein Mana mehr. Oh, Arschloch. Ist nicht schlimm, du hast übel viel Leben. Übel viel Leben. Einfach weg. Und haben Mana. Genau. Und jetzt geht weiter. Frost oder Bleed bleibt dir überlassen. Aber ich würde es glaube ich Frost sogar machen. Oh, ne. Genau. Rennen, rennen, rennen. So, auf den Weg. Jetzt kommen zwei Banger Rolls von dir. Ich bin so dumm. Ich habe original das Rollen beim Dritten vergessen. Okay, eine. Dann ist aber Schluss. Ja, okay. Einmal haben wir. Das sind diese Konstellationsschwächen, die dann mit zu später Stunde kommen. Weil das sind da so wirklich so kleine. Das ist wie, man muss sich das vorstellen, wie wenn ein Programmierer nachts um zwei, nachts zehn Stunden Schicht, weil er irgendwas abgeben muss, die letzten Codezeilen tippt und die Fehleranfälligkeit pro Codezeile erhöht sich massiv ab einem gewissen Zeitpunkt. Und das ist mein Hirn, ist gerade exakt das. Jo, dann machen wir noch einen Versuch und dann Ja, wir machen das easy. Und dann ist kein Ding. Weil ich verstehe das nicht. Also man sollte auch nicht, also normalerweise ist das so, du machst das jetzt, dann machst du es morgen und das ist geil. So, das ist sehr geil für uns. Ja, ne, das war der andere. Aber der ist trotzdem. Ja, die Hoffnung ist immer, dass dann die Klinge noch bei der Animation trifft. Ah, Arschloch. Weil dann kommt der Jetzt einfach, jetzt habe ich so eine Trotzigkeitsphase, wo ich genau weiß, dass mich der Austausch kostet. Ja. Aber ich denke mir immer so, nur jetzt bin ich dran. Okay. Jetzt bist du wirklich. Bring, bring. Ich glaube, das kannst du auch als Rennattacke machen. Wenn du glaube ich siehst, wie der das castet, muss man probieren, das einfach mal hinreißen und einmal ganz schnell einmal das machen. Aber hier ist die Frequenz wichtig. Wie häufiger, desto besser. Genau und dann. Oh, das ist gut. Nach rechts rollen. Schön. So. Und jetzt gehst du Mana holen. Wir rollen entspannt. Wir gehen hin. Oh, nochmal. Bam, bam. Sehr gut. Habe ich auch so gemacht. Ah, schau. Nicht schlimm. Das ist einfach so ein Frechhelp. Ja. Oh, und rein. Oh, und rein. Mann, ey. Das ist schlimm. Wenn du den Doppelhit dann trifft, kannst du auch einmal nochmal reinnommen. Okay, das sind jetzt Konzentrationsfehler. Ist das gut? Ah, ne. Aber der ist trotzdem gut. Wenn er den mit dem langsam beendet, ist chillig. Ich glaube, das Swing ist auch gut. Ich kann einen Ausbau. Jetzt musst du wieder hin. Du musst echt schnell hingehen. Wir wollen immer nah dranbleiben, weil sonst baut dir die ganze Zeit das Blut ab. Wir müssen uns ganz schnell und oft aufmachen. Oh, hin, 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 hin. Die blutet gleich, die blutet gleich. So, jetzt rollen, rollen, rollen. Einfach nach hinten. Einfach panisch nach hinten und nochmal heilen. Ist okay, heil, heil, einfach nochmal. Okay, gut, gerollt. Okay, jetzt blutet sie auf jeden Fall gleich. Bam, bam, bam. Okay, das ist die 7er. Ich trottel gesichtlich, wusste das. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, das ist die 7er, wusste ich, ist es vorbei. Das ist nicht schlimm. Okay, das ist jetzt der letzte. Das ist jetzt wirklich der letzte. Das ist der letzte. Weißt du, was das Problem ist, woran das die ganze Zeit lag? Ich habe nicht von meinen Schoko-Bonbons eingegessen. Na, dann rein in den Bonbons. Aber ich habe nicht jetzt noch schon mal die letzte. auch mal Nils nur plus 11er Flasen. Das ist nicht, also irgendeine Kirche habe ich nicht vergessen. Aber plus 11, plus 12. 14 sind das Maximum, oder? Nee, nee, du kannst dir ja die Stärke, wie viel die pro Flasche heilen, ist bei dir ein bisschen geringer. Dann habe ich noch ein, hatte ich nicht irgendwas noch gefunden? Pass auf, du machst jetzt folgendes, du gehst rein und machst jetzt noch einen Runenbogen. Was, ein Runenbogen? Ja. Ins Inventory, oder was? Nö, du aktivierst den. Also Inventar und dann einmal nach rechts, genau, und dann Runenbogen. Wir weisen jetzt die komplette Domination. Was genau macht der jetzt? Der hat ja alles plus 5 gegeben. Geil. Dann kann ja jetzt ja nichts mehr schief gehen. Wo mehr home? Weim. So, guter Start. Die sind in der Wolke. Frost ist schon mal drauf. Gedeutcht. Und mal gerivert. Und jetzt noch mal. So, das ist genug, River. Lass uns wieder heilen. Gibt ja genauso. Kannst du überfrosten, wenn du willst. Genau. Sehr gutes Frost-Priming. Jetzt mal einfach blind rein. Oh, jetzt rechts rollen. Bam. So, das geht wirklich weg. Ich kann nicht mehr rollen. Ja, ja, wegen der Ausdauer. Mann, ich hatte keine fucking Ausdauer. Das war so gut, Maxim. Original, wir hatten zehn Flasks. Ja, ich weiß. Du musst dir mal gucken. Also ausdauerbar ist das, was du mehr beobachten musst. Ja, du hast völlig recht. Weil das liegt auch daran, dass ich jetzt durch diese ganze Rivers of Blood-Geschichte, das nimmt halt auch echt viel Ausdauer ab. Da muss ich mich umstellen. Da muss ich mich umstellen. Das ist aber das, was... Deswegen bin ich einer, der zum Beispiel auch Konditionen levelt. Ja. Also auf 60. Ja, das will ich auch mal machen. Weil das... Also ich schilde natürlich viel. Ich brauche das eh. Und Gewicht und so weiter. Aber... Das macht sehr, sehr viel aus. Du hast halt nicht ausgelöst. Du musst also nochmal machen. Okay. Ich halt. So. Hey, muss ich bei Blue bleiben, ne? Ja, kann ich machen. Sehr gut. Also selber nur ein dicker Bonus. Ist der jetzt nicht getroffen? Naja. Das ist so cool für mich. Das ist sehr langsamer. Aber jetzt, weil sich das zum Beispiel das gefährdet ist. Das ist dann quasi keine Ausdauer mehr. Du kannst zwar noch direkt rollen, aber dann hast du keine Kontrolle über das Roll-Timing. Weil... Dazu verschwindet ja einfach nicht. Aber das zum Beispiel ist übelst. Ah! Das ist kein Mana. Muss trinken auf jeden Fall. Genau. So perfekt. So, so. So, so. So, nach rechts. Eins. Die ist quasi so gebalanced, dass sie wenig Schaden macht. Weil die Attack so schnell ist. Auch der Bete. Und zweimal so. Fuck. So. Ist nicht schlimm. Mach ein paar und dann geht's wieder. Weil sonst, wenn die blaue Attacke kommen, ist das Problem. Aber das geht. Oh, das ist gut. Kannst du wegrennen. Kannst du sogar Mana aufladen. So, gut gerollt. Okay, fuck. Bisschen mehr. Auch so nicht schlecht. So, hier hat die ein bisschen mehr Tankiness, aber nicht gegen Frost und nicht gegen Krieg. So, jetzt kommt Scheiße von ihr. Genau. Wenn die diesen Straft machen, dann kannst du auf jeden Fall was machen. Oh nein, das ist doch die 7-Nacht. Noch nicht. Oh, ich hab keinen. Alles gut. So. Und jetzt. So gut. Das ist dein Moment. Oh, nein. Sehr gut. Okay. Du kannst jetzt nochmal Frost nehmen. Oh, das ist gut für dich. Spring, spring. Und nochmal. Dreimal anders. Das zum Beispiel wäre das, wo du richtig krass reinhauen kannst. Das ist deine Hoffnungsattacke. Wenn die die das noch einmal machen, ist sie tot. So, also du merkst, die Unterschiede sind riesig. Wenn du die Zeitfenster nutzt, die kommen. Also das Schwert ist dein bester Freund. Der komische Dash ist dein bester Freund. Und der... Wie heißt er? Und der Mond. Der Mond ist das Beste. Weil wenn der Mond... Ich würde nicht ganz nah bleiben am Mond. Weil manchmal ist es so, dass die AOE... Wir machen noch einen Versuch. Finde ich auch. Einen letzten noch. Finde ich auch. Und dann... Ja, wenn die vom Mond wieder runterkommt, drückst du der auch in eine volle Lade rein. Weil du verbrauchst fast keine Ausdauer. Du musst ja nur springen. Das stimmt. Da muss ich auch, wenn sie rein... Ja, also wenn der Mond kommt, weißt du... Geil. Ich habe jetzt 4000 Damage for free am Leben. Das ist nicht schlimm. Das sind Trades, die für die viel schlechter sind. So, da kannst du ruhig was trinken. Dann, wenn die so weg springt, heißt das, dass die Wissen geht. Und dann kann man nicht immer was trinken. Weil natürlich manchmal dann den Mond abfeuert. Aber dann, wenn du es sofort... Und wenn sie sofort weg springt... Und du sofort was trinkst, dann geht es. Das ist gut für dich? Nein. Oh, schade. Ärgerlich. Zu früh. Ein bisschen zu früh. Ja, muss ich mir keine Sekunde warten. Bam, bam. Okay, du bist noch flashmäßig. Mega gut dabei. Einmal noch und dann heilen. Also mal nach heilen. So, sehr gut. Das ist gut für dich. Sehr hänger. Ich könnte mal mit Frost arbeiten. Aber wenn die zweite Phase geht, dann... Das ist los. Du musst nicht so nah rangehen. Du kannst schon ab der Hälfte des Weges beginnen. So, dann nach sofort trinken wir jetzt hier. Genau. Okay, das war aber damage-wise sehr gut. Ist das nicht schlimm bis jetzt? Das ist gut. Jetzt machen wir auch immer nur eine Tank. Dann sind wir hier auch sehr viel Ausdauer bewahren. Das ist zum Beispiel sehr riskant. So, wir hoffen auf den Mond oder auf irgendwelche Kacke-Tags. No way. Okay, das ist so mies. Ja, die ist stark. Ah, weil halt... Ah, Mann. Vielleicht muss ich dann auch einfach... Wir machen noch einen letzten Versuch. Und wir machen das jetzt so, dass wir quasi sehr viel Abstand halten. In der allerletzten Phase. Und wir hoffen, dass der Mond kommt. Genau. Wir hoffen so ein bisschen auf den Mond und die schlechtesten Attacken. Und du musst nicht super nah rangehen, wenn du River of Blood benutzt. Weil jedes Mal, wenn du River of Blood machst, nähert er sich. Mhm. Du machst quasi so Steps nach vorne. Rudenbogen können wir auch noch mal nehmen. Aber das ist mehr für den Flex. Ich weiß gar nicht. Warst du im Main-Game in den ganzen Firmen drin? Oder warst du die ganzen Rudenbögen? Weil sie nicht ein bisschen alt war, weil sie nicht mehr. Genau. Sonst feiern wir uns noch mal Morgoth-Zone rein. So, das ist einfach. Kannst du einfach mal stehen bleiben? Sechs Heile. Soll ich sechs machen. Sechs Ausdauer. Das ist nicht schlimm. Also wenn du Bleed-Forkst und dafür eine Flasche verlierst, ist das absolut gut. Das ist gut für dich. Siehst du, dieser Abstand, das ist er. Weil da kannst du einfach Rivern und der geht eh den Schritt nach vorne. So, jetzt hast du keinen Mana mehr. Also du musst heilen und dann nochmal Mana heilen. Oh, das ist gut für dich. Aber jetzt normale Attacks. Das zählt auch als normale Attacks. So, dies gleich wieder in der zweiten Phase. Nice. So. Ein bisschen schnitzen, aber nicht auf der Zeit. So, rennen. Nee, oh geil, 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 geil. Das ist das Beste. So, die kommen gleich raus. Vorsicht. Kommen sie mit den Spells raus. Das ist gut für dich. Schönen Abstand. Wir gehen jetzt auf richtig maximaler Fremd. Das ist gut für dich. Wieder volle Wuchtabstand. So weit weg, wie du kannst. Notfalls auch ein bisschen laufen. Okay, wir brauchen volle Ausdauer. Du läufst so lange weg, bis du halbwegs volle Ausdauer hast. Das ist das Wichtigste. Jetzt ist der grüne Balken wichtiger. Wenn sie den Mond macht, springen wir Richtung zu ihr, damit wir genau richtig landen. Warte, sag ich dir nochmal Bescheid. Und jetzt schnitzen wir sie auf. Einfach weiter. Weiter, 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 weiter. Wir machen keinen Pause. Fuck. Das war ein perfekter Markov. Das war wirklich ein perfekter Markov, Alter. Also besser geht's nicht. Alter Schwede. Besser ging's nicht. Ich hatte keine Mana mehr, ne? Jaja, das ist ein Problem. Ich hätte mit dem anderen schlagen müssen. Das hätte man machen können. Aber wir gehen einfach nochmal rein. Also wir machen ja so. Also das ist wirklich der letzte Fall. Alter, hast du das gerade gesehen? Das ist für mich normal. Ich habe das tausend. Das wurde nach mir benannt. Das ist ein ganz klassischer Markov. Der Gegner hat eine HP-Leiste, die man nicht mal mehr sieht. Mit der Run-Arc wäre es das gewesen. Exakt, das stimmt. Das stimmt. Dann gehen wir rein mit der Arc. Das ist keine Niederlage. Nee, nee, du hast recht. Weil es geht ja darum, wenn du die jetzt machst, dass du sie nochmal machen kannst. Dass man nochmal reingehen kann, ne? Ja, du hast völlig recht. Genauso muss man das nämlich sehen. Du weißt ja, wie es geht. Du musst jetzt quasi nur noch freuen auf die Attacken. Du hast zum Beispiel, du musst dir ja mal vorstellen, du hast ja mich noch im Ohr, der die ganze Zeit nervt. Und gerade jetzt zum Beispiel das Ausnutzen, dieses Learning vom Mond, wie hat sich das angefühlt? Sehr, sehr gut. Übel gut, Mann. Das hat sich richtig gut angefühlt. Ja, wir laufen es. Genau, er hat noch keinen Frost drauf. So, jetzt aber. Das ist gut für uns. Wir rollen rein. Ohne River. Das ist auch wieder ein River-Engel. Das ist auch einer. Geil. Hälfte des Mana hast du noch. Also noch zweimal River-Engel. Schön Mann aufgeladen. Das ist gut für uns. Und. Geil. Bam, bam. Schön weggerollt. Und nochmal. Jetzt reicht das erstmal. Weil Ausdauer. Ausdauer ist jetzt das Wichtigste. So, kein Mana mehr. Du kannst was trinken. Ne, ne, trink jetzt fest. Das ist gut. Du läst noch. Das ist gut. Ich darf es nur nicht auf jeden Fall zu ihr rollen. Also in das Schwert rein wollen, dass wir auf jeden Fall nicht dumm und gut sind. Ich trink jetzt einfach über viel. So, und trinkt mal in deinen Mana. Halten jetzt ganz viel Abstand. Wir rennen nur weg. Rennen nur weg, heilen und trinken. Hä? Du hast ihn. Ich muss jetzt nur was trinken wieder lernen. Wie trinke ich mal nach? Ey, ich kann irgendwas grad nicht mehr machen. Alle kannst du nicht mehr machen. Okay, jetzt hast du Zeit. So, das ist der Mond. Woher kannst du das? Naja, dann Auto-Tags. Fuck, ich hab doch die fucking Mana gegessen. Das ganze Mana? Warte mal, war das jetzt wirklich leer? Das kann nicht sein. Ich hatte doch Mana gegessen. Das Mana war echt leer, aber das kann ja gar nicht sein. Ja, aber ich hab getrunken. Ich hab das in Auftrag gegeben. Ja, dann nochmal, dann zähle ich. Ja, das zähle ich. Ganz ehrlich. Hab ich die falsche Taste gedrückt? Dann drück jetzt nochmal die Taste, die für dich funktioniert. Oh Gott, ey. Ich hab's halt original, weißt du was ich glaube? Ich hab, ähm... Das war einer dieser Programmierfehler. Ich hab halt original für einen kurzen Moment vergessen, wie man Mana trinkt. Das hab ich gesehen. Unglaublich. So. Aber wir wollen sie ja eh beherrschen. Das geht ja nicht um. Die leuchtet sich wahrscheinlich da rein. Ah, hat nicht ganz gereicht. Jetzt aber. Bum. So. Das ist schlimm. Natürlich liest du das aus. Das ist schlimm, dass wir vieler. So, easy getrunken und jetzt bewahren. Das ist er wieder. Das ist wieder so ein langsamer Tag. Das ist er auch wieder. Ja, wenn er diesen letzten Swing macht, dass wir in so einem Moment entweder heilen oder das ist easy, easy. Das ist easy. Und jetzt weg. Das kann ausschauen. So, das ist easy. Oh. Das ist easy. Ich muss noch einmal heilen. Äh. So, jetzt musst du Ausdauer heilen. Also genau, jetzt kein Reworker. Wir machen noch einmal und dann brauchst du mal. Das ist er. Einmal noch. Oder Mana. Finde ich auch gut. Wie ich sogar bin. So. Die wird jetzt gleich wieder bluten. Und dann... die zweite Phase. Ja, Arschloch. Okay. Alles wieder resetet. Ja, mach ein bisschen weiter, aber übertreib dich, ne? Du hast jetzt keine Auffassung. Aber das ist gut. Einfach nur kontrollen. Nochmal heilen. Einmal schnell. Mana ist noch die Hälfte. Du wirst nur noch heilen. Was war das? Was hast du jetzt getrunken? Oder du hast nochmal Mana geschaffen? Woll. Okay. Okay. Genau, jetzt kannst du nicht mehr trinken. Jetzt geht's nur noch ums Töten, okay? Du hast kein Healing mehr, außer die Filsäge. Genau, das waren wie viele Angriffe? 18? Du brauchst nur noch die Filsäge. Weißt du, wie dir noch geht? War das nicht? Okay, also jetzt wird's schwer. Du musst zweimal River of Blood machen. Und dann wird der Mond der Win sein. Das ist gut für dich? Ja. Okay, ein Versuch noch. Ja, ich hab's, ähm... Weil du hast einmal Mana getrunken, wo du keinen brauchst. Genau. Das hat dich drei Flas gekostet. Das hat mich drei Flas gekostet. Um ehrlich zu sein, da hatte ich gedacht, ich lade das auf, um richtig ballern zu können. Nee, weil das Ballern ist noch, da sind wir noch zu weit zeitlich weg von. Weil ich glaub, den Mond macht die... Also du hättest noch mit dem gesamten Mana, was du hattest... Ja. Hättest du nicht die Mondphase getriggert. Ah. Ähm... Ich hatte das Gefühl gerade, ich war ja wirklich lange an ihr dran, ne? Mhm. Dass sie dann halt das Feuerding gemacht hat. Ja, also wenn wir das regelmäßig auslösen können, wäre das Banger. Dafür ist unsere Rüstung auch gut. Genau, Frost ist ausgelöst. Wir können es einen Wölber geben. Bam, bam. Das ist gut. Bam, bam. Genau, jetzt hast du es genau richtig gemacht. Du kannst sofort Wölber benutzen, weil die Range von dem Ding ist einfach zu Wölber. Das auch. Sehr gut. Na, immer... Oh, ist schön. Die Clinch nicht bei Blutauswildern, ne? Also da würde zum Beispiel... Die Linie würde da... Oh, das ist nice. Oh, geil. Bam, bam. Boah, das war die flachere Kante, ey. Ja, da muss man halt... Du musst ja quasi instant rollen, wenn du nicht furchtest. Aber irgendwann wirst du quasi rollen, die Attacke. Und dann weißt du so... Also da wirst du quasi sofort den nächsten Q eingeben. Jetzt machen wir die hier. Hier ist ja quasi das Rollen beendet und dann sofort reingedonnert. Du kannst noch zweimal Wölber benutzen. Jetzt rein. Du kannst noch einmal machen, wenn du willst. Oder du machst die blaue Phase einfach. So, den ganz rollen. Schön gerollt. Nochmal. Geil. Alles chill. Geil, geil. Ausdauer ist mit Boden. Träger nicht übertreiben. Lass die Ausdauer jetzt wieder aufladen. Oh nein. Oh nein. Das war wildes Healtiming. Schade. Boah, genau richtig. Das ist eine schlechte Attacke von ihr. Kann man gut nutzen. Sehr schlechte Attacke. Gerollt das auch schlecht. Du hast keine Ausdauer. Ich lade erstmal die Ausdauer wieder auf. Zwingend Heal, Mann. Ey, ich war so gut drin. Ich hatte keine... Was war das? Hatte ich keine Ausdauer? Doch, hatte ich. Wieso konnte ich nicht rollen? Nee, das hast du jetzt... Also du hast einmal einen River gemacht, der völlig unnötig war. Wenn du bei Hälfte HP bist, machst du keinen River. Ja, war dumm, ne? Ja, machen wir mal einen, einen, einen letzten. Aber das, der, davor fand ich die sehr gut. Da hab ich mich sehr gut gefühlt. Und dann, ja, als das Ding... Wir machen noch einen Ruhnbogen rein. Ein Fehler. Wir machen noch einen Ruhnbogen und du machst quasi bei Hälfte HP lieber weg. Und, naja, also die zweite Phase wollten wir so machen, dass wir viel wegrennen. Na ja, du hast recht. Und sie hat eine übel schlechte Rotattacke. Die ist absolut... Boah, das ist okay für dich. Wir machen noch einmal Frost. Ja, das ist gut. Na, einfach mal mit so einem River öffnen, weil du kannst danach sehr schnell wieder rollen. Na, bei Hälfte HP heilen wir einfach. Das ist in Ordnung. Ich dachte, das hat mich sehr gut gemacht. Du hast jetzt keine Ausdauer, ne? Die Ausdauer ist das wichtig. Genau, wieder ganz aufladen. Das ist richtig geil für dich. So, bang. Und gleich wieder weg, weil der macht sonst die Rückhand. Das ist gut. Rivern. Und Mana aufladen. Gut, quasi durch. Mana aufladen, genau. Ein bisschen schliften kannst du, glaube ich. Aber nee, ist zu gut. So, jetzt kommt Banger Rose. Ist ein bisschen schlimm. Setz vor und trinken. So, wir bleiben mal... Das ist eine gute Attacke für uns. Wir warten jetzt nur auf gute Attacken. Die ist auch gut für uns. Aber nur die... Wir nehmen nur die Wetten. Fuck you, bitch. Entschuldigung, das ist meine Sprache, aber... So. Wie schlimm, wie schlimm. Jetzt bist du wieder drin. Okay, wir halten ganz viel Abstand. Das ist das Wichtigste. Und machen nur die schlechtesten Attacke. Wir bleiben cool. Bleiben cool. Das ist auch in Ordnung. Das ist wieder hier verholt. Aber ist nicht schlimm. Noch mal rollen. Und noch mal heilen. Zweimal heilen müssen. So. Jetzt rollen wir die hier. Genau. Das rollen wir auch. Genau. Das ist keine Ausbau. Jetzt musst du warten. Das machen wir gar nicht. Das ist ein guter Punkt. Und ich muss keinen. Schön. Jetzt kommt der Mond. Jetzt kommt gleich der Mond. Wenn noch einmal Wind auslöst, kommt der Mond. Für den wollen wir welchen sein. Das ist gut. Wenn du jetzt so weitermachst, ist es perfekt. Weil dann haben wir beim Mond richtig viel Supporten. Ganz theoretisch jetzt noch Mana-Trank nehmen. Noch die Physik. Das schaffst du. Also es könnte noch ein Mond Wind werden. Ja, okay. Nee, da habe ich allzu viele Flachstufe verbraucht. Genau, du hast jetzt sehr, sehr viele gewastet. Und der Abstand ist, du musst den Abstand noch größer halten. Also wir rollen jetzt fast nur zurück, weil wir nur noch die besten Out-Attacks abwarten. Du musst wirklich noch mehr, genau, noch mehr Abstand halten. Das ist hart. Weil ich natürlich eigentlich auch, ich will ja einen Kämpfer-Natur, ne? Das ist vollkommen korrekt. Aber sie, ich meine, der Kämpfer nutzt ja trotzdem die E-Gespiele-Täfer. Das ist recht. Ja, und wir wollen, dass wir sie mit einem Mond finishen. Und das wird klappen. Also der Mond wird ihr Untergang. Der knallt quasi auf sie runter. Bis dahin spielen wir ja was. Du kannst auch dann quasi mehr zwischendurch wieder mit dem Frost arbeiten. Nee, nee, der bohr jetzt erst. Nein, das war richtig. Das ist wieder gut. Gut, gutes Heal-Timing. Wir müssen immer wissen, wann können wir healen, wann können wir selber aggressor sein. Das ist eigentlich das Wichtigste, Learning. Und dann muss man nur noch abfragen. Oh, das ist perfekt. Bam, ja. Was macht hier oben mit Hacke? Ja, natürlich machst du das 100 Mark. Okay, das ist jetzt albern. Also das war ja wirklich jetzt zu hören. Ja, den Doppel-Swingen musst du immer abfragen. Weil das ist ja unsere Woot-Attack. Genau wie der hier. So, denk dran, was trinken. Zweite Phase. Das war scheiße. Weil ich wollte mir eigentlich Witzig geben. Stimmt. So, gute Attacke. Abfragen. Oh, genau. Stimmt. Dadurch gebalanced ist, dass du danach Zeitpunkt hast. So, wir warten auf Dummheit. Das ist Dummheit. So. Bam, bam. Schön, Ausdauer aufladen. Wir wollen jetzt immer volle Ausdauer. Das ist echt die Ausdauer. Danach hätte man wieder was machen können. Das kann man machen. Das ist eine gute Attacke. Wenn sie einfach nur das Ding so abfeuert, das ist extrem gut. So, jetzt rennen. Nein. Och, come on. Warum macht sie nicht den Mond? Den Mond macht sie erst zum Finish. Die macht sie ganz spät. Ich glaube, der entscheidende Moment ist bei der Phasenwandlung. Weil da habe ich jetzt zweimal zu wenig Mana gehabt und musste die Flask in der Zeit nehmen. Und da muss ich besser aufpassen. Weil die guten Versuche waren immer, wenn ich ihr drei, vier Rivers gegeben habe, während sie sich umwandelt. Weil das ist die Basis dann, die uns ins Ende bringt. Weil sonst hat sie die Hälfte voll. Und wenn ich dann nur wegrenne, ist es eine Frage der Zeit, bis ich Fehler mache. Ich glaube, da muss ich offensiv sein. Da müssen wir gucken. Ich würde dir eine Alternative vorstellen. Wir machen das so. Du machst nicht World Warp aufs Blatt währenddessen. Du machst die Wolke währenddessen. Was? Du machst die Frostwolke. Die Frostwolke ist schneller gecastet. Die bleibt länger an derselben Stelle stehen. Und da kriegst du den Frost-Effekt eher durch. Bei dem Blut-Effekt müssen wir uns erarbeiten. Und sie hat Resistenz währenddessen. No. Frost hat sie natürlich dann wahrscheinlich auch Resistenzen. Aber wenn die in der Wolke bleibt, tickt das so schnell hoch. Und dann kriegst du wenigstens da die 2000. Das heißt, wieder häufiger. Wir bauen jetzt ja sehr Katastrophenblüff auf Platz. No, aber wir können wieder mehr mit Frost arbeiten, wenn du willst. Jetzt sind wir genau wieder. Jetzt verschwenden ich hier wieder meine Heilung. Ja, es ist genau diese Heilfalle. Verschwendung von hier. BAM BAM. Wir müssen genau diesen mittleren Abstand haben. So, das ist gut. Kannst du wieder mit, wenn das ausgelöst ist, die Blutung, kannst du wieder mit Frost arbeiten. Nee, wenn es ausgelöst ist, das ist gut. Achso. Also, das ist okay, aber die Blutungstecks gehen jetzt die ganze Zeit im Hintergrund runter. Man, das ist so scheiße, wie schnell sie dann ist. So, das hast du gut gemacht. Jetzt wieder Mana trinken. Oh, das ist perfekt. Kann man auch zum Trinken nutzen, den Engel. Ja, das machen sollen. Wir wollen ja quasi Spells haben, die flexibel sind. Äh, nicht Spells, sondern Moves von hier, die flexibel sind. So, ich glaube, hier kann ich jetzt Mana trinken. So, jetzt gucken wir wieder. Das ist gut. Wir lösen es quasi einmal Blutung noch aus. Und dann machen wir sofort auf Frostwechsel. Und machen einmal schnell Frost. So, jetzt Frost. Frostwechsel. Warte. Ja, das war sehr gut. Das kommt sehr nice. So. Genau. Okay. Ich will, dieser Aperkart noch 0 werden. So, wenig Mana. Also, du könntest jetzt ein bisschen arbeiten, aber den Mond könnte man jetzt nicht krass nutzen. So, jetzt ist geil. Ganz großer Abstand. Fuck, no way. Ey, du musst rollen. Ja, das ist kacke. Oh, ich, ja, weil das eine Doppeldeutschung war, wollte ich halt im letzten Moment rollen. Nee, nee, dann zur Seite. Die verfehlen maßlos. Du musst einfach rennen, oder? Du kannst rennen oder einfach zur Seite rollen? Ja, ich hätte einfach rollen müssen. Ich trottel. Ich hab, boah, das ist einfach, ey, das kann ich so nicht stehen lassen. Einen noch. Okay, das ist wirklich der Letzte. Unfassbar. Das Ärgerliche ist, wenn man selber weiß, was man falsch gemacht hat und dann einfach auch niemand anderem die Schuld geben kann. Ja, das ist aber eigentlich das Geile eigentlich. Das finde ich viel besser. Ich hasse es, wenn ich anderen die Schuld geben muss. Die sind viel lieber selber die Schuld. So. Die kann man schon ausgestalten. Ja, das ist genau richtig. Wenn ich nichts mache, kriege ich die 2000 Vollz. Das ist gut. Nochmal. So. Nochmal. Genau, wenn ich die Schuld mache, dann weiter. Das ist gut. Und nochmal rein. Geil. Ich kann sie doch frostbetteln. Das ist gut. Nochmal machen. Oh, das ist gut. Das ist echt gut. Okay, das ist ausgelöst. Dann wir saufen. Das ist gut, jetzt sind Saufengel. Okay, kein Mana. So, aber das ist nur ein Faktade. Ist das auch gut? Kannst du richtig durchspammen, oder? Vielleicht, wenn du ein Zechkontakt hast. Hast du auch richtig gut gerollt? Das war richtig. Ah, oh mein. So gefrockt. Wait. Arsch, da, schmartengesicht. Das hat sie so ausgelesen. Das ist ja unfassbar. Ich heile mich und in dem Moment instant kommt dieser Cast. Instant. Ja, aber die hat die Phase, die hat die Ult nicht gemacht. Ja, ich habe mir auch richtig gegeben. Das stimmt. Und ich glaube, das ist das Ding. Man muss halt echt, wenn man dicht dran ist und ihr einfach von die ganze Zeit sie voll spammt. Das ist der entscheidende Moment. Die Ult skippt manchmal, ja, aber, ja. Das war vielleicht auch einfach pures Glück. Aber weißt du, ey, oh Gott, ey, wenn das nicht gewesen wäre, das ist ja so eine miese Nummer da gewesen gerade. Einfach so machen. Ja, das ist ja gut angefangen. Ja, das ist ja gut angefangen. Ja, das ist ja gut. Ist das gut für uns? Eigentlich immer, wenn sie einen Spell macht, ist das gut für uns. Die Schwerter sind schlecht. Aber Spells sind gut für uns. Okay, das ist überhaupt kein guter Auftakt jetzt. Stimmt. Ich glaube, die Ehe ist schnell in die zweite Phase. Immer wieder Späschel inzwischen Frost und River. Ganz alles cool. So, oben ist ausgelöst. Alter, nee, man kann die einen, kann man nicht auch landen. Muss schon, muss schon zur Seite rollen. Da gibt's die unteren, sind schneller als die oberen. Ja, ja. Oh, und auf. Und raus. Und jetzt Schluss. Kannst du wieder auf Frost wechseln und was trinken. Nein, nicht jetzt. Ist egal, das schaffst du. Du hast genug Zeit zum Trinken gelernt. Deswegen ist die Attacke so schlecht. Normalerweise müsstest du quasi zweimal attacken. Erste Roll. Und dann nochmal rollen. So, Aufbau aufladen. Ist fast in der zweiten Phase. Jetzt kannst du reinhauen. Ja, das reinhauen können. Okay. Boom, boom. Ja, nochmal. Boom, boom. Weiter. Okay, jetzt hast du keine Aufbau mehr. Oh, das ist gut. Dann kannst du nochmal Mana heilen. So, okay. Du musst rollen. Du musst die Geschosse rollen. Das ist wirklich wichtig. Du musst zur Seite rollen. No, 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 no. Sehr, sehr stark. Okay. So, Geschosse rollen. Zur Seite. Ist das eine gute Attack? Wie viel kostet? Ja, aber die ist was. Die ist was. Die war ja. Die kennen wir ja schon. Die sind ja nicht neu. Oh, no, das war dumm. Ich hätte einfach... Ja, du musst... Du darfst nicht vergessen, dass sie ihre klassischen Attacken macht. Ja. Die Schmerzen hast du vorher übel gut gerollt und dann hat sie diesen normalen Pappdash gemacht. Okay, einen noch und dann ist Schluss. Ja, finde ich auch. Also, ich habe auf jeden Fall zu viel Flasks vergeudet und... Die Flasks war nicht das Problem. Du hattest ja noch... Also, das ist nicht schlimm. Also, die war jetzt in so einer Phase, wenn du da jetzt die eine Situation ausgenutzt hättest, hätte die dir nochmal geblutet. Ah, okay. Dann nochmal Frost. Weil Frost geht ja übelst schnell. Also, eigentlich ist Frost für dich... Normalerweise müsstest du so das spielen. Du machst Frost. Machst du Reaver of Blood, einen Attack. Dann machst du wieder Frost. Okay. Dann machst du die ganze Zeit nur Frost. Weil das sind immer 10% weg. Okay, das können wir eigentlich gleich nur noch machen. Nö, wieso das sind zwei Flasks nicht schlimm. Hau drei. Ist nicht schlimm. Wir lernen das abwechselnd mit Bild. Okay. Ja. Also, wir gehen ran. Wir wissen, dass eine schlechte Attacke kommt. Die hier ist schlecht. Boom. So. Frost ist drauf. Wir überflatt. Wir wechseln. Wir brauchen eine Attacke ab. Splits. Okay, also, boom. Ja, ist fit. So, wir machen wir heilen. So. Wir nehmen wieder Frost. Ich muss dann nur zur Seite drücken einmal. Genau. Und jetzt warten wir wieder Scheiße ab. Oder so. So ist es geil. Geht da voll rein. Hat es noch nicht aus... Ne, doch ist es schon ausgelöst. Wieder Reworkstblatt. Boom, boom. Nochmal. Ne, du musst nicht sagen. Dann kannst du wieder Frost nehmen. Das ist in der Sache. Ne, da war es nicht. Aber doch, die ist gut. Ne, wenn der so endet, ist es länger. Ne, ist es nicht ausgelöst. Oh no, da war ich irritiert. Nein, du hast jetzt sehr viel Zeit zum Ende weg. Das ist eine gute Attacke. Boom, boom. So, jetzt sind wir wieder Reworkstblatt. Das reicht sogar schon. Du kannst jetzt wieder auf Frost nehmen. Und Mana noch. Mana, jetzt Mana. Fuck. Das ist nicht schlimm. Volls verzeihen hat. Easy, nochmal. Und wieder Frost. Oh, das ist geil. Das ist easy Frost Angle. Nicht schlimm. Die Wolke ist da. Nochmal heilen. Das ist gut. Nein, das war dumm von mir. Wieder zu spät. Ich denke an die Arrows, wo sie rollen. Fuck. Was noch? Die Physik. Denk aber dran, wie sie funktioniert. Lucky. Ist das eine schlechte Attacke? Das ist es. Oh, Mann. Na, das war nicht richtig. Oh, vollkommen. Also, im Prinzip ändert sie ja ihr Moveset nicht. Das Moveset ist exakt das Gleiche. Sieht nur cool aus. Ey, das war so gemein. Ich hasse das, wenn die so 18 Attacken machen. Aber weißt du was? Das Spiel steht und fällt wirklich mit diesem Moment, wenn sie transformiert. Da muss ich rein. Und das habe ich gerade nicht geschafft. Weil ich vom Timing... Ich hatte meine Flasks hier, meine Mana nicht unter Kontrolle. Und das ist genau die Situation. Und wenn das klappt, dann ist offenbar. In der zweiten Phase so defensiv zu spielen. Ich bin die ganze Zeit nur am Ausweichen. Ne, sie macht ja auch mehr an der zweiten Phase. Also, dass du nur am Ausweichen bist, ist ja exakt normal. Ja, okay. Du musst nur den Start wieder konzentriert machen. Den Frost- und Dingswechsel kriegt man am Anfang gut hin. Nur später ist er einfach gern. Aber wie das lohnt sich nicht, weil sie blimst halt nicht. Das war einfach komplett drin. Genau, das ist easy. Bam, bam. Bei so spartvoll übelst du die Mana, das ist schon in der zweiten Phase. So, Flutung ist raus. Jetzt kann man wieder auf den Ausdruck mehr. Ja, jetzt habe ich noch ein Schwert. Was ist jetzt davon? Oh, der ist aber. So, wieder holen wir auf den Lack. Oh, der ist geil. Ne, ich bin schon drauf. Ja, ich weiß, aber ich konnte jetzt nicht mehr weg sind. Das war zu viel. Zu viele Sachen. Fuck you, bravo. Fuck you. Fuck you. ich bin auf jeden fall weg aber jetzt wird das stück zu sein also die transformiert sich gleich und du hast das restliche mann jetzt hier rein ich geh sofort hin jetzt noch mal heilen und noch mal man das schafft man mann 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 so dass du volles mana durch volles leben zweimal rollen genau die geschossen nicht vergessen so wenn sie jetzt ein bisschen schaden hat stirbt die beim mond das ist so gemein macht nichts anderes alles gleich jetzt haben wir noch und ich will sie kannst du noch wie du dich übelst konzentrierst die für sich zu trinken wir denken die geschossen wir müssen du musst jetzt wieder die muss versehen wo du lücken hast hier zum beispiel es kann sein dass die jetzt beim nächsten mond stirbt geht die daran an also wir müssen wir müssen jetzt dran bleiben ja da ist er nicht jetzt kommen die geschossen pass auf nein ey das ist so scheiß oh was für miese das war ein mieses timing aber das lag daran dass du nicht nah genug dran warst ja das stimmt aber ich wusste ja nicht genau dass woher weißt du dass die kommen warum weißt du das ich weiß dass die ult kommt weil immer wenn bei der hp sie beim n o oder m ist dass dann der mond kommt ach du schlau fuchs von ihrem namen da unten oder was ja das ist immer grob aber dann wenn sie wirklich sehr sehr verzweifelt ist dann kommt der mond aber das war gerade echt einfach super mies dass die welle bei der man hüpfen muss und die dolche bei der man rollen muss exakt gleichzeitig kamen ja das war wirklich dieses timing das sind komplette bitch moves das muss man auch einfach mal sagen das ist ganz ungewöhnlich ganz ungewöhnlich ganz ungewöhnlich ganz ungewöhnlich ganz ungewöhnlich wenn du willst ausdauer aufladen genau und ein bisschen hingehen oder diese komischen 5m da wieder komische 5m schräg die flügelung ist gleich aus ok jetzt machen wir den letzten truss und dann die flügelung meinen wir sehr schöner Heilengel so jetzt können wir mal wieder mit Frost arbeiten und du willst so schlimm die geht doch voll rein so move ich aber wurde es auch gelohnt auf jeden Fall du hast kein Mana nein das ist gut das ist gut das ist gut so gut genau siehst du du hast du hast eine Option das ist wichtiger das ist schön für dich das ist nicht schlimm das ist schnell macht keinen Schaden das ist gut für dich das ist aber auch gut für dich so näher ran wir wollen immer auf unserer River Ranks bleiben dass wir quasi nachnehmen move theoretisch riveren können weitermachen du hast keine Ausdauer so aber das ist gut das war ideal Mana trinken heilen nochmal und jetzt aufpassen auf die Geschosse ok richtig viele nimm uns schön genau jetzt hast du perfekte Roll nimm uns schön seitlich jetzt Angle sehr gut das kannst du wieder bestrafen oder trinken trink mal nicht mit die Option schade der ist schlecht von ihr das schaffst du bam bam näher ran also nicht immer auf River Ranks schwer sie wird sehr weit nach vorne sie schwimmen du hast noch genug Power jetzt macht sie oh das ist zu gut du kannst nochmal Mana trinken wo jetzt jetzt musst du riveren ok wenn sie jetzt das nächste Mal weg geht musst du näher ran sie wird gleich weg springen ok ok sie will den Mond gleich kasten wie schlimm heilen wir nochmal heilen nochmal kurz vor der Mondphase sehr gut sehr gut sehr gut ok gleich legt sie los Mana mana nein was war das das ist der One-Shot weil die hat die Klinge und den Schuss gleichzeitig oh du miese alter das ist das kannst du ja quasi auch mit deinem Frost und deinem Holy Attack und so alter alter das ist ja das mieseste gerade gewesen ein hit ja das ist halt das halt so richtig DLC mäßig wir nehmen mal noch einen anderen Talisman rein unfassbar gehen wir nochmal ganz langsam die Tal den welchen willst du rausnehmen boah das ist eigentlich schwer eigentlich gerade ja der ist schon wichtig nehmen wir das Blutding raus das Blutding irgendwas wollte ich noch machen scroll mal so ganz langsam also tipp mal so ganz langsam hoch immer so jede Sekunde ein irgendwo habe ich eigentlich noch eine Idee gehabt dass du noch machen konntest noch weiter noch weiter noch weiter noch weiter noch weiter ah du kannst noch ne eigentlich ist alles cool ne geh nochmal zurück ich hatte eigentlich irgendeine Idee hatte ich noch ihr könnt sie einfach B drücken also einfach rausgehen drücken so wir machen den jetzt also was halt mega geil wichtig ist einfach wenn sie sich transformiert rein ich muss aufpassen dass wenn sie kurz vor der Hälfte ist oder so dass ich dann genug Mana habe und genug Ausdauer vor allem auch dass ich irgendwie da muss ich dann an ihr dranbleiben und dann muss ich sie dazu kriegen dass sie dass ich sie ihr richtig 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 gebe dann macht sie das Feuerding rollig zurück aber das war eben einfach auch Pech dass dieser One-Shot ey ja aber man hat es wieder gemerkt also sie macht wirklich den Mond sehr konsistent zur gleichen Zeit ja ich hab da gar nicht so drauf geachtet da fehlte mir Konzentration das ist gut das ist gut das ist gut das ist auch gut für dich nochmal halten so so jetzt können wir wieder riveren und ein das ist gut aber das wäre jetzt wieder beides ne das war das Schuss und Schlag aber später ist das natürlich ein Monchkot Ist nicht schlimm, alles cool, ist immer noch viel besser für Disco Trader als für sie. Weil solange du mit River triffst und Blutung auslöst, ist das wesentlich mehr wert. So, Blutung ist drauf, ja dann auch immer rein, ach so jetzt wieder rein, so jetzt der Mana ist dann alle. So eine gute Idee aber mit dem Frost, die können sich jetzt gleich transformieren, also macht Mana voll, jetzt kannst du River flat nehmen. Und jetzt, jetzt kommt dein Moment, das wäre das wäre gewesen, aber jetzt ist sie genau in der Phase, wo sie den Übergang machen wird, noch wenige Hits, jetzt geht sie rein. So, eben noch 1000 Tränke, ah ne, ich bin dran, ne. Ah, das schaffste, jetzt kannst du wieder trinken. Sehr gut, das war Lacken. Keine Ausdauer, ne, du musst jetzt wirklich erstmal weit weg, bis zu die Ausdauer wieder. Ja, fängern die Raketen. So, das sieht gut aus, du hast volles Leben und du musst immer wieder an die gleichen Engels denken, wo wir so ein Feuer wusten, was wir anleiten können. Jetzt. Keine Ausdauer mehr, na, wieder heilen. Volle Ausdauer ist da, so wir warten die Rotation ab, fängern die Raketen. Fuck you. Du brauchst noch die Physik? Nein, ich hatte keine Flasks mehr, hab ich nicht drauf, mein Flaskmanagement war schlecht. Jo, okay, so, du machst jetzt Schluss. Mein Lieber, ey, du bist der krasseste. Und dann machst du, morgen hast du den. Du bist komplett über deinen Schlafrhythmus gegangen und das weiß ich sehr zu schätzen. Du bist der krasseste Trainer, den ich jemals hatte und ich hab auch mehrere Kreisligameisterschaften geronnen im Fußball. Also, das ist ein Kompliment. Danke dir. Das höre ich sehr gerne. Ähm, ja, aber das, also im Prinzip, wie gesagt, das Muster hast du quasi raus und morgen zeige ich dir noch das Ungar-Bunga-Bild. Morgen zeige ich dir, wie mein Eldenring auf Leicht spielt. Das Ungar-Bunga-Bild. Ja, das gefällt mir. Mein Lieber, ähm, schlaf gut. Jo. Ich überlege, ob ich jetzt vielleicht noch ein, zwei, äh, mache. Eigentlich musst du dabei sein, wenn ich ihn lege, aber eventuell mach ich noch einen. Also, ich geh jetzt auf Toilette. Ja. Ich mach das Handy an. Du hast deine schöne Stimme auch zum Einschlafen. Ja. Und dann, äh, gucken wir, was passiert. Wenn ich aufwachen sollte wegen einem lauten Schrei von dir. Haha. Ja, lass mich einfach daneben liegen, so. Genau. Genau. Ja. Solange deine Kinder nicht nachts zu dir kommen und sich dann wundern, dass der schreiende Mann ist. Dir lässt es nicht schlafen. Cool. Ich wünsch dir was, Nils, ne? Haust rein. Maxim, gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Ähm, so Leute. Maxim ist ein krasser Typ einfach. Muss man einfach mal sagen. Ähm, ich, äh, trinke jetzt einen Schluck Wasser. Und dann, pass auf, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Ich wollte eigentlich heute Fußball gucken. Und, äh, stellt sich raus, das habe ich gar nicht gemacht. Wie ist es denn ausgegangen? Kroatien, Italien 1-1. Oh, krass. Letzte Minute hat Italien getroffen und Spanien auch nur bei 1-0 gewonnen. Naja, die haben nicht mehr gemacht, als sie mussten. Okay. Das ist natürlich für Kroatien krass. Eigentlich wäre Italien... Aha. Nein, gut. Wir werden sehen. Ähm. Okay, wir machen noch einen Try. I try to walk away, but I stumble. Tipps für Frankreich, Polen. Ich muss noch tippen. 2-0. 2-0 Frankreich. Okay, ganz kurz, ich sammle mich einmal 2 Minuten und dann gehen wir gleich noch mal rein. Ähm, das ist ja selbstverständlich. Try to walk away and I... Ah, jetzt habe ich ein Ohrwurm hier selber gemacht. Selbst erzeugte Ohrwürmer. So, also, das war jetzt ja echt ganz schön lang. Mh. Und es ist wirklich unfassbar, wie sehr die Konzentration nachlässt. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Videospiel gespielt habt. Ähm, aber es ist wirklich so, dass die Geisteskraft massiv in Mitleidenschaft gezogen wird. Mh. Das ist unfassbar. Habe ich noch meinen Lappen? Oh, ich habe noch meinen Lappen. Oh, geil. Erinnert ihr euch noch an den Familienlappen, von dem ich euch erzählt habe? Ich habe euch doch gesagt, dass wir so einen Familienlappen haben, der seit mehreren Generationen im Familienbesitz ist und immer dazu herangezogen wird in besonders schwierigen Situationen. Meistens bei Fieber. Es ist der genannte Fieberlappen. Eddy! Hallo Eddy! Eddy, ich mache gerade den Fieberlappen. Ähm, und das ist eine super krasse Erfrischung dieser Fieberlappen. Das ist wirklich, wirklich gut. So. Eddy ist komplett hinüber. Ja man, das ist auch... Ähm, ich bin ja am selben Boss. Ihr habt mir das ja im Chat geschrieben, dass parallel Eddy auch an dem selben Boss hängt. Und das ist... Oh, dieser Fieberlappen. Er ist einfach... Er hat eine... Er hat Kräfte. Er hat wirklich magische Kräfte. Äh, und dieser, äh, Boss ist... Auf jeden Fall echt hart. Ich weiß nicht, ob ich... Wie ich ihn einordnen will, so... Ich bin natürlich jetzt auch schon eine Weile dran. Und deswegen, ähm... Könnte man durchaus auch sagen, dass dieser Boss... In der Gesamtliste aller Souls-Bosse sehr weit oben ist. Aber ich finde nach wie vor... Ähm, Schwester Friede... Krasser. Ähm... Wie war's denn bei Eddy? Ist der gute... Ist der gute... Ist der gute Mann, ähm, gebrochen oder was? Gute Besserung, bin ich krank oder was? Eddy ist tilt, ja. Ach so, weil ich mit Fieber spiele. Ne, ähm... Ah, okay, Entschuldigung. Ich bin auch gar nicht mehr in der Lage, mich richtig auszudrücken. Weil so massiv Gehirnkraft bereits abgesaugt wurde. Ähm, ne, das ist eine Geschichte, die ich das letzte Mal erzählt hab. Das ist ein alter Lappen, der seit vielen Generationen im Besitz meiner Familie ist. Und der seit jeher, ähm, auch schon in finsteren Zeiten des Mittelalters, äh, in Zeiten von Typhos, Pest und Cholera, wurde dieser Lappen halt, äh, gekühlt. Entweder im Bach, später mit fließend Wasser und den Kranken, quasi den Fieberkranken, so auf die Stirn gelegt oder in den Nacken getupft. Und weil dieser Lappen bei einem meiner Urahnen, Wilbalt-Bomhoff, eine, äh, ja, ein unglaubliches Wunder vollbracht hat, indem er diesen zum Tode verdammten Kranken zurück ins Reich der Lebenden geholt hat, ist dieser Lappen aufbewahrt worden wie eine heilige Reliquie. Und die wird dann immer an den erstgeborenen, ähm, Nachfahren weitergereicht. Und der hat halt diese magische Kraft meiner Vorfahren, hat unfassbar viele Fieber quasi geheilt und den nehm ich jetzt beim Bosskampf. Versteht ihr? So, und jetzt gehen wir noch einmal, einmal rein für alle Leute, die jetzt gerade von Eddie kommen. Ich nehme an, Eddie selber hat einfach jetzt ins Pet-Bett geschmissen und ist in seinen, ähm, Pool gehüpft oder so. Deswegen glaube ich nicht, dass Eddie noch da ist. Aber ich werde jetzt da noch einmal reingehen für alle Leute, die gerade bei Eddie so lange geguckt haben. Und euch, äh, zeigen, dass auch ich nicht frei von Ermüdungserscheinungen und oder Frustmomenten bin. Also ich bin auch komplett, äh, am Ende ausgelaugt. Äh, ich hab Hunger, ich hab, äh, Angst. Ich hab, ey, du bist noch da. Ich bin da, gebrochen, aber da. Ich hab auch richtig, ich kann gar nicht mehr so, ich bin schon so ein bisschen zittrig im Gehirn. Ähm. Aber Eddie, ich muss es dir jetzt, ich erspare es dir nicht, ähm, dass wir jetzt noch einmal gemeinsam reingehen. Eddie spielt erstmal eine Runde Metal Gear Solid 2, ja. Freakman. Dirk, Dirkny. Ich möchte mich recht herzlich für den Support bedanken. Ähm, nee, Eddie, ich hau sie nicht um. Keine Sorge. Ich bin wirklich komplett am Ende. Äh, ich streame ja auch schon seit über vier Stunden. Nee, diese Folge läuft schon seit über vier Stunden. Scheiße. Ich streame ja schon viel länger. Die Folge läuft seit vier, ich kämpfe seit vier Stunden gegen die. Jetzt checke ich das ja erst. Der Countdown, ich hab, wann hab ich denn heute angefangen? Um 17.30 Uhr oder so. Oder um 17 Uhr oder so. Ey, aber Eddie, weißt du was? Ich hab vorhin einen Kampf gegen die gehabt. Du wirst es nicht glauben. Die hatte wirklich unter, ich glaub, unter einem Prozent. Also wir waren beide, also der Balken, da war nichts mehr Rotes zu erkennen. Und es war so ein Rocky Balboa-Moment. Ähm, Rocky gegen seinen Freund Apollo Creed. Wo die sich so ins Gesicht boxen. Und beide fallen um. Und es sind eigentlich beide gestorben. Aber, und das ist wirklich drei Stunden her. Ja, dass ich diesen, diesen Run hatte. Und danach dachte ich so, ja, okay, das ist, jetzt hab ich sie ja. Ähm, dann geht sie halt das nächste Mal down. Stellt sich raus. Nee, ich bin seitdem auch gar nicht mehr an die Seite da rangekommen an sie. Aber es war wirklich, ich schwöre, ich glaub, 0,5 Lebenspunkte. Der Beweis ist ja nachprüfbar. Also, absolut lächerlich. Ich geh jetzt noch einmal rein. Einfach, wie gesagt, weil ich's jetzt, weil, weil ihr das ja auch verdient habt und so. Das ist nicht drei Stunden her. Naja, ich hab auch jedes Zeitgefühl verloren. Ich bin komplett ausgelaugt und ausgemergelt. Ich bin wie ein Spitzensportler. Ähm. Clip, ja, ich weiß nicht, ob es einen Clip gibt. Aber es ist in jedem Fall in, äh, in den letzten drei Stunden gebraucht oder so. Holly hat gefühlt nur fünf Tris gebraucht. Ja, Holly ist aber auch. Krass, so. Höh. Oh, ich bin, ich merk einfach, ich bin grad richtig durch. Ich ess aber nochmal so'n, äh, Bogen. Weil das fies ist, ich hatte bei diesem Try, hab ich den Bogen nicht gegessen. Sonst hätte ich gewonnen. Das kann man sich gar nicht mehr ausdenken. Oh, ich bin, ich bin. Hey! Oh, ich bin, ich bin. Oh, ich bin, ich bin. Hey! Da war das kein Ausdauer? Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist ja so eine miese Type Du bist ja so eine gute Idee Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Gott! Oh Gott, ey! Oh, Leute, ey! Oh, Leute, mir geht ein bisschen... Eventuell bin ich ein bisschen... Ich guck mich das mal an hier, ey! Boah! Das war wirklich original, der letzte... Das war der letzte Versuch. Maxim, bist du da? Oh Gott! Ja, Maxim, sag ich doch, geh doch! Oh Gott! Was haben wir denn gekriegt? Echo, der Zwillingsmondritterin. Zottel, vielen Dank. Selfish, the P-Cat. Danke für den Support. Toplicka, vielen Dank. Freak Money haben wir gesagt, ne? Danke, Leute. Ach, alter Schwede. Ey, Toplicka, haut einfach 10 in den Club. Oh ja, vielen lieben Dank für den Support, Toplicka. Echo, der Zwillingsmondritterin. Was hab ich denn da jetzt bekommen? Alter Schwede, ey. Ich hab auch einfach nichts mehr... ...zu essen dabei. Da hab ich der letzte. Hu... Hu... Ruby's Son, vielen Dank. Firefox, die... Danke, Leute. Boah, alter... Boah. Das war hart. Das war hart. Äh... Was hab ich grad' gekriegt? Nehmt mithilfe einer Fingerleserin die Macht des Namensgebers in euch auf. Um an Mesmas Seite zu kämpfen. Wohlwissen, dass nicht einmal der Glanz des Mondes ihm Hilfe bieten konnte. Schon bald wurde sie als das Schwert Mesmas bekannt, okay? So, und ich will jetzt nicht euch jetzt irgendwas erzählen. Aber ich erzähle euch jetzt was. Der Fieberlappen der Boomhoffs. Ich habe es euch gesagt, dass der magische Kräfte hat. Und ich habe schon Angebote bekommen vom Papst. Vom Vatikan. Ob die den Lappen haben können. Und ich habe natürlich Nein gesagt, logischerweise. Aber das ist wirklich eine heilige Reliquie. Also ich sage es nur. Manchmal sind es die unscheinbaren Dinge. Ist ja auch so beim Heiligen Gral. Das ist halt dann der Holzkelch und nicht irgendwie der Goldbecher. Also an dieser Stelle muss ich natürlich ganz klar sagen, Maxim hat mich ja gecoacht. Und Maxim, ich weiß nicht, ob du schon schläfst. Aber ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Du hast mir auf jeden Fall echt gute Sachen so gesagt. Und trotzdem, trotz dieser coolen Lehrstunde, habe ich trotzdem halt noch das Gefühl, und deswegen bin ich auch voll mit mir im Reinen, dass wir ihn nicht gecheased oder irgendwas haben, sondern das war schon einfach ein richtig normaler Kampf gegen den Typ. Man muss das schon alles selber machen. Von daher bin ich auch echt happy. Und ich weiß auch gar nicht, vielleicht hätte ich auch eigentlich später herkommen müssen. Guck mal, wir nehmen nochmal diese lächerlichen in uns auf. Vielleicht hätte ich auch später herkommen müssen. Ich weiß nicht, ob ich mich ein bisschen hätte noch verstärken müssen oder so. Aber ja, also, jetzt bin ich happy. Jetzt bin ich auch erschöpft, aber es war ein sehr schönes Ende. Das ist immer das Beste, wirklich. Also je länger das geht und je größer die Verzweiflung ist, desto größer ist die Freude, wenn er down ist. Auf Reddit sagen sie, der Lappen ist easy mode, ja. Ich werde jetzt an dieser Stelle natürlich diese Folge beenden und nichts mehr anderes machen, das ist ja völlig klar. Wir machen, sobald es geht, an dieser Stelle auch weiter. Ich weiß noch nicht genau, wann das sein wird. Sobald ich Zeit habe, vielleicht am Mittwoch oder so mal gucken. Igotcha85. Oh, Antje schmeißt auch nochmal 5 in den Club. Vielen lieben Dank, Antje, dass du nochmal was in den Club geschmissen hast. Vielen lieben Dank fürs Zusehen heute. Ich hoffe, es war unterhaltsam für euch und für alle Leute, die jetzt noch von Eddie da sind. Eddie wird, ohne was ich gesehen habe, aber der wird den Boss dann das nächste Mal auch legen. Es ist immer so, dass man echt irgendwann erschöpft ist und nicht mehr kann, aber das Gelernte ist ja nicht weg. Und ich werde auf jeden Fall mein Geld drauf wetten, dass Eddie ihr das nächste Mal auch den Garaus macht. Genau. Also, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das beendet diese Folge. Ich habe gar keine Stimme mehr. Ich muss mich jetzt ausruhen. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja.